Am Königsweg von Elfriede Jelinek Teil 1 Vespasian? Nein, nicht der. Gola di Rienzo? Er schon er. Aber nein, ich schaue mir das Foto an, der auch nicht. Von wem will ich da überhaupt sprechen? Darüber muss ich mich mit mir verständigen. Erstmal würde sich ja Schweigen anbieten. Das wäre mir lieber. Es macht keine Arbeit. Blind sein? Auch sehr praktisch. Lasst von mir ab. Das macht ihr ohne dies. Lasst von mir ab, denn ich bin krank und verstehe nichts. Ich sehe nicht. Ich sehe doch. Nein, 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 doch nicht. Netz, haut vor! Noch ein Tor! Ich, arme, blinde, verstehe nicht, was ich da bestellt habe. Ist das ein Vogelhäuschen oder die neue Garage, zumindest der Carport, den ich mit Efeu zuwachsen lassen will? Falls es das überhaupt ist, was ich bestellt habe. Falls ich das bestellt habe, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht, was kommt. Von meiner Mutter will ich nicht sprechen. Niemals. Wie es jetzt mit ihr bestellt ist, interessiert mich ein Dreck. Ich werde das auch nicht ausführen. Was ich ungewollt verschuldet habe. Also der König hat mehr am Kerbholz. Er ist derzeit beschäftigt. Er muss Millionen Kerben in seine Pistole schnitzen. Natürlich nicht in den Lauf. Der ist zu hart. Aber einen Lauf hatte der. Unglaublich. Das glaubt wirklich keiner. Und alle seine Verwandten sind nicht gekauft. Sie kaufen selbst ein. Wenn Sie mal die Sonne sehen wollen, dann fahren Sie hin. Dann sehen Sie sich halt. Nein, ich erwähne meine Mutter nicht. Des Vaters Mörderin. Doch, ich habe mitgeholfen. Vielleicht war es sogar mehr als Hilfe. Achtung, hier kommt der neue König. Schnell das Gerät aufdrehen. Sieh zu, du blöde Kuh, dass du ihn nicht mit Schmach bedeckst. Pass auf, dass er dich nicht aus dem Land träumt. Aber es ist doch ein anderes Land, in dem ich bin. Hatte ihm Futschobo sein? Nein. Das andere Land kauft er nicht. Er konzentriert sich auf sein Zuhause. Ich halte ihm die Hand vors Gesicht. Er sieht sie nicht. Er hat vorher schon nichts gesehen. Das ist der Beweis. Da steht er. Und es bleibt kein Licht für mich. Ein Jammer. Dennoch, ich spreche. Nein, ich weiß sage. Nein, ich wasche weiß. Nein, das auch nicht. Ich sage nur, niemand anderer hat es getan. Keine Ahnung was. Der König sieht mir nicht danach aus, als würde er überhaupt irgendwas tun wollen. Außer Schulden machen. Daran sind aber auch wir schuld. Er hat sich Geld geliehen in der Gewissheit, dass er es mit einem Abschlag zurückzahlen wird. Der Abschlag wird ein neues Loch aufreißen. Er ist mit den Schulden sehr gut gefahren, sagt er. Natürlich war er ein Draufgänger, aber es hat sich für ihn ausgezahlt. Es war gut für ihn. Geht, Kinder. Geht. Oder geht nicht. Ich bin keine Medea. Nein. Auch keine Elektra. Kinder würde ich nicht umbringen. Mama schon. Doch diese Aufgabe habe ich delegiert an einen Bruder, den ich nicht habe. Der König delegiert ja auch alles. Doch es gibt genauso Dinge, die er selbst in die Hand nimmt. Nicht, was Sie meinen. Er zahlt mit gleicher Münze zurück. Wenn ihn jemand reinlegt, dann legt er ihn auch rein. Aber zehnmal so mies, das tut ihm gut. Mann, ist das ein Gefühl. Oh, macht doch, was ihr wollt. Aus des Mannes Munde werdet ihr hören, dass er nicht töten, sondern aufbauen will. Viele Häuser? Noch mehr Häuser. Und was tut der Platz hier? Der hat doch Löcher. Löcher? Die Sau. Hat er den etwa auch gekauft? Den Platz? Also den hat er sicher günstig gekriegt. Mit dem Platz lässt sich nichts aufhauen. Er ruft jetzt in Schottland an, weil er dort einen anderen Platz kaufen möchte. Vorhin hat er in Argentinien angerufen. Oder er wurde angerufen. Jetzt wird immer er angerufen. Er muss sich keine Sorgen machen. Alle wollen mit ihm Umgang pflegen. Und gleich fragt er wieder, ob er auch dort endlich was bauen kann. Der Tag lacht golden. Das Haus lacht auch golden. Es ist alles Gold, was glänzt. Was? Dieses Haus dort auch? Das sieht aus, als ob es weder Regen, noch Sonne, noch Licht je dulden würde. Und es ist aus purem Gold. Vorher muss sowas abgerissen werden, doch das sieht man jetzt nicht mehr. Natürlich nicht, weil es die Menschen zum Golde dringt, bis sie daran hängen, wie Lametta am Christbaum. Was spricht denn der Gott? Was sagt er? Jetzt können Sie ihn ja endlich sehen. Er sagt Ihnen eine glänzende Zukunft voraus, was Sie schon vorher gewusst haben. Dazu brauchen Sie keinen Gott. Eine Zukunft, die jetzt keine mehr ist, sondern Gegenwart. Ihren Gegenwert werden Sie aufgewogen bekommen. Nicht in Gold, das haben Sie schon. Nichts kann Sie aufwiegen. Und nicht einmal das wiegt auf, was Sie gesagt haben. Es hat alles Gewicht. Doch wer soll das heben? Nur Kurzsichtigkeit und Nörgelsucht konnten meinen, hier komme eine bestimmte, wenn auch willkürliche Weltanschauung von einem hinreichend Gewalttätigen zur Geltung, der seine Anschauung jederzeit entschlossen durchsetzen würde. Schon fängt er damit an. Den Schläger hat er bereits aus der Packung gezogen. Hilfe. Mein Selbstbewusstsein wird jetzt auch lebendig. Und an das Gefühl, sich gut zu fühlen, werden auch Sie sich noch gewöhnen. Zur Sicherheit machen wir jetzt noch eine völkische Prägung drauf. Und ab geht die Post. Dort drüben werden diese Münzen ausgegeben. Schauen Sie. Bei den Selbstbewussten ist auf beiden Seiten dasselbe drauf. Diese Münze gilt immer nur für den Überbringer. Aber kaufen kann er sich nichts dafür. Er ist selbst gekauft und hat auch noch für sich bezahlt. Ein seltenes Kunststück. Allein die Wohltätigkeit im Namen des Vaters und seiner beiden Söhne, die wie Bäume in den Himmel gewachsen sind und keiner hat's gemerkt, kostet schließlich was. Es soll ja auch was erreicht werden. Ein Vater hat jeder, ob er ihn kennt oder nicht. Doch diesen Vater können Sie erwerben. Falls Sie es mit Ihrem Erwerb überhaupt können. Das geht alles Hand in Hand. Die beide aufgehalten werden. Die eine zerrt hierhin, die andere dorthin, damit das Geld hineinregnen und Segen bringen kann. Diese Hände sind stets offen. Ihre Besitzer sind es nicht. Sie sind nur einnehmend. Nein, nein. Sagen Sie es bitte noch einmal. Dann verstehen wir besser, was nicht verstanden werden soll. Na, gleich weg. Jammerer. In die Hose mit euch. Lasst unter euch. Aber da ist ja kein Platz mehr. Das unten, das seid ihr selbst. Was ist es, was hier vollzogen wurde, weil so viele andere gemeinsam dran gezogen haben? Ist das eine Folge? Nein, ein Erfolg. Nein, ein folgenechter Ausdruck. Also Ausbruch oder Ausdruck? Was jetzt? Ein Ausdruck des Wesenswillens. Nein, des Wesensunwillens der Subjektivität des Subjektes. Der Subjekte, die alle miteinander gar kein Bewusstsein haben. Und wenn man bewusstlos ist, dann kann jeder an einem herumschneiden. In einen hineinstechen. Bohren. An einem herumkratzen. Man spürt es nicht. Da greift etwas. Jetzt greift es noch daneben, leider. Aber es greift unverdrossen. Es umgreift das ganze Fühlen, denn mehr als Fühlen ist es ja nicht. Mehr als Fühlen können die nicht, die sie gewollt und erwählt haben. Das Weltanschauliche wird jetzt für die, welche die Welt nicht kennen. Weil sie sie sich noch nie angeschaut haben. Das Weltanschauliche wird. Na, was wird es? Sagen Sie es schon. Es wird. Schauen wir es uns einmal an. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe auf jeden Fall was anderes. Eine andere Weltanschauung. Der König wird jetzt sagen, was oft gesagt wurde. Das Alter ist ein Massaker. Das Alter ist ein Massaker. Jetzt sind Sie nicht mehr zum Anschauen. Schrecklich. Dann verstecke ich mich halt hinter meiner Weltanschauung, mit der ich schon oft angegeben habe. Das Weltanschauliche. Es wird jetzt selbst zur maßgebenden und einzigen Weltanschauung, die wir haben. Wir haben ja auch keine andere Welt, die wir uns anschauen könnten. Und jetzt zeigen Sie sich endlich. Sie sind doch ganz ansehnlich. Warum verstecken Sie sich? Oh Gott! Jetzt begreifen wir, wieso Sie sich vor uns versteckt haben. Es war wegen der Frisur. Sie brauchen einen neuen Coiffeur. Sie sind ein Gräuel. Und besser auch, Ihr Mund bleibt zu. Wenden wir uns lieber denen zu, die sich nicht verstecken müssen. An die das Dunkel des Todes noch nicht Hand angelegt hat. Die noch nicht angekratzt worden sind. Ob sie noch ein bisschen halten werden. Wer sind die, welche da plötzlich auftauchen? Sie machen sich frei. Sie winden sich los. Sie überwinden sich. Nein, das nicht. Sie bedecken unser Schweigen und schreien. Sie schreien alles heraus, was Sie wissen. Zum Glück dauert das nicht lang. Nur bis die weiße Farbe getrocknet ist, mit der Sie sich getüncht haben. Falls Sie ursprünglich eine andere Farbe hatten. Hoffentlich deckt die so gut wie auf dem Kübel angegeben. So, da sind Sie. Keine Minute zu spät. Endlich! Sie zeigen sich. Und Ihre Weltanschauung, die jemand wie Sie gar nicht hat. Sie befindet sich unter der Tünche. Ob wir das noch einmal überstreichen müssen? Zumindest überlegen. Die Anschauung sucht nach jemandem, der eine braucht. Die meisten haben schon eine. Sie haben genug für Sie bezahlt. Und jetzt ist sie endlich was wert. Was sind das für Kräfte, die jetzt wirksam werden? Was Sie nicht sagen, da hängt einer am Baum? Das kann nicht kollektive Gewalt sein. Nein, nein. Und dort gehen ganze Rudel über die Grenze. Ganze Scharen. Waffen zu Menschenscharen! Da fehlen aber noch ein paar Menschen, um das aufzuwiegen. Es gibt ja mehr Waffen als Menschen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn kollektive Kräfte walten, dann haben sie sich bereits zusammengeschlossen und legen los. Auf geht! Die gewalttätige Einmütigkeit, hat die das bewirkt? Offensichtlich. Doch diese Einmütigkeit verschwindet zur Gänze hinter den Mythen und Lügen, die erst im Fernseher quellen. Der Mann spricht. Er ist seine eigene Religion. Die, die Sie haben, können Sie jetzt wegschmeißen. Gott ist da. Unterschätzen Sie ihn nicht. Sie werden ihn noch brauchen. Und dann sollte er doch bitte mächtig sein. Sonst sind Sie verloren. Bedenken Sie auch... Das ganze Kapital! Nein, nicht das! Das können Sie sich nicht vorstellen und auch nicht bedenken. Bedenken Sie lieber das aufgestaute Hasspotenzial. Das aufgestaute Misstrauen! Und wenn die Menschen daraus schöpfen, entsteht ein neues Geschöpf. Entsteht der König, der auf Gewalttätigkeit seiner Nachbarn jederzeit vorbereitet ist und die Nachbarn zu den Nachbarn daher wieder zurückschicken wird. Danke! Alles, was der Nachbar tut, bestätigt uns nur, dass der Nachbar aggressive Tendenzen hat. Wir schieben ihn ab. Oder wir sind genauso aggressiv zu ihm. Oder mehr. Oder öfter. Da er das ja gegen uns plant, ist das nur gerecht. Die Gewalt, auf die wir uns vorbereiten, indem wir sie gegen die Gewalttätigen wenden, bevor sie sich gegen uns wenden. Die Gewalt hat eine solche Kraft, dass sie unmöglich von selbst verschwinden wird. Sie ist da und bleibt da. Das Leben läuft ab. Die Menschen gehen fort. Das Leben ist unerklärlich. Es ist mir unerklärlich, wieso das Leben sich bewegt. Wieso es keine Ruhe gibt und sich dauernd etwas anschauen möchte. Die Anschauung weitet sich aus. Es geht alles zu schnell, um eine solche oder eine andere... Die zählt aber nicht. ...eine solche Anschauung zu gewinnen. In dieser Lotterie haben wir schon verloren. Entziehen Sie den Menschen die Gewalt. Und die werden sich als erstes gegen Sie wenden, um sie wieder zurückzukriegen. Die Gewalt ist ihr liebstes Hobby. Und sie ist auch ein schöner Beruf. Sie wählen zwar, doch sie wissen nicht, wen sie gewählt haben. Obwohl sie es doch selbst getan haben. Die haben einen mit einer gewissen Anschauung gewählt. In der Hoffnung, er würde ihnen die Gewalt lassen. Das Einzige, das sie haben. Und üben. Und ausüben. Sie machen sich frei. Sie winden sich los. Sie wenden sich gegen alle. Und nachher wird es mit Schweigen bedeckt. Wie ein Hundehaufen mit Blättern. Und dann tritt der Nächste rein. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Doch fragen Sie den Koch. Die Unerklärlichkeit des Lebens erklärt, warum wir uns nichts anschauen können, ohne dass es uns erklärt wird. Woran liegt's? Im Netz hat es vorhin doch noch ansehnlich ausgesehen. Aber jetzt ist alles weg. Auch die Aussicht auf eine Anschauung. Sogar die, auf die wir so gehofft hatten. Der König hat genau die gleiche. Von deren hohen Ross aus wir immer nur etwas gewinnen können. Das sonst keiner will. Wer hat sie denn? Wo ist sie? Einer muss sie ja haben. Bitte, wer? Die Welt muss einfach angeschaut werden, damit man eine Weltanschauung bekommt. Sie haben keine. Woher sollten Sie sie auch haben? Sie bleiben ja nur zu Hause und fürchten sich sogar vor roten Ampeln. Dabei wären sie ausgerechnet bei einer grünen, dass sie sich sicher glaubten, fast überfahren worden. Uns kann sowas nicht passieren. Wir rechnen jederzeit mit einem Angriff, um ihm zuvor zu kommen. Wir richten uns nach dem König und haben nun seine Anschauung übernommen. Sie war genau wie unsere, nur mehr davon. Mehr Anschauungen. So hat er was zum Wechseln. Wie welche? Er redet uns ein, wir hätten schon vorher gedacht, wie er, der nie denkt. Alles, was wir schon vorher gehabt haben, kehrt als Drohung zu uns zurück. Noch mehr Gewalt. Der König hat die Gewalt und bringt sie auch. Und er ist nicht dafür zu teilen. Das hat er gerade endgültig entschieden. Und damit macht er sie gültig bis zum Ende. Und alle anderen verfallen. Sind verfallen. Die Gewalt ist nämlich nichts Äußerliches. Falls Sie an Kindern beobachtet haben sollten, wie Sie Schaufel und Sandkübelchen teilen. Freiwillig. Und dennoch, im nächsten Moment schon fliegt dem Spielkameraden der ganze Eimer mitsamt Inhalt ins Gesicht. Die Gewalt ist nicht oberflächlich, obwohl wir das gern glauben wollen. Sie verschmilzt. Sie ist längst verschmolzen. Sie geht sehr tief hinein und dann hinunter. Von dort kommen dann dunkle Kräfte heraus und verschmelzen mit ihrem Krebs. Ihren Verlusten an Menschen und an der Börse. Dem Erdbeben in Italien oder wo immer. Sie trifft auf ihre eigene Gewalt, die auch allzeit bereit ist, hervorzubrechen und alles niederzumähen. Obwohl dieses Gras, das sie nicht haben wollen, das sie daher auch beim Nachbarn nicht haben wollen, dieses unschuldige, untadelige Gras, das ja nichts tut als wachsen. Ja, der Löwenzahn drinnen leider auch. Obwohl dieses Gras ihnen gar nichts getan hat. Außer, dass es halt da war und ihnen den Löwenzahn auch in ihrem Garten beschert hat. Und das hat ihnen nicht gefallen. Her mit dem Schnitter. Her mit dem Meer, der einen solchen Radau macht. Er fährt mit Benzin und kein Mensch überprüft seinen Auspuff, was da herauskommt. Bei den Autos macht man das schließlich auch. Überprüfen und den Motor der Überprüfung anpassen. Die Überprüfung kann sich schließlich nicht dem Motor anpassen. Sehen Sie, schon an mir können Sie sehen, wie Gewalt auf Gewalt in mir trifft, die immer vorhanden ist und wartet. Sie wartet, dass sie heraus darf. Dem Nachbarn fliegen die Blätter meiner Bäume um die Ohren. Nein, das geschieht ihm recht. Das gebührt ihm für sein blödes Gras. Ich weiß nicht, warum das Gras blöd sein soll. Doch so weit reicht mein Verstand nicht. So weit reicht mein Verstand nicht, dass ich das jetzt begrüne. Nein, begründe. Kein Verstand reicht mehr nach etwas. Keiner streckt die Hand nach etwas aus. Wir haben verloren. Mein Verstand versteht, warum das Gras so ist, wie es wächst. Aber dieses Gras samt dazu passendem Unkraut reicht eindeutig weiter. Es reicht bis zu mir. Es reicht mir die Waffe, die ich prompt gegen das eklige Unkraut richte. Das muss weg. Alles muss raus. Und Abzug. Also starten den Meer, nicht wahr? Ich habe mir dabei schon wieder eine Blutblase am Handballen geholt. Dort, wo die Hand aufhört und die Fingerchen zu arbeiten beginnen wollen und nicht können. Es gibt für sie nichts zu tun. Sowas spüre ich gar nicht. Da bin ich ganz auf fremdem Grund. Das hatte ich ja vor. Wo ist die Gewalt? Such das, Balli! Da ist sie ja fein. Die können wir gut brauchen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Falls Sie Ihre Weltanschauung suchen. Ich habe sie nicht. Habe mir die Welt nicht anschauen können. Wir anderen haben sie aber. Darauf können Sie sich verlassen. Sie können sie oder eine ähnliche, welche wir gerade da haben, jederzeit bekommen. Sie können das Weltanschauliche bekommen. Nein! Diese Welt ist ja nicht zum Anschauen! Furchtbar! Nehmen Sie unsere Brille von unserem Markenoptiker. Nicht von dem anderen, der Marken zwar führt, doch sie sind alle abgelaufen. Alle Modelle haben sich die Sohlen bereits abgelaufen. Ja, aber was bleibt denn den ärmeren Schichten übrig, wenn Sie auch was sehen wollen, das Sie nicht verstehen? Schauen Sie durch dieses zertifizierte Glas. Die Fassung ist egal, die können Sie auch verlieren. Das Glas ist einschneidend entscheidend. Dann sehen Sie besser! Noch einmal, ich erinnere mich aber nicht ans erste Mal, welches schon mehrmals vorgekommen ist und sich vorgedrängt hat, als wäre es wieder neu oder wie neu. Sie können das Weltansehnliche, nein, das haben Sie zwar auch, doch das Weltanschauliche soll es jetzt sein, das soeben zur Weltanschauung geworden ist, das können Sie sich an den Hut stecken. Und so zeigen Sie sich jetzt der Welt, damit Sie vorgereiht und deutlich erblickt werden können vor der Aussichtsplattform. Diese Aussicht sieht wirklich gut aus, besser als unsere Aussichten. Ob wir sie wohl bekommen werden? Nein. Ihnen zeigt sich die Welt heute nicht. Kommen Sie morgen wieder. Der Vorkämpfer zeigt sich, weiß aber nicht, wofür er gekämpft hat. Warum und wieso er vor allen anderen sein sollte, das versteht er nicht. Er kann kein Vorkämpfer sein. Er weiß ja gar nicht, wofür er kämpft. Er hat sich ja öfter gemeinsam mit seiner ansehnlichen Frau um Anschauliche gekämpft. Hat sie meist auch bekommen. Er kann alle bekommen und seine Finger in sie reinstecken. Überall kann er seine Finger drinnen haben. Alle und alles kann er bekommen. Er zeigt sich uns, schauen Sie nur hin. Scheuen Sie diesen Anblick nicht. Sie werden noch Schlimmere zu sehen bekommen. Er zeigt sich uns als Vorkämpfer einer bestimmten politischen und völkischen Prägung. Blödsinn. Völkisch nicht. Denn das Völkische muss er nicht betonen. Es gibt ja überhaupt nur ein einziges Land. Ein einziges Volk. Klar. Wir sind ja nicht bei den Deutschen. Ja, dort waren wir. Das Völkische ist vorbei. Das Völkische fällt schon mal weg. Er kann ich oder wir sagen, vielleicht sagt er auch das Volk. Aber das sind schon wir. Entschuldigung, wir sind natürlich ein anderes Volk. Keins, das wir waren. Aber eins und einig sind wir auch nicht. Genauso wenig wie das Volk. Das Reich. Und der neue Führer. Dass er neu ist, zeigt, dass er nicht gefährlich ist. Denn die gefährlichen Führer waren schon dran. So viele mussten sich nach uns richten, um uns zu richten. Was jedoch vorbei ist. Ja, da kann man nichts machen. Also gut. Der Vorkämpfer ist endlich da. Er ist angekommen. Die Urnen haben ihn bestimmt. Als man sie auskippte, war keine Asche drin. Seltsam. Er hat sich vorgekämpft. Sein Mund öffnete und schloss sich wieder. Das geht uns allen so. Und jetzt kann keiner mehr gegen ihn kämpfen. Er ist zu weit vorn. Man sieht ihn kaum noch. Wind und Nebel sind seine Verbündeten. Man sieht nichts. Man wird vom neuen Wind verblasen. Wie seine Rede. Na, vielleicht ist er bald wieder verschwunden. Dann sieht man ihn gar nicht mehr. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, ihn nicht zu sehen. Weil man an der falschen Stelle gesucht hat. So, Volk. Wählen Sie jetzt Ihren Vorkämpfer. Ach, auf den Vorkampf kommt's eh nicht an. Nur auf den Hauptkampf. Und er bestreitet ihn? Er bestreitet alles. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, alles abzustreiten. Ja. Auch die Universität für Häuser verkauft. Welche aber immer nur Menschen verriet und verkaufte. Das wird jetzt abgegolten. Aber auch das wird er euch vergelten. Irgendwann kommen auch Sie garantiert als Erste dran, wenn Sie sich brav anstellen. Wenn Sie sich geschickt anstellen. Wobei, auch immer. Doch hier ist Ihr Vorkämpfer. Ich habe ihn persönlich zur Sprache gebracht. Seither spricht nur er. Dem müssen Sie jetzt einfach nur zuhören. Danach dürfen Sie ihm von mir aus nachrennen. Und die Sache hat sich. Wer mich liebt, der folge mir nach. Doch, aber allen anderen auch. Was er nun wieder nicht wollte. Haben Sie schon gewählt? Wir haben schon. Vielen Dank. Morgen kommt ein anderer dran. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis morgen ist. Und dann wird ein anderer Morgenluft wittern und heraufsteigen zu uns. Ist das nicht nett von ihm? Und im Grunde werden auch die Gegner und die Rückwärtsgewandten irgendwie vorankommen. Wissen aber nicht, wohin. Nein, um zu drehen brauchen Sie sich nicht. Das sind solche, die an Ihrem Rücken die Scheinwerfer angebracht haben. Anstatt vorne. Damit Ihnen keiner in den Rücken fällt, wenn Sie Ihr Feld bestellen. Das jetzt der Bank gehört. Ja, das Haus auch. Das haben schon die Vorwärtsstreber genommen, die alles so haben wollten und Ihnen weggenommen haben, weil Sie es woanders nicht bekommen konnten. Sie konnten es nicht hinbekommen, so wie es einmal war. Und wohin Sie hartnäckig zurück wollen. Das Auto haben Sie ja noch. Es ist hoch beladen mit Habseligkeiten, für die Sie kein Haus mehr haben. Das hat jetzt die Bank. Gut so. Die Zinsen waren höher als das Haus. Äh, nein, äh, als das Haus wert war. Sie, wenn Sie noch mehr auf Ihr Autodach draufpacken, gibt's ein Autodach fehl. Da geht alles in Flammen auf, weil das Auto nicht mehr atmen kann. Keine Ahnung, woher es dann den Sauerstoff nehmen wird. Was brauchen Sie, einen Vorkämpfer, falls Sie eh nur zurückwollen, wo der Bretterzaun mit dem schiefen Verkaufsschild Ihnen die Sicht versperrt? Ihr eigenes Haus würden Sie wohl eher nicht zurückkaufen, oder? Kein Haus mehr, kein Schutz mehr. Keine Wahrheit. Kein Besitz. Sagen Sie, prüfen Sie mich jetzt. Ich kann es erklären, wieso wir alle den Banken gehören, die zuvor gerettet werden mussten. Denn wären Sie nicht gerettet worden, wären ja wir gerettet gewesen. Fahren wir fort. Das müssen wir sowieso. Nur mit dem schwierigen Anhänger ist es etwas mühsam. Unser Zugfahrzeug ist zu schwach dafür, obwohl mit uns die alte Zeit davonzieht. Die neue sehen wir nicht mehr. Wir sehen Sie nicht mehr. Andere sehen Sie noch nicht. Gehen Sie ruhig durch die Menge hindurch. Sie wird sich nicht vor Ihnen teilen. Und sie wird nicht mit Ihnen teilen. Sie können Ihren Führer derzeit nicht sehen, weil Sie dermaßen blind nach vorne stürmen. Weil Sie glauben, dort gibt's was gratis. Sie wissen aber nicht was. Sie wissen bloß, dass dort was verschenkt wird. Ein Wahlgeschenk, das nicht ein Geschenk Ihrer Wahl ist. Aber wer schaut schon nach, wenn etwas gratis ist? Das mit den Geschenken macht er, damit Sie glauben, Sie können ihm nachlaufen. Dabei ist er längst hinter Ihnen her. Wenn der nach vorne drängt, gibt es einen Zusammenhalt. Nein, den Halt hat es davor gegeben. Jetzt gibt es einen heftigen Zusammenbrei. Einen Zusammenstoß zwischen denen, die zurückdrängen, weil ihr Anführer ja hinter Ihnen ist. Und denen, die nach vorn drängen, weil sie noch nicht kapiert haben, dass er jetzt von hinten anschiebt. Wenn Sie nur wüssten, wohin? Na, 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 na. Jetzt machen Sie ihn bloß nicht zum Sündenbock, nur weil Sie nicht wissen, wo er ist. Oder hat der sich etwa von hinten vertönisiert? Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist er denn hin? Wir machen ihn zur Sau. Zu der Sau, als die vorher wir immer durchs Dorf getrieben wurden. Denn bis in die Stadt haben wir es nicht geschafft. Die Stadt hassen wir. Die Stadt hassen wir, weil sie uns nicht aufgenommen hat. Nicht einmal in ihre Nähe hat sie uns gelassen. Jetzt üben wir Gewalt aus. Das ist das Wesen der Gewalt, das die Hingabe verlangt. Äußerste Hingabe. Ja, auch Übung, sonst könnten wir sie doch nicht ausüben. Die Gewalt ist in uns. Sie ist bereits in uns. Wir haben uns ihr hingegeben und dann war sie gar nicht unser Liebhaber. So einen entsetzlichen Typen hätten wir nie haben wollen. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Sein Haar? Das wollten wir nicht. Das haben wir nicht gewollt. Wir haben ihn aber bekommen und jetzt befindet er sich in uns. Wir opfern uns für ihn. Wir opfern uns ihm. Doch dieses Opfer versöhnt ihn nicht. Er will in seinem Wolkenkuckuckskratzer wohnen bleiben. Dort, wo das viele Gold ist. Ich glaube, das ist nicht echt, weil es so viel ist. Und von dort her wird er uns Ordnung verordnen? Bitte, Sie Anlasser des Gefühlsgenusses, steigen Sie ruhig aufs Gas. Wollten Sie denn nicht auch genau dorthin? Zurück? Nach hinten? Was drängeln Sie dann so? Das verstehe ich nicht. Aber was verstehe ich schon? Da wird einer vorbeigetragen. Keine Ahnung. Es wird wohl der Gegner und der Rückwärtsstrebende an sich sein, der seine Verstrebungen sucht, sonst fällt er um. Also, die werden von der Weltanschaulichkeit des Menschen getragen, nicht wahr? Nein. Nicht wahr. Das hatten wir schon mal, dass etwas nicht wahr war, wie es aber dennoch behaupteten. Der Mensch trägt also seine Weltanschaulichkeit auf dem Rücken. Egal, ob sie anschaulich ist oder nicht. Die Welt ist immer da. Besser, er schaut sich die Welt einmal in Ruhe an, bevor ihr Besitzer kommt und uns mit einer Waffe bedroht. Doch wir haben unsere eigene Waffe. Weil jeder eine hat. Jeder seine. Jeder hat seine Fakten und jeder andere hat auch seine Fakten. Aber andere? Natürlich sind die nicht gleich, aber sie sind alle beide wahr. So hat jeder eine Waffe gegen jeden. Eine Selbstverständlichkeit. Es wird uns gesagt, er werde nie erwählt werden. Und das haben wir geglaubt. Er wird selber wählen dürfen, aber erwählt wird er nie sein. Das haben sie uns garantiert. Und jetzt soll der Garantieschein schon abgelaufen sein. Der läuft doch erst in zwei Jahren ab, wenn das Gerät auseinanderfällt. Das ist so eingeplant. So können sie zuschauen, wie die lügnerischen Bedeutungen, etwas würde ewig halten, an ihrer eigenen Sollbruchstelle zunichte werden. Und sie können auch erkennen, welche Kraft sie hatten, jetzt, da es zu spät ist. Und sie das Gerät, das nicht durch ihre Gewalt, sondern von ganz alleine kaputt gegangen ist, entsorgen müssen. Und dann müssen sie sich noch mehr Sorgen machen. Das ist jetzt alles überholt. Es ist nicht überholt worden, denn dann wäre es ja wieder wie neu. Die haben sich ihren Sieger berechnet. Wer sind die überhaupt? Und wer ist der Sieger? Der Mann der Gewalt, der er selber gleichgültig gegenübersteht. Er wendet sie an, aber sie wird nicht auf ihn angewandt. Da kann er sicher sein. Sie haben ihn als Sieger berechtigt. Und da ist er schon, der Sieger. Und seine gesamte Familie, die kommt ja noch dazu. Auch wenn sie einmal vielleicht nicht kommt, obwohl das Fernsehen immer schon da ist. Das ist schon vorher da. Es muss sich ja auf den Sieger einstellen. Es muss die Schärfe auf ihn ziehen, was heute recht schnell geht. Der König ist schon scharf genug. Und die Besinnungslosigkeit des Berechnens seiner Anhänger, jener, die ihn gewählt haben, tritt auf dieser frisch ausgedruckten Quittung, welche aus einer Registrierkasse quillt, klar zu Tage. Und sie stimmt nicht, die Quittung. Es ist zu wenig angeführt und abgeführt worden. Denn Anhänger allein ist zu wenig. Einen Anhänger kann jeder Pkw haben, wenn er nur stark genug ist, einen Tennisball auf der Anhängerkupplung zu tragen. Ich sehe dessen Zweck nicht. Aha, sehen kann ich ihn noch immer nicht. Aber er dient dazu, dieses unter der Stoßstange hervorragende Teil beim Einparken zu schützen. Also die anderen Fahrzeuge vor ihm zu beschützen. Oft glaubt man ja, man schützt sich selbst und dann schützt man andere. Peinlich. Oft kann er es nicht, den Tennisball tragen. Den Anhänger ziehen. Keine Ahnung. Ich sagte es schon, wenn der Fahrer zu schwach dazu ist, dann zieht der Anhänger die Zugmaschine, oder? Nicht umgekehrt. Einen Anhänger kann man verlieren. Man muss nur der Anhängerschaft Ausdruck verleihen. Das ist hiermit geschehen, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, und diese Ohnmacht. Nein, ich meine natürlich diese Besinnungslosigkeit. Wie ich vorhin schon sagte, diese ohnmächtige Besinnungslosigkeit, die wir jetzt feststellen, ist in das historisch überlieferte verkleidet worden. Wie die Klinik-Clowns mit ihren roten Aufstecknasen. Man sieht nicht mehr genau, wer dahinter steckt. Doch man ahnt es, falls man die betreffende Person kennt. Das Licht wird diffus. Jeder sieht etwas anderes im Hintergrund, durch den Nebel hindurch. Etwas, das aussieht, als wäre es immer schon da gewesen, als wäre die Macht ewig, die dahinter steckt. Was sie ist, was sie ist. Dabei ist die Wahrheit nur dazu da, dass man sie erkennt, egal, als was sie sich verkleidet hat und wäre es nur an einer kleinen, unwichtigen Stelle, an der Türme niedergefallen sind. Das war ein guter Gedanke, allerdings nicht meiner. Wieso ist das Überlieferte jetzt nicht geliefert worden? Schon wieder nicht. Wir haben es doch vor drei Wochen mit unserer Kreditkarte bezahlt. Obwohl unser Kredit längst aufgezehrt ist und wir uns nichts dafür kaufen konnten und uns selber liefern lassen müssen. Drohnen von Drohnen zu Drohnen. Ein Sieg der Bequemlichkeit? Die Besinnungslosigkeit ist aber sinnlos. Wir haben völlig ohne Grund unsere Besinnung verloren. Und wenn wir uns besonnen haben, dann hat es uns nichts genützt. Oder es ist dann zu spät. Das Besinnen nützt nie was. Es ist wie durchgekauten Kaugummi aufheben und nochmal durchkauen, mitsamt dem Dreck, der daran klebt. Das, was überliefert ist, kann gar nicht mehr geliefert werden. Es ist aus. Es ist nicht ausgegangen. Es ist ja schon da. Allerdings anders, als es je gewesen ist. Man erkennt es nicht wieder. Es hat komplett seine Form verloren. Was sagt der König? Wir sollen ihn fortschaffen. Ihn verstecken. Ihn töten. Ins Meer werfen. Was weiß ich noch alles. Das meint er nicht ernst. Keine Sorge. Wir sollen uns nur daran gewöhnen, dass er genau das mit anderen vorhat. Der König wendet gegen sich Gewalt an, nur damit wir uns daran gewöhnen, dass diese Gewalt später gegen uns gewendet werden wird. Und kein Opfer wird uns wieder versöhnen. Und die Vorstellung, nein, die Vorlesung, dass jeder Mann und Frau zugleich sein kann, wenn er nur will. Ganz wie gewünscht. Nichts ist ja festgelegt. Nur für die Ewigkeit droht uns allen dasselbe. Diese Vorstellung findet heute in einem anderen Hörsaal statt. Nur hören werden wir sie nicht, obwohl das Bildmaterial vorhanden ist. Die Vorlesung wird abgesagt und auch sonst sagt keiner was. Der einzige Unterschied zwischen dem König und seinen Gegnern. Und hier kann der eine nicht der andere sein. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Und zwar für gute Kinderkost. Hip, hip, hurra! Der einzige Unterschied rührt daher, dass der König in zeitlicher Abfolge als erster auftritt und ab sofort vor allen anderen kommt. Das wurde von uns so bestimmt. Und so wird es bestimmt stimmen. Mehr ist da nicht. Wollen Sie das neueste Orakel hören? Nein, wollen Sie nicht. Sie haben an dem Gestrigen noch zu kauen, welches sich heute schon einmal nicht bewahrheitet hat. Habe ich mir gedacht. Ist auch nicht nötig. Wer? Warum sollten wir etwas wissen? Wo Wissen nichts nützt und nichts bringt und sinnlos ist und überhaupt... Ach, wären wir nie gekommen. Aber jetzt sind wir nun mal da und füllen die Plätze und brüllen und Opfern und Gewalttätigen. Denn irgendwie tätig sollte jeder sein. Das nützt seinem Körper, anderen Körpern aber leider nicht. Wer führt uns an? Den anderen Anführer kennen wir und wollen wir nicht. Den, den wir wollen, kriegen wir nicht. Der Denker will den Führer führen, hat ihn aber irgendwo auf halber Strecke verloren, weil er ein Signal, das alle Völker gehört haben, nur er nicht, übersehen hat. Verloren an einem Ort, wo er nichts verloren hatte, der arme Denker. Das wäre sowieso nicht gegangen. Ein Geist ist selbst gegangen. Er ist beleidigt, dass er nicht führen darf, wo er doch eigens diesen Führerschein... Allerdings nicht den Verlast war. ...diesen Führerschein gemacht hat und jetzt ist er selbst eine Last für den Führer. Oje, das wollte er nicht. Er ist vielmehr... Nein, er ist nicht viel mehr. Er ist der, der immer vom Führer angeführt wird. Also umgekehrt. Das Denken fällt in sich zusammen, ohne dass der Denker es gemerkt hat. Und wenn er es braucht, dann hat er es nicht. Es funktioniert nicht richtig. Auf dem Garantieschein war das falsche Datum eingetragen. Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Der muss auch erst eingetragen werden. So. Und der Denker ist jetzt schon kaputt, bevor wir ihn anhören konnten. Den blinden Seher kann man hingegen schon führen. Er braucht das geradezu. Ohne Führer schafft der Seher es nicht, dass er nichts sieht. Genau. Natürlich sieht er nichts. Das ist halt seine Natur, nichts zu sehen, wie wir alle nichts sehen. Wer also sollte ihn führen, bis er seine Gemeinheiten losgeworden ist? Ich sehe schon. Ich sehe es natürlich nicht. Ich sehe es. Aber auf eine verinnerlichte Weise, mit Augen welche nach innen strahlen. Dieser Mann besitzt die Wahrheit. Die ein Geheimnis ist? Die kein Geheimnis ist. Wir haben sie schon längst erfahren und leider falsch weitergegeben. Jedenfalls nicht so, wie wir sie erfahren und auch nicht kapiert haben. Wir haben noch keinen Führerschein. Wir haben nur die Auflagen, die unser Bett schützen, damit es nicht unter uns durchgeht und damit wir in der Nacht zu Hause bleiben und Gewalt gegen unsere Liebsten ausüben können. Wie mit der. Da gehe ich aber schon wieder von mir aus, was ich nicht sollte. Und Kinder sind mir gar nicht erst geliefert worden. Amazon behauptet, sie seien im Lager verloren gegangen. Ist mir recht. Ach, ich habe ja einen Schein. Ich habe den Lappen. Mit dem kann ich das Vorzimmer, das Bad, das Klo und den Küchentisch putzen. Mit ein und demselben. Hätte ich jetzt ganz vergessen. Wir haben es ja gleich gewusst, dass wir es wissen. Was auch immer. Und nützt uns das was? Und haben wir blinde Seher dafür gebraucht? Nein. Also eins weiß ich jetzt schon. Dieser Mann hat keinen Verwandten umgebracht. Das wissen wir mit Sicherheit. Die sind noch alle da und stehen vor den Kameras, aufgereiht, wie Hunde in der Hundeschule. Nicht. Die muss man erst anschreien. Und das sehe ich dem Seher, nein dem nicht, das sehe ich dem König schon von Weitem an. Es ist völlig unmöglich, dass er seine Mutter geheiratet hat. Sie wäre ihm viel zu alt und hässlich. Die würde er nicht anfassen. Was behauptet diese Frau da? Dass er sie angefasst hätte? Das hätte er nie getan. Sieht ja jeder, dass die nicht seine Kragenweite und sogar tot und zudem noch verwandt mit ihm ist. Das hat er nicht nötig. Geheiratet werden immer nur Jüngere und Schönere. Die erkennt man überall sofort. Dafür brauchen wir keinen Seher und bezahlen ihn auch nicht dafür, dass er sagt, was er erfahren hat. Was wir jedoch alle schon längst wissen. Und uns im Geschichts-, nein, im Gesichtsbuch jederzeit anschauen können. Die dazu passende Wahrheit werden Sie noch kennenlernen. Die werden Sie hören. Vielleicht nicht von mir. Sogar sicher nicht von mir. Denn ich kenne sie nicht. Ich habe sie einmal gekannt, als sie noch so klein war. Aber jetzt haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hören werden Sie sie auf alle Fälle. Sie werden hören, wie die Wahrheit umfällt, da keiner sie gestützt und immer nur geschmäht hat. Sehen werden Sie sie nicht mehr können, denn sie werden blind sein. Und nicht einmal Ihre Blindheit wird auf Ihrem Mist gewachsen. Sie wird Ihnen zugefügt worden sein. Was? Was? Sie wollen genauso eine Blindheit, wie der Seher eine hat? Nur in einer anderen Farbe? Haben wir nicht. Der König hat alle Blindheit aufgekauft, weil er deren Vorteile gesehen hat. Einem Blinden glaubt man alles. Er kann ja nicht lügen, weil er die Wahrheit nie kennenlernt. Stammt dies alles aus seinem Hirn? Oder ist das die Erfindung eines anderen? Der Blinde glaubt, dass die Wahrheit Macht und Kraft besitzt. Das stellt er sich so vor, weil er der Einzige ist, der ausspricht, was Sache ist. Und ins Elend gestoßen werden wir sowieso alle. Und der König erschlägt den Seher, damit er, the King, selber blind werden kann. Damit er endlich der Einzige Blinde sein kann. Sogar die Blindheit gönnt er keinem anderen. Keine Stimme gönnt er einem anderen. Er stimmt selbst sein Lied an und zwitschert es hinaus. Mehr als hundertmal die Stunde. Er hat ja auch was zu sagen. Dann, wenn der König es ausspricht, ist es total egal, was er sieht oder sagt. Es stimmt auf alle Fälle. Wenn der König blind ist, was wollen dann Sie sehen, wenn schon der König nichts sieht? Da gibt's nichts mehr zu sehen. Er hat schon alles gesehen. Er hat sich alles angeschaut und dann entschieden. Warum also überhaupt blind werden? Das zahlt sich ja gar nicht aus. Das wird einem zwar in kleiner Münze ausgezahlt vom Schicksal. Doch wenn Sie Ihre Auszüge betrachten... Nein, nicht die Anzüge natürlich. Die Auszüge. Nachdem Sie aus Ihrem Haus ausgezogen sind, kriegen Sie ja immer noch Ihre Kontoauszüge. An welche Adresse auch immer. Wenn Sie also Ihre Auszüge betrachten, dann merken Sie, Das Schicksal nimmt kein Bargeld. Das will drahtlose Bezahlung. Also ist es bloß Schein. Wo sind denn die ganzen Scheine hingekommen? Ja, das ist ein Geldschein. Doch er geldet jetzt nicht mehr. Nein, die vielen Münzen meine ich, die zumindest nach viel aussahen. Die gelten aber auch nicht. Die schon gar nicht. Was? Alle blind? Der König blind und seine Untertanen. Alle? Der Seher auch blind. Wer sieht denn da noch was in diesem Staat, der so viele beherrscht? Alle Länder beherrscht. Nach Belieben. Wofür sie ihn nicht lieben, das ist ihm aber egal. Die einen schiebt er ab. Die anderen schiebt er dorthin, wo er sie braucht. Die nächsten lässt er gar nicht mehr herein. Andere wieder schiebt er vor, damit er es nicht gewesen sein wird. Es wird einem schon gesagt und auf Bildern gezeigt, wer wer ist. Aber wenn man sie nicht sieht, können sie da nicht ein anderer sein? Was weiß ein Blinder wie ich? Also ich finde, eine blinde Seherin ist schon eine bemerkenswerte Wandlung von Sehen zu wissen, ohne je gesehen zu haben. Das ist mein Schicksal. Egal, sie müssen alle raus, dann kommen wir dran. Geduldig stellen wir uns dumm an. Der König will es so. Aber er will unvorhersehbar sein. Wie, sagt er es? Wie immer besser als ich. Niemand wird uns je berühren. Anrühren? Anrühren? Erreichen? Da möchte ich mich anschließen, weil ich so unvorhersehbar bin und schon selber mit dem Löffel sehen kann. Ans Messer traue ich mich noch nicht. Das hat schon ganz andere geblendet als mich. Bin eher eine Blenderin. Weshalb? Deshalb. Das sagt er. Aber alle werden dir sagen, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Es gibt dann keine mehr, die nicht an die Geburt des Herrschers glauben, mit der das Verhängnis überhaupt erst angefangen hat. Aber daran kann er sich nicht erinnern. Er kann sich an seine Geburt, auf welche furchtbare Dinge folgten, nicht erinnern. Darauf basiert unser Leben, dass wir uns nicht erinnern werden können. Auch der Schutz der Umgebung wird verschwinden. Der des Ungeborenen wird kommen. Die Mauer an der riesigen Grenze. Nein, beide riesig. Mauer wie Grenze. Diese Mauer wird aus Heidelberger Zement, dem Besten der Welt. Weil er so nach Bildung, nein, nach Bindung lächzt. Diese Mauer wird erstehen. So viel steht fest. Wasser und Schotter dazu. Ja, Kalk auch. Womit wollen Sie sonst die vielen Leichen bedecken? Schon haben wir sie, die Mauer. Größer, als wir sie uns vorstellen können. Sie wird geboren werden, damit die anderen nicht mehr geboren werden können. Jedenfalls nicht bei uns. Wir sind ein Amerikaner. Wir sind ein Amerikaner. Jetzt aber nicht mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und er wird dazu noch versperrt sein. Das werden wir Ihnen versauen oder im Rio Grande eintränken. Das werden wir Ihnen eintränken. Und das Geld dafür, das wir nicht ausgeben werden, weil der Nachbar es ausgeben wird müssen, werden wir unseren Veteranen geben, die für uns so hart gekämpft und trotzdem verloren haben. Die Idioten. Die kriegen es jedenfalls. Sie kriegen ihr Geld, ob sie es verdient haben oder nicht. Verdient haben sie es nicht, weil sie so stark verwundet wurden. Die haben nicht gefragt, was ihr Land für sie tun kann. Sie haben es für ihr Land getan. Die haben sich verwunden lassen, die Töpel. Wie soll man mit solchen Leuten Krieg führen, wenn die sich dauernd verwunden lassen? Der König wird Ihnen zeigen, wie es geht und wo es lang geht. Der wird alle verklagen. Aber wirklich alle. Wenn aber eine andere klagt, dann wir natürlich auch. Wissen aber nicht warum. Wir werden, was uns versichert worden ist, nicht glauben und Schluss damit machen. Wir werden auch mit der Versicherung selbst Schluss machen. Mit allem werden wir aufhören. Egal, was es ist. Mit etwas anderem werden wir beginnen. Egal, was es ist. Und egal, wie viel Zeit über die Geschehnisse hinweg eilen wird, die wir noch bestimmen müssen, sonst wissen die Geschehnisse ja nicht, wo sie geschehen sollen. Und es wird friedenbringende Einmütigkeit herrschen, in Gestalt des mutigen, einzigen, alleinigen Herrschers. Ab jetzt, Marsch, zum Positiven. Die Kinder werden aber vielleicht mitversichert werden. Das versichert der König uns eigenmächtig und mächtig. Und warum? Äh, weil ich es sage. Ich bin aber nicht ich. Ich habe keinen Sohn. Kein Sohn wird durch den König sterben. Der König wird kein Sohn sein, der selber stirbt. Ich weiß nicht. Sie haben drei Wege zur Auswahl. Suchen Sie sich einen aus. Dann gebären Sie in Ruhe. Nein, in Unruhe gebären Sie den Erlöser. Dann binden Sie ihm die Füße zusammen und werfen ihn. Sagen Sie, so macht man das. Sie nehmen ihn an den Füßen wie eine Handtasche am Henkel, nicht wahr? Und dann gehen Sie mit ihm in ein unwegsames Gebirge. Mein Gott, da ist keinst. Ja, dann suchen Sie halt eins. Was soll denn daran wieder so schwierig sein, auf Wehrlose, denen die Hände gebunden sind, ja die Füße jetzt auch hinzuschlagen? Was ist das Problem? Was sagen Sie? Sie werden nicht zum Mörder Ihrer Kinder? Es sind zu viele. Und einige brauchen sie noch zum Regieren. Denn über die eigenen Kinder kann man immer regieren. Die kann man unter seine Fuchtel nehmen. Was aber machen wir mit dem Rest? Den restlichen Unmündigen? Ich würde ja sagen, besser kein Mund als keine Augen. Was mich betrifft zumindest. Ja, auch die Tochter, auch die wird dirigiert und abreagiert. Die ist sogar ganz besonders. Wir müssen Sie nicht stehlen. Wir wissen, woher wir Sie nehmen. Wir haben Sie ja schon. Da ist sie ja! Man greift in Sie hinein und Sie herrscht einen an. Die lässt sich nichts gefallen. Also lassen Sie sie doch. Von der haben Sie nichts zu befürchten. Oder war es umgekehrt? Hatte Sie was von Ihnen zu befürchten? Der Vater vom Kind, diesfalls eine Tochter. Daher stimmt sowieso nichts, was gesagt worden ist vom Blindensänger. Nein, er ist Seher. Also der Vater sagt zu diesem Seher, du bist schuld. Und der Seher antwortet, du bist schuld. Das nennt man ein Unentschieden. Das Äußerste, was wir im Fußball zu erreichen vermögen. Da steht sie also, die Tochter, und hört den Urteilspruch und klimpert mit ihrem Armreif. Sie ist nicht arm, sie ist reich. Es müsste eigentlich armreich heißen. Wann werde ich endlich mit diesem Blödsinn der Worte aufhören? Die stehen da am Rednerpult, weigern sich aber, was zu sagen. Bitte. Ich muss doch auch ein bisserl Spaß haben beim Schreiben. Das verstehen Sie sicher. Ich bediene ja keine Kreissäge, die unermessliches Leid erzeugen kann. Ich habe keine Bretter. Was? Diese da? Diese Bretter sind schief. Sogar für einen Sarg zu schief. Egal wie dick sie sind, sie sind unbrauchbar, weil da überall Blut ist. Aber wir waren bei der Tochter. Nein, die lässt uns ja nicht. Und obwohl sie gebenedeit ist unter den Weibern, hat eine Tochter überhaupt keine Handlungsfreiheit. Bitte, sie hat eine Freiheit. So viel, wie man ihr gibt. Aber Handlungsfreiheit hat sie nicht. Bitte, sie kann eine Handlung haben oder setzen. Sie kann auch frei sein. Mir wäre lieber, sie wäre es nicht und würde weiter ihre Armreifen vertreiben, die nicht bei ihr bleiben sollen. Aber sie kann nicht handeln. Kann sie nicht? Die bringt den Vater garantiert nicht um. Hat ja gar nicht das Zeug dazu. Die Väter haben jeden Grund, das Schlimmste von ihren Söhnen anzunehmen. Von diesen aber nicht. Nein, auch von der Tochter nicht. Das Schlimmste müssen andere tun. Der König ist nicht nackt. Er ist blind. Wer hätte gedacht, dass ein blinder Blender, der sich alles selbst zugefügt hat, auch die Verblendung, dass so einer, außer seinem blonden Haar und den allzeitbreiten Banken, die von ihm schon oft einen Haarschnitt verpasst bekommen haben, Sogar einen besseren als seinen eigenen, dass so einer überhaupt Gegner hat. Was macht er, dass er keine Gegner hat? Ein König braucht Gegner. Er wächst an ihnen. Es schienen ja zuerst alle seine Gegner zu sein. Das war unser Fehler. Unsere Täuschung. Zu denken, wir wären schon alle. Wo alle sind, gibt stets noch mehr von denen. Und alle sind nicht wir. Und alle sind wir nicht. Jeder von uns lehnt ihn ab. Das kennt der König schon. Aber er glaubt es nicht. Und ich kenne nur solche, die ihn ablehnen. Jeder in unserem Umkreis, also diejenigen, die ich kenne, jeder glaubt, er sei fähig, die Gewalt zu bewältigen, die jetzt kommt. Oder nicht kommt. Oder gleich von ihm kommt. Von wo denn sonst? Gut so. Endlich wird eine Revolution gemacht. Die brauchen wir schon lang. Sonst würden sie ja ab sofort noch 50 Jahre schlafen. Revolution? Man weiß es derzeit nicht. Wir hören noch des Königs Versprechen und werden sie ihn nicht halten lassen. Wir werden ihm noch heiß aus den Händen reißen. Er wird auf die Frauen Acht geben, sagt er, weil er Respekt vor ihnen hat. Frauen für ihn! Er fasst nach dem, was er soeben hörte. Frau? Verwirrt ist mein Geist. Erschüttert mein Herz. Äh, was soll ich ein geschiedener Mann denn machen? Es gibt ja so viele Frauen. Gut, du bist jetzt die Einzige. Doch die anderen sind auch immer alle griffbereit, damit man auf ihnen schöne Melodien spielen kann. Auf ihrem Griffbrett. Wir machen niemals Ferien, wenn wir König sind. Und wir nehmen kein Geld dafür. Und wir wohnen überhaupt ganz woanders, damit man uns nicht findet. Dort ist der Thron, aber dort springen wir nicht. Dort bröten wir nur Unheil aus. Das ist überhaupt das Beste. Wir nehmen gar kein Geld. Das Geld dafür haben wir schon. Und wenn die Bank es hat, muss sie es hergeben. Dann wieder muss sie auf vieles verzichten. So ist das mit den Banken. Einmal unten. Einmal oben. Damit wir zu ihnen hinaufschauen müssen. Wir bringen diese Frau ins Gefängnis. Unsere Gegnerin. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Vielleicht nicht das Letzte, aber für sie wird es das Letzte sein, was sie von uns zu sehen bekommen wird. Eine verschlossene Tür, vor der die Wächter stehen, damit sie nicht wieder rauskommt. Allerdings fragt auch keiner nach ihr. Vergessen wir sie. Sie kann unsere Legitimität jetzt nicht mehr schwächen. Das ist gelaufen. Es wurde von viel, doch nicht zu viel Volk entschieden. Vielen Dank, dass Sie sich so entschieden für den König ausgesprochen haben. Da muss er nicht mehr viel sagen. Der König kann nicht gut werden, ohne seine bösartigen Seiten zu verlieren. Welche von ihnen dreht er uns jetzt zu? Zu den Syrern. Wer soll denn das sein? Ich sagte Syrer. Nicht Syrissa? Der Mann kann das einfach nicht auseinanderhalten. Wendet er sich den Störern zu, die wir erst nicht hinein und dann nicht mehr hinauslassen, wie den Russen? Den wollen wir nicht. Und dennoch ist er da. Wo? Also den Russen wollen wir schon. Andere Russen vielleicht nicht. Wollen wir ihn etwa doch? Wollen wir sie alle? Keine Ahnung. Da habe ich etwas falsch verstanden, glaube ich. Also die Störe. Nein, 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 die nicht. Die Störer, die noch draußen sind, dürfen nicht rein. Und die drinnen sind, die müssen raus. Von mir aus ins offene Meer, in das sie hineinfallen und ausgeräumt werden. Aber wer räumt danach das Meer von ihnen? Den wimmernden Nichtschwimmern, die alles versauen? Das sieht ihnen ähnlich. Allerdings freuen sich die Fische. Ja, so stimmt sie irgendwie. Genau muss es nicht sein. Unbestimmt wie eine Pflanze bin ich selbst, bevor man mir ein Instrument ansetzt, das ich nicht mehr spielen kann. Ich setze die Seersprüche jetzt fort. Oder ich mache vielleicht etwas ganz anderes. Was meinen Sie? Die Seersprüche sind schon lang festgesetzt. Ihre Folien werden jetzt an die Wand projiziert. Ich weiß aber nicht, wie man das macht. Warum also soll ich sie aufschreiben, wenn ich doch nicht weiß, wie ich sie Ihnen zukommen lassen kann? Ach so, dort stehen Sie ja schon längst. Nicht dort, wo Sie schauen. Nicht am Fußboden. Der ist nur abgetreten von Ihrem Leben, das Ihnen sagt, Sie sollten längst selber abgetreten sein. Nein, auf die Wand müssen Sie schauen. Dort wird etwas hingeworfen. Dort stehen Sie schon. Dorthin haben sich die flüchtigen Elektronen geflüchtet. Auf allen anderen Flächen hingen Bilder. Die blöden Sprüche. Sie müssen nicht erst angenagelt werden. Sie können ganz von alleine stehen und sogar gehen. Und Sie kleben jetzt. Je nachdem. Genau wie wir es wollen. Und was wir von Ihnen wollen. Wir brauchen keine Seher. Wir haben ein Netz, in dem sich jeder verfängt, der blind hineingreift. Das Netz zeigt einem seine Grenzen, welche in seiner Grenzenlosigkeit liegen. Überall ist es schon gewesen, wohin Sie auch geschaut haben, was Ihre Verwandten so machen, die Sie jederzeit anrufen könnten. Bisse nicht. Greifen Sie zu. Das dürfen Sie nicht versäumen. Das dürfen Sie sich aber nicht wie die Speichen eines Rades vorstellen, das Ihnen die Hand zertrümmert, wenn Sie reingreifen. Eher wie ein Licht. Es sind dieselben oder ursprüngliche oder gleich ursprüngliche Teilchen jetzt fest bei der Arbeit und drehen das Licht auf und wieder ab. Ganz wie Sie wollen. Der Kühlschrank bestellt von sich aus das Katzenfutter. Von mir aus. Das ist das Besorgen der Bestellen, denn er besorgt es auch gleich selbst. Sehr praktisch. Dieser Kühlschrank sieht mehr als Sie. Was nützt also das Licht dem Blinden? Es ist wie in die Luft greifen. Kein Widerstand, aber alles da. Alles schon da. Kein blinder Seher nötig. Die Geräte arbeiten alle von allein. Wozu einen Seher bestellen oder ein Seher eine Seherin gar selber sein. Noch dazu, wo eh alle blind sind. Unter Blinden kann kein blinder König sein. Er glaubt es nur, der blinde König, welcher ohnehin das Netz oder Teile von ihm, ja, lieber bloß Teile, vom Netz abdrehen möchte. Die Blinden sind alle gleich, zumindest bis zur gleichen Feier, wie Sie das jüngste Gericht nennen. Da können Sie sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen, falls Sie sie finden, dass Sie es überstanden haben. Da wird etwas gesagt, sofort dann sein Gegenteil, welches nahtlos daran anschließt. Alles ist wahr, was gesagt wird. Das heißt, alles ist wahr und alles ist falsch. Was brauchen wir noch sehr? Wir brauchen Sie nicht. Wir können schon selber fernsehen oder anderen ins Netz gehen. Wir können schon ganz alleine die Ferne bedienen. Dort werden wir es endlich bequem haben. Sie sagen uns, und das war schon immer so, Sie sagen uns, Sie sind schuld. Aber er ist schuldiger. Sie sind Schuldner. Er ist schuldiger. Der Blinde spricht zu den Blinden. Das Netz ist nur zur Orientierung gespannt, damit keiner über den Rand der Klippe stürzt. Wenn man die Hälfte davon abdreht, kann es zu einer Katastrophe kommen, falls sich darin noch Menschen aufgehalten haben sollten. Zum Beispiel ein paar hundert polnische Bauarbeiter ohne Helme mit wären Sie zu teuer gewesen. Vorschlaghämmer hatten Sie. Diesen Vorschlag konnten Sie nicht ablehnen. Es mit ohne zu machen, dann ist es billiger. Blödsinn! Umgekehrt! Teurer! Aber das ist doch schon alles umgekehrt worden. Nichts ist rausgefallen. Und da ist also ein Loch entstanden. Da fehlt was. Wird aber sicher bald zugebaut werden. Das hat er ausgeschaltet, damit er nicht selbst ausgeschaltet wird. Aber jenseits davon breitet es sich ja auch aus. Die Unordnung breitet sich aus, denn bei einem Netz fällt vieles durch die Maschen, das man dann darunter zusammenkehren muss. Vielleicht weiß der König das noch nicht, dass er die eine Hälfte, seine Hälfte, nicht so einfach ausschalten kann. Nein, weil Sie fragen. Er ist entweder eine Null oder der Erste. Beides zusammen geht nicht zusammen. Im Jenseits haben Sie dieses Netz nicht. Dort werden Sie nicht gehalten. Dort werden Sie höchstens aufgehalten und dürfen nicht weiter. Da wartet immer einer an der Pforte. Wer wohl heute Dienst hat? Wird der streng sein? Oh je! So wie diese Sirdakis oder wie die heißen, werden dann auch Sie eintrudeln. Langsam schiebt das Heer der mit Geld Gesegneten, welche Vorrang und Vortritt haben. Nein, sie treten immer nach hinten aus. Die schieben sich also voran, auf die anderen wartet das Nadelöhr. Die sind aber zu blind, um den Faden einzufählen, die Verdammten. Nein, im Himmel sind die anderen. Sie drängen jetzt ein bisschen, weil an der Pforte ein Umstandskrämer sitzt und auf die Grundsteuern drückt und auf Offenlegung von irgendwas besteht, sonst wird der König keiner. Na schön, offenbart er sich halt. Er offenbart, dass er so wenig verdient hat, dass es nicht der Rede wert ist. In dem Jahr habe sogar ich mehr verdient. Der Pförtner in seiner Livree. Nachthemd, Pyjama? Der Pförtner spricht, dass ein Rechtsstreit nur schaden kann und wer gekauft hat, schafft an. Die Syros, waren wir bei denen? Nein, zum Glück nicht. Wir sind ja auch nicht im Himmel, wie Sie vielleicht angenommen haben und wie ich ursprünglich behauptet habe, sondern am Bezirksgericht. Die Gyros, nein, die Syrten, die sind ja überhaupt Spezialisten der Flucht. Die wissen von vornherein schon, wo sie sich anstellen müssen, damit sie schneller drankommen. Sie haben dafür eine App geladen. Auf allen Wegen kommen sie daher. Sie kommen auch überall hin, wo sie fotografiert und abgedrückt werden. Oder wie dieser Feuerwehrmann, der mir gerade einfällt. Mir sollte aber nichts mehr einfallen, sonst wird das hier zu lang. Der Feuerwehrmann also, mit seinem total entstellten, zernarbten Gesicht, der auf der anderen Seite immer wieder aus dem Netz entfernt wird. Ihn seines Aussehens wegen zu beschuldigen ist Frevel, ist ein Skandal, auch wenn der Mann sein volles Gesichtsfeld noch hat, denn blind wie der König ist er nicht. Er schaut nur furchterregend aus, sodass er immer wieder aus dem Buch der Gesichter und damit der Geschichte entfernt wird, obwohl er nichts dafür kann, dass er so entsetzlich zugerichtet wurde. Aber es tut uns leid, er hat eben kein Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen könnte. Zumindest keins, das er zeigen dürfte. Er hat es verloren. So wie der dauernd aus dem Netz entfernt wird, obwohl er doch eigens dafür reingestellt wurde, dass er kein Gesicht hat, ist sein Anblick einem Sehenden nicht zumutbar. Dem Seher vielleicht schon, der sieht ihn ja nicht. Unseliger, mich um ein Gepresst zu höhnen, um das gab bald ein jeder dich verhöhnt. Oh, das ist ja so gemein. Das ist ja so gemein, sagt der König, der noch ziemlich vollständig ist. Außer den Augen und seinen Bankkonten, die sind sein Problem. Er sieht nichts, muss sich allerdings auch nichts anschauen. Der Körper des Königs ist vollständig, also fast. Bloß funktioniert nicht alles. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, sage es aber ungefähr noch hundertmal. Also nützen Sie den Halt, den Sie hier vom Netz bekommen, zumindest in Ihrer Hälfte. Nützen Sie, was geht, solange Sie noch können und Ihr Gesicht noch nicht von Weltenbränden und Ihr Körper nicht von Obstbränden vernichtet ist. Dann wissen auch die Blinden, wohin sie müssen und was sie sehen sollen, aber nicht können. Wir werden alle jetzt an den Abgrund geführt und dürfen hineinschauen. Alle außer eben diesen augenlosen, folgenlosen Blinden, die natürlich jemandem folgen müssen. Sie wissen sonst nicht, wohin. Wir sollten aber auch nicht hineinfallen in dieses bodenlose Loch, in das der einst ein neuer Wolkenkratzer hineingestellt werden soll. Nein, der steht ja schon da, um die Schande des Alten auszudöschen. In dem Loch wurde also etwas aufgestellt? Die Kellergeschosse rechnen wir dann weg. Jetzt gibt es kein Zurück mehr und kein Halten. Er sagt. Aha, ich enthülle jetzt auch noch die Wahrheit. Natürlich nicht die über mich, aber über alle anderen. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer mir folgt, ist okay. Wer nicht, ist nicht okay. Der ist gefeuert und kann jetzt selber Brände anfachen oder sich vom Feuer verzehren lassen. Ganz wie er will. Der König muss den Übergangenen nur Luft zuführen. Das erledigt er alles mit links. Die Luft muss nicht einmal heiß sein. Das wird sie erst. Nur ich sage die Wahrheit. Ich allein. Ich bin legitimiert worden. Hier ist mein Königsausweis. Der schon die längste Zeit gefälscht wird. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist er echt. Jetzt ist er wahr geworden. Gefehlt ist gewählt. Ich erlaube nicht, dass ein anderer König wird. Ich aber will es irgendwie auch nicht sein. Das habe ich nicht nötig. Oh mein Gott. Jetzt hat ein Erdrutsch den halben Golfplatz in den Pazifik befördert. Moment. Nein. Es war nur das 18. Loch. Eine halbe Milliarde soll der Platz wert sein? Na schön von mir aus. Das sagen wir der staunenden Öffentlichkeit. Den Grundsteuerbehörden sagen wir das nicht. Da müssen Sie den halben Bundesstaat dazu rechnen, damit dieser Platz so teuer wird. Falls der nicht auch noch abrutscht, dann kommt's hin. Ich erlaube ja nicht einmal, dass jemand anderer mehr Stimmen hat als ich. Denn bei mir stimmt einfach alles. Nichts anderes als alles stimmt. Und die Leute sollen sich darüber freuen dürfen. So. Hier steht es geschrieben und dort auch. Ich wurde erwählt, die andere nicht. Die Frau speziell nicht. Und hier stehe auch ich. Ich muss meinen Ausweich ja bereithalten und vorweisen, obwohl mich jeder kennt, damit man mich nicht des Landes verweist. Was zum Beispiel ich vorhabe. Aber nicht mit mir. Das ist nämlich das Nächste, was kommt. Die Leute werden mitsamt ihrem bescheidenen religiösen Denken und ihrem noch bescheideneren Wissen einfach davongejagt. Ja. Sie haben recht. Ich beurteile die Dinge von so hoher Warte aus, dass mich einer runterschmeißen sollte. Vielleicht passiert das ja noch. Denn ich spreche zu oft ungefragt und bin dann überfragt. Was ich mir nicht anmerken lasse. Ich selbst merke mir ja auch nichts. Das antworte ich immer, wenn ich nach dem Netto-Wert meines Vermögens gefragt werde. Habe ich mich da an die Wahrheit gehalten? An irgendwas habe ich mich schon angehalten. Weiß aber nicht mehr, was das war. Ich versuche, wenn es nicht anders geht, mich an die Wahrheit zu halten. Doch wie soll man sich an etwas halten, das ständig schwankt, das Vermögen schwankt, es steigt und fällt mit den Finanzmärkten, mit dem Klima, mit den herrschenden Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen. Wie soll man sich da an was halten, das man nicht findet, weil man es gar nicht kennt? Wie soll man wissen, wo die Wahrheit ist, wenn man sie noch nie gesehen hat? Wie soll man sie erkennen? Soll ich sie etwa suchen? Ich habe wirklich Besseres zu tun. Und der König spricht, wenn auch nicht die Wahrheit. Ich werde höchstens eine Anmerkung im Buch der Geschichte sein. Aber eine Fette. Also eine Fettgedruckte. In diesem Menschen hier ist das Böse und das Gute verkörpert. Das sage ich Ihnen. Das gilt für jeden. Doch sein Körper gefällt mir nicht. Ist aber für sein Euter auch wieder nicht so schlecht. Der König war zuerst böse und dann war er wieder gut mit uns. Das wechselt bei ihm. Nur seine blütenweiße Weste wechselt er nie. Kein Wunder, dass sie so ausschaut. Der Denker schreibt ihm zu, dass er der Verursacher von Gewalt gewesen sei in seinem ersten Leben, in dem er noch unter den Menschen Gewalt hat. Jetzt wurde er abgehoben. Ich meine, er ist jetzt abgehoben. Wir wollten ihn hier haben und dann werden wir ihn nicht mehr hier haben wollen. Das ist mein Trugschluss, denn er ist immer noch da. Falls er jedoch ebenfalls mit Gewalt ausgestoßen werden wird, keine Ahnung, wer das tun soll, werden wir selbst mit der Gewalt Freundschaft geschlossen haben. Kennengelernt haben wir sie dann schon. Sie wird uns immer besser gefallen. Sie wird uns vertraut sein. Dafür wird niemand sonst uns mehr vertrauen. Noch sind wir aber nicht so weit, seine Lebensführung zu untersuchen. Wir versuchen es. Wir sehen ja nur, was er uns zeigt. Vielleicht werden wir ihn auch nie wieder los. Ich denke, das wäre ganz in seinem Sinn. Und was in seinem Sinn ist, das geschieht. Doch wenn es so weit ist, sobald er vielleicht doch ausgestoßen wird von uns und der gesamten Menschheit, von der keiner gewillt wäre, derart langwierige Ermittlungen über sich ergehen zu lassen, die eh nichts nützen und die er persönlich beenden wird, dann wird er weiter in Ruhe und Fröhlichkeit in seinem Bademantel, den er gar nicht hat, herumgehen, im einzigen Haus, das ihm nicht gehört. Ja, auch sammeln wird er sich manchmal. Denn das Sammeln ist seine ganze Freude. Er wird also seine Verluste machen wollen, denke ich mir. Gewinnend war er nur als König. Jetzt wird er wieder ein Verlustiger sein. Nur Verluste. Nichts wie Verluste. Denn Verluste aus Immo-Attraktivitäten, nein, Aktivitäten, wenn die das Einkommen aus anderen Quellen, welche die Golfplätze unterspülen, was sie nicht sollten. Ich meine die Quellen, nicht die Golfplätze. Auf denen sollte man eher spielen. Was will ich sagen? Weiß es schon wieder nicht, weiß es schon nicht mehr. Also, wenn die Verluste, die Quellen, die Quellen, die woanders nicht so üppig gesprudelt sind, übersteigen, übersteigen mit ihren kleinen Gummistiefeln, dann, ja, dann, dürfen die Immo-Besitzer, die Könige in ihrem Bereich, die dürfen dann, angeführt vom König, ein Einkommen melden, das unter Null liegt. Ergebnis, keine Steuern. Warum sage ich das überhaupt? Das ist überall auf der Welt so. Wenn die Verluste, die Einkünfte, übersteigen, dann ist man eine Null. Und aus. Der König, ja. Was wollte ich sagen? Wird er uns zuerst als eine Art Erlöse erscheinen? Aber dann werden wir ihn wieder freilassen. Er lösen. Damit er seine Erlöse verbergen kann. Besser als derzeit. Ja. Ja. Der König. Na, da bin ich aber gespannt, wie das Netz und wie das Zwitscher und das Gesichtsbuch, in dem es die vielen schönen Fotos gibt, darunter leider keins von mir, wie die das alles aufnehmen werden. Gut, denn das Buch nimmt alles und jeden auf. Und der nimmt dann wieder andere auf. Klick, klick, klick. So ist dieses Buch groß geworden und wächst noch immer. Niemand muss den König mehr anschauen. Es genügen seine Fotos dort, wo wir leben. Er lebt lieber woanders. Und es genügt sein Gezwitscher. Verrückchen, die du da brauchst hast. Häuser hat er nun wirklich genug. Na, schön. Die Wahrheit habe ich nur gepachtet, nicht gekauft. Womit denn? Da ich nur Verluste mache. Da ist es besser, König zu sein als Bettler. Ich habe derzeit so viele Schulden bei den Banken. Die kann kein Viehtreiber mehr eintreiben. Kein deutscher Viehtreiber. Denn es ist ja auch die Deutsche Bank, wo wir sie erzeugt haben. Halt! German! All right! Die Deutsche, bei der ich diese riesigen Schulden habe. Oh je! Aber wenn ich wieder flüssig bin, werde ich die Wahrheit kaufen. Oder leasen. Je nachdem, was günstiger ist. Ich werde sie, wie alles, auf Kredit kaufen. Und auch selber Versprechen machen. Denn Kredit ist ein Verbrechen. Nein, ein Versprechen auf noch mehr. Die Schulden leiste ich mir dann auch noch. Und die werde ich mir auch leisten können. Und hohe Aufwendungen sind auch nötig, bis man Null verdient hat. Das ist ja mühsam. Aufwendungen, was für ein Aufwand. Die müssen ja gesammelt werden. Aufwendungen werden immer größer. Abwendungen auch. Die Menschen wenden sich von so einem aber nicht ab. Ganz im Gegenteil. Egal. Es kommt immer eine Null raus. Einnahmen Null. Sagt er, denn der König kann sich alles leisten. Auch Null Einnahmen. Sagen wir, damit ein Schuh draus wird. Einnahmen minus Null. Und seine geringste Sorge dabei sind seine Schulden. Die Vermehrung von Geld wird von ihm nicht als unnatürlich betrachtet. Von keinem von uns, der gern mehr davon hätte. Damals hat es begonnen. Wann bitte? Damals, wann auch immer. Damals hat es begonnen, dass Geld nie dort war, wo es sein sollte, sondern herumgewandert ist und sich nach neuen Herrchen umgeschaut hat. Der König hat das Geld. Gut so, das macht ihn unabhängig. Ein großer Vorteil. Nun, deshalb haben wir ihn gewählt. Und Gott hat ihn auch dafür erwählt. Er war ein Ausgelesener. Das ging relativ schnell. Nein, ein Auserlesener natürlich. Er bewirkt, dass die Menschen, die es noch haben und nicht satt haben, ihr Leben in die Hand nehmen können. Doch es ist fremdes Leben. Sie haben ein fremdes Menschenkind mitgenommen. Und jetzt sind sie zwischen seinen Schenkeln. Diese Steuererklärung trägt unsere Unterschrift. Doch wir sind es nicht. Wir waren es nicht. Das Menschenkind, das sie zum Beispiel da jetzt in der Hand anhalten, war es auch nicht. Gott, ist das hässlich. Das kann unmöglich unseres sein. Das kann unmöglich unsere Unterschrift sein. Wir haben diese Steuererklärung nie erstellt. Die muss der König selbst untergestellt haben unter seinem Dach, wo er mit verschiedenen Herren eingeht. Ein und ausgeht. Oh Herr, ich bin nicht würdig. Und auch der Kreditgeber freut sich nicht, wenn ihm wieder was ausfällt. Er müsste eigentlich dafür entschädigt werden, dass er dieses Geld vielleicht hätte besser investieren können. In was anderes. Hätte er nur früher gewusst, was er nie gewusst hat. Beim Friseur stehen sie schon an, die Banken. Der König hat ihnen die Adresse gegeben. Die stehen an. Sie haben den König so oft gefragt, weil er eben so attraktiv ist, wo sie einen so günstigen Haarschnitt bekommen können. Einen ähnlichen wie er. Den Rest? Welchen Rest? Egal, irgendwas muss doch übrig bleiben. Den Rest geben sie dann ihm. Das ist der Tribut, den man dem König schuldet. Man schuldet ihm immer was. Er schuldet uns nichts. Er schuldet der Deutschen was. Sieg heul! Man muss groß sein und groß denken können. Schuldner können sogar eingesperrt werden. Aber erst mal helfen wir den Menschen. Das ist das Wichtigste. Wir helfen ihnen, Schulden überhaupt erst zu machen. Und auch der König ist nicht leer ausgegangen. Es ist sich ausgegangen, dass der König wurde. Dass er es werden konnte, was keiner von ihm gedacht hätte. Ist es nicht egal, wofür er das Geld verwendet, das er sich geburgt hat? Nein, es ist nicht egal. Aber was soll man machen? Die Aufwendungen sind sehr aufwendig, beruhen aber nicht auf Tatsachen. Er hat, wie gesagt, dieses wunderbare, riesige Haus gebaut, mitten hinein in die Mitte von irgendwo, dem einzigen Ort, den es gibt. Allerdings nicht für seine Wähler, die überall sind. Hauptsache woanders. Sie werden noch erkennen, wie gut das für sie ist. Und jetzt schuldet er uns sein Leben. Das haben viele Eigenheimbesitzer so gemacht. Schulden und Abmarsch! Bevor wir es aber nehmen können, sein Leben, nimmt er unseres. Unser Leben wird in ein Vakuum gesaugt, das entsteht, wenn nichts mehr für uns übrig und alles auf der anderen Seite ist, wo feiste Ärsche die Wippe beschweren. Und während wir uns noch selber beschweren, weil wir nichts mehr haben, über das wir uns beschweren könnten, werden wir schon in die Luft geschleudert und dann abgesaugt wie ungeliebte Embryonen, deren Stammzellen keiner braucht, deren Stamm aber dennoch nicht aussterben wird. Im Gegenteil. Wir werden immer mehr. Je ärmer, desto mehr. Und andere sollen folgen. Eigentlich müssten die Menschen immer weniger werden. Doch sie werden immer mehr, haben aber immer weniger. Ich begehre auch Steuerentlastung. Warum gibt sie mir keiner? Um ihr kleines Kapital erleichtert, gehen auf ihrer Seite viel mehr Menschen auf die Wippe drauf. Die ersten fallen schon wieder runter, obwohl die Wippe sich seit Uhrzeiten nicht mehr bewegt hat. Glauben sie ja nicht, die ginge einmal rauf, einmal runter. Es geht nur immer weiter nach unten. Und dort bleiben sie dann auch. Dort sind sie schon so lang, dass sie beginnen, sich häuslich einzurichten, obwohl sie gar kein Haus mehr haben. Und die Wahl haben sie auch nicht, obwohl sie brav gewählt haben. Das alles findet nicht in der Ewigkeit statt, wie sie vielleicht denken. Das findet hier statt, hier oder woanders, wo ich noch nie war. Ich spreche um den heißen Brei herum, weil ich mir schon so oft den Mund verbrannt habe. Irgendwann habe ich es mir gemerkt, dass das System ewig ist und dass wir uns der Gnade der Gerichte anvertrauen müssen, die nie die Jüngsten sind. Sonst hätten wir endlich Ruhe vor ihnen, zumindest dann, wenn wir nichts mehr haben. Der König hat auch nichts. Und schauen sie, was er draus gemacht hat, einen Palast. Und zählige Paläste. Also zählen kann man sich schon. Das hat nie ein Ende, sonst wäre dieses Gericht schließlich doch das Jüngste. Was wir daran merken würden, dass keins mehr nachkommt mit all den Akten. Dafür sind dann aber wir nicht mehr die Jüngsten. Wie? Was? Erlauben Sie mir bitte, aus nichts Geld zu machen. Dann werde ich persönlich alles lösen, was noch verbunden ist. Und alles verbinden, was noch getrennt ist. Wüste? Genau. Da können Sie nicht einmal ein Sandkorn vom anderen trennen. Und Verluste können Sie dort in unbeschränkter Höhe machen. Das merkt keiner. Kosten? Tut sie das aber auch nichts? Der König zeigt jetzt sein Gesicht. Echt? Das ist er? Wahr ist es nicht, will sagen, es ist nicht sein wahres Gesicht. Nichts ist wahr, was er zeigt. Es ist nur geborgt, wird aber niemals zurückgegeben. Sie sehen es schon, ich noch nicht. Es ist dasselbe wie auf seinem Königs Vorausweis, mit dem er überall hineinkommt. Ja, gern auch in die Frauen. In jedes Haus mittels eines Bildschirms oder eines Displays, einfach überall kommt er rein. Und dann sagt er, wem er heute ein Leid antun möchte und wem morgen und übermorgen. Er sagt derzeit. Aber das kann sich was. Ich will weder Ihnen noch Ihnen Er zeigt zweimal in die Luft. Da ist aber keiner. Ich will weder Ihnen noch Ihnen ein Leid antun. Was? Zum Mörder meines Vaters werden? Nie im Leben. Der ist doch schon lange tot. Und wenn ich einen anderen umbringen will, geht das keinem was an. Und wenn ich mit Menschen befreundet bin, die schon viele umgebracht haben, geht das keinen was an. Dem König kratzt das nicht. Ja, ich bin zwar starrsinnig und darf aus niemandem entstanden sein. Darauf bestehe ich. Sonst wäre ich nicht König geworden, nicht wahr? Also, meinen Vater, welcher mir etwas für den Anfang gab, will ich nicht verleugnen. Die anderen alle schon. Aber eine Hausgeburt, nein, eine Selbstgeburt, also nein, das wäre Starrsinn und den sehe ich derzeit nicht. Den Vater umbringen? Das glauben wir jetzt aber nicht. Wie? Nein! Sie müssen das glauben, denn hier steht es und zwar auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass es überhaupt noch stehen kann. Der Vater steht nicht hier. Ihn töten. Niemals würde ich das tun. Außerdem ist er sowieso schon tot. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Ich würde niemals etwas tun, das nicht schon getan und von Immobilienprofis ausprobiert worden ist. Ich würde es höchstens besser machen. Echt? Ist das wahr? Oder darf nur kein anderer wissen darum? Durchaus darf jeder es wissen. Auch sie. Sie müssen glauben, dass die alle noch am Leben sind. Die Söhne, die Töchter, sie selbst, der Vater. Sich mit der eigenen Mutter zu mischen, ist dann nur noch eine angenehme Draufgabe, wenn der Vater einmal weg und die Mutter frei geworden ist. Schade, die schon so alt ist. Ja, der König vermischt sich lieber mit einer oder mehreren Jüngeren. Damit bricht er mit der linken Hand auch den Mythos. Er bricht alles ab. Ja, auch mit der rechten Hand. Die ist stärker. Marmer, Stein, Eisen, Beton. Alles bricht er, was ihm in die Hände fällt. Den Rest brechen seine polnischen Bauarbeiter mit Hämmern ab. Ich sage das ohne Hämme, denn es ist so unglaublich, dass niemand es glauben würde. Die wurden faktisch nicht oder kaum bezahlt. Der König flüchtet immer unter schrillem Geschrei, wenn er was zahlen soll. Dort drüben stehen sie und auf diesem Foto hier, ja, schauen sie auf diesen winzigen Schirm. Für ihr Haupt wäre er zu klein, wie die Helme für die Polen am Bau. Deshalb kriegen sie auch keine. Ich wische mal drüber, damit es mir nicht entwischt. Es soll nicht verschwinden, sondern kommen. Und auf dem dort können sie sich selbst und sie besichtigen. Ich frage mich allerdings womit? Mit ihren blinden Augen? So was sehen die immer. Da sind sie plötzlich ganz scharf drauf, blind oder nicht. Aber dort drüben steht ein ganz anderer. Der ist wie alle und sagt, er sei auch ein Seher. Natürlich gehört sich so. Das können sie von seinem Konto abbuchen. Seine Augen sind bereits von der Steuer abgeschrieben. Er selbst hat sich abgesetzt. Er hat sich selbst abgesetzt? Nicht als König, aber hat sich niedergesetzt und dann ist er wieder aufgestanden. Ihr Menschengeschlechter, Achtung, euer Leben, wie muss ich es gleich dem Nichts doch erachten, sagt der König. Hoffentlich verdiene ich dieses Jahr wieder so wenig, wie ich höre, einen symbolischen Dollar, dass sich nichts ausgeht, was die Finanz betrifft, dass es wie immer Null ist. Wenn ich ihn so anschaue, keinen preise ich selig auf Erden als ihn. Das ist der Schluss, den ich ziehe, den auch andere ziehen. Nur keine Sorge, hier ist noch nicht Schluss. Das glaube ich, dass sie sich das wünschen. Ich wünsche mir auch eine Menge Kriege, aber nichts. Bei mir war noch nie irgendwo Schluss. Da müsste ich ja einem Wahn verfallen, würde ich das glauben. Du, König, ja, du, der du über alles Maß zielen trotzdem trafst, der du es geschafft hast und dich bemächtigen durftest, des Glücks der Macht. Und jetzt willst du sie nicht, gibt sie anderen? Die sollen sich jetzt die Arbeit machen? Alle arbeiten, nur du nicht. Du gibst die Macht anderen? Im Kreis stehen sie um dich herum. Der eine schreibt hier was, der andere dort. Sie haben den Wunsch, sich mitzuteilen. Und hier stehe ich. Nein, keine Jungfrau, aber mit gekrümmten Klauen. Ich Sprüchesängerin, Sprücheklopferin. Passen Sie auf, sonst trifft sie das noch, was ich vorhin abgeklopft habe, damit diese schöne Statue entsteht, statt mit Vorschlaghämmern ruiniert zu werden. Es muss immer zerstört werden, damit ein Hochhaus aufgebaut werden kann. Das ist ja ziemlich groß. Meinem Land wollte ich damit helfen, Ballast abzuwerfen, aber bitte, wenn nicht, dann nicht. Ich, Jungfrau, ich wollte doch auch nur helfen und das Lied weitertragen. Nein, Jungfrau nicht, aber alles andere stimmt. Ehrenwort. Oder war es ein Gott, der mich, die falsche Jungfrau, vom Feld genommen hat, mich, die wahre Königin? Bloß weiß es keiner. Nein, kein Gott. Der hat gewollt, dass dieser Herrscher jetzt über Theben herrscht, ausgerechnet. Eben, aber Theben ist es nicht. Vielleicht ein modernes Theben. Macht nichts. Kein Gott, an den ich eh nicht glauben würde, hat das gewollt. Das können Sie mir ruhig glauben. Na, dann glauben Sie halt, wem Sie glauben wollten und machen Sie einen Papierverlust. Nein, das Papier ist eh da. Ich werde Sie an Ihrem Verlust nicht hindern. Oh Gott, das Opfer kriegt die Krise. Der Opferkult ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Die Seher sehen jeder etwas anderes, das ist bedenklich. Aber denken muss ja keiner, bloß weil er nicht sehen kann. Er hat andere Organe, die er beschauen kann, woanders. Es sind nicht seine. Natürlich nicht. Das hier sind jedoch seine Häuser, natürlich. Jetzt hat der König schon wieder eins gekauft, denn Häuser sind sein Leben. Sein Unterhalt. Seine Unterhaltung. Falls Casinos drinnen sind. Verzieht sich die Zahlung. Was nicht bedeutet, dass sie gar nicht kommt und wegbleibt. Sie kommt nur, wie üblich, zu spät. Dann wird eine Hypothek eingetragen. Wenn er zahlt, der Herr König, dann wird nichts eingetragen. Akzeptiert. In Ordnung. So machen wir es. Der König haftet. Er haftet, nein, sagen wir, er hängt an seinem Besitz, an jedem Einzelnen. Auch wenn er ihn fast gratis bekommen hat, so ist er doch was wert. Die Banken werden es wissen, wie viel. So, König, da haben Sie zehn Millionen. Das sind zwei mehr als der Kaufpreis. Ich würde das mehr als Kulanten nennen. Das ist Gottes Werk. Des Teufelsbeitrags sind 2800 Dollar in bar. Immerhin. Er spottet des Preises, den er bezahlt hat. Ja, er hat Gutspotten. Das ist ein wunderbares Haus. Und so billig. Allein die Einrichtung ist schon so viel. Ach, sogar noch mehr wert. Ja, aber die Erhaltung. Die Erhaltung ist so teuer, barmt der Herr, wenn er ans Steuerrad soll. An das jeder Mensch gekettet ist, für den Fall, dass er untergeht. Was für Vertrauen steht ihm recht? Er hat uns bei seinen Angaben zu. Angeberei ist hier viel am Platz. Man sollte eher weniger als mehr angeben. Da hat der König nun so viel Geld von der Bank erhalten und jammert über den Erhalt, über die Erhaltung, die mehr ausmacht, als das ganze Graffel wert ist. Ach was, dass ihr Menschenkinder euch nicht schämt. Aber warum sollen wir uns schämen? Er hat ja keinen Brand gestiftet und keinen Mord bezahlt. Und so haben wir ihn im Vollbesitz unserer Kräfte erwählt. Er uns aber nicht. Er scheint nun doch König werden zu wollen, nachdem er uns angeschaut hat. Den Führerschein für seine Häuser legt er erstmal zurück und nimmt sich das Ganze. Der Gewinner nimmt sich das Ganze. Die Banken schauen durch ihre durchsichtigen Finger, die so dünn geworden sind, weil sie so hungern müssen. Vom König keine Krume. Da verlassen eher Menschen ihre Äcker, als dass der König was zahlt, das er gekauft hat. Schämen Sie sich. Ich habe keine Ahnung, wen ich meine. Warum sollen wir uns schämen, sagen die Kinder. Das Schlimme, das ihren Stamm betreffen wird, sehen Sie nicht. Jeder sieht und jeder sagt etwas anderes. Ich meine, er schaut nach innen, nach außen geht ja nicht. Und er sagt etwas anderes, jeder etwas anderes. Ich sage, der König wird fallen. Aber nur, weil er es will und wenn er es will. Er wird alles aufgeben und nur noch König sein, weil er es will. Er wird nichts aufgeben und trotzdem König werden. Er wollte wissen, ob er das kann, König werden. Auch um den Preis von Augenlicht und Taschenlampe. Doch nach außen zu strahlen, ersetzt nicht die Sehkraft, welche nötig ist, um hunderte Schönheitsköniginnen auf ihren Gehalt hin zu überprüfen. An der ist nichts dran. An der auch nicht. Die Tat ist viel zu fett. Eine geht. Mehrere gehen. Der König bleibt. Also fürs Herrschen zumindest wäre sie schon gut, die Kraft des Sehens. Die Kraft des Wortes ist ihm nicht gegeben. Außer am Telefon, wo er als ein anderer spricht. Mit einem fremden Namen. Er wird auch ohne Augen nur mit seiner Stimme herrschen und noch viele, viele andere Stimmen dazubekommen. Er sieht alles, auch augenlos. Ja, sprechen tut er auch. Er wirbt um unsere Stimmen, weil seine Stimme gar nicht seine ist. So braucht er eben unsere. Er muss gewählt werden, sonst sieht er keine Zukunft. Sonst sieht er die Zukunft nicht. Ihr Menschengeschlechter, ach, euer Leben, wie ist es doch nichts. Das Nichts steht's für mich. Nichts, hierher. Nichts, bitte kommen. Und dann sagen sie sogar noch etwas anderes als das, was sie gesehen haben, die Blinden. Und keiner wagt es zu widersprechen. Die behaupten dies und dann das, jeder was anderes. Denn sie konnten es ja nicht sehen. Und daher konnten sie es auch nicht kommen sehen und sich in Ruhe einigen. Es wird nämlich in der Zukunft stattfinden, die jetzt stattfindet. Morgen aber auch. Alles ist Zukunft. Und heute ist schon bald zu Ende. Es ist immer dasselbe. Ein und dasselbe. Es wird überhaupt keine Zukunft stattfinden, glaube ich. Jawohl, das glaube ich. In diesem Nichts besteht die Auszeichnung für ein Lebenswerk. Die kann er sich an einen Nagel oder an andere Menschen hängen. Das Land wacht jetzt endlich auf. Es ist nicht mehr das Land der Weißen. Es ist gespalten wie nie zuvor. Wo bitte ist diese Spalte? Hineinfallen wollen wir auch wieder nicht. Wir wollen entweder hier oder dort. Rechts oder links vom Spalt sein und hineinschauen und uns fürchten. Dort ist es schwarz. Es wird immer schwärzer. Das Land gehört uns nicht mehr. Es gehört den Weißen nicht mehr. Schrecklich. Wem gehört es denn da um? Ich weiß es nicht. Es sind zu viele. Ich kann es nicht überblicken. Hoffen wir, dass genug Beton geliefert wird, bevor wir pleite sind. Sagt der König. Also, dass das Haus fertig ist, bevor wir zahlungsunfähig sind, sagt der König. Andere Türme sind gefallen, obwohl sie ausbezahlt waren, sagt der König. Dieser Turm soll entstehen, bevor es sich nicht mehr auszahlt, dass er ausbezahlt wird. Ja, wirklich. Der Sieg des Königs ist die erste gute Nachricht seit Jahrhunderten. Sagen wir seit geraumer Zeit. Ach, wo ist er denn jetzt wieder hin, der Herrscher? Wir finden ihn derzeit nicht, doch wir finden ihn super. USA! USA! Ein paar Schritte noch, dann sehen Sie die Zukunft für Blinde. Da ist sie ja schon. Wir mussten gar nicht so genau schauen. Wir hätten es sofort gesehen. Die für Seher befindet sich immer hinter ihnen. Denn die Seher können sich nur schwer orientieren, wohin sie blicken sollen, obwohl sie Augen im Kopf haben. Sie wissen dafür nicht, wo vorne ist. Sie sind völlig desorientiert, obwohl sie Organe fürs Sehen haben. An den Scheinwerfern, die vorne an ihnen angebracht sind und ihnen die Zukunft erleuchten, könnten sie es aber erkennen, wenn sie wollten, wohin das alles führen wird. Und sie brauchen, anders als die armen Blinden, keinen Führer, bekommen aber einen. Sie haben vorausgesehen, dass bald ein anderer auf dem Thron sitzen würde? Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. An Ihnen vorbei ist die neue Zeit gezogen, die bei Ihrer Geburt schon verzogen war. Ihre Adresse ist uns aber bekannt. Nehmen Sie Kontakt auf, schnell, die neue Zeit hat bereits angefangen. Beeilen Sie sich, sonst gibt's keinen Einlass mehr. Und dennoch. Hinter den toten Augen der Seher und hinter den Rücklichtern der Sehenden und der Fernseher, wo sich die Nationen verflechten und ich mittendrin, ich bin dort mit allen anderen eingesperrt. Dort könnte sich etwas abspielen, das kein Spiel mehr ist. Die müssen sich dauernd umdrehen, die Seher, was ihnen nichts nützt. Wie der Engel der Geschichte. Der immer dran kommt, wenn mir nichts mehr einfällt. Wenn Sie ihm eine kleben wollen, müssen Sie einen Briefumschlag kaufen, der auch wirklich klebt. Und ihn abschlecken und abschicken. Oder auch nicht. Sie haben die Wahl. Und dem Engel kommen Sie dann nicht mal in die Nähe, wenn Sie das Geschick Ihres Landes nicht mitbestimmen wollen. Nehmen Sie doch diesen Herrscher. Der ist geschickt. Wenn auch nicht vom Himmel. Der ist zwar nicht blind, doch sehr schreckhaft, dass ihm die Kredite fälliggestellt werden. Was aber nie passiert. Sonst würden etliche Banken schreiend in die Baugrube stürzen. Und er schaut grundsätzlich immer in die falsche Richtung. Dorthin, wo Sie nicht sind. Dabei hat er bei Ihnen gar keine Schulden. Sie wären das nicht wert, dass er sich bei Ihnen verschuldet. Sie haben ja auch nichts zu geben als Ihre Stimme. Aber gerade eine und auch mehrere Stimmen hat er selbst. Mehrere Stimmen unter verschiedenen Namen. Dann, wenn er telefoniert, um etwas zu erreichen, was er als Mensch nicht erreichen könnte. Ja, und die Uneinsichtigen müssen sowieso noch etwas warten. Für die haben wir ein Spezialprogramm. Eine Art Vorhülle. Danach glauben sie alles, weil sie es eingesehen haben. Alles eingesehen haben. Außer der Steuererklärung des Königs. Auf der steht aber nichts drauf. Ich meine, dort steht, dass nichts herauskommt. Nein, dort steht, dass keine Steuerpflicht besteht. Pflicht ohnehin nicht. Aber steuern würde das Land trotzdem... Steuern, nicht besteuern. Der König hat keine Pflichten. Er hat immer nur Recht. Der König hat miau. Aber... A oder … Musik Musik Am Königsweg von Elfriede Jelinek Teil 2 Was Sie sagen? Doch, na, so sagen Sie es doch. Wie meinen Sie das? Dass eine Zukunft stattfindet und Sie sind drauf? Sie sind gut drauf? Vor allem als weiße Rasse insgesamt doch recht gut, oder? Wer bitte soll dann die Arbeit machen? Ach so, da haben wir ja noch die Polacken und die Bohnenfresser. Die arbeiten für gut, also für nichts. Die arbeiten gut, kriegen aber nichts dafür. Und der Welthandel? Auch gut drauf? Die Nationen werden ausgeschlossen und antworten darauf, womit? Was sagen Sie dazu? Dieser Wettlauf wird in den Abgrund führen? Ist das die Spalte von vorhin? Bin ich in die Falsche gerutscht? Die Erdball ist ja kaum wieder zu erkennen. Na schön, dann findet sie halt statt, die blöde Zukunft. Von mir aus. Ich werde sie eh nicht mehr erleben. Der hier kennt sie und begrüßt sie und verteilt seine Preise. Seinen Gewerkschaftsmann wird er morgen wieder anrufen. Bei dem muss er die Stimme nicht verstellen. Aua, jetzt ist schon wieder ein Gehaltscheck geplatzt. Mein Trommelfeld, so nehmen Sie doch Rücksicht. In der Gegenwart, in der Jimmy Hoffa schon verschwunden ist. Nein, er ist in der Vergangenheit verschwunden. Der Gewerkschaftsmann wiegt das Haupt und schlägt vor, das Büro der Konföderierten, nein, der Föderierten zu verständigen. Diese Arbeiter sind illegal. Sofort feuern das Ganze. Dann wird's wenigstens warm auf der Baustelle. Von mir aus. Aber vorher nütze ich noch jede Gelegenheit, Geld zu verdienen, indem ich niemand sonst etwas verdienen lasse. So bleibt alles mir, so bleibt alles mir. Dieser König faustig hinter den Ohren. Aber nicht im Gesicht. Dort ist noch Platz. Auch auf seinem Haupte. Mit der Krone aus Haar. Es ist ein bitteres Leben, dass er auch für da unter Menschen leben muss. Sogar als ihr Anführer. Nichts, Herr Schmeichelhafer. Solche Leute anführen zu müssen. Er hätte gern andere. Aber jetzt ist er nun mal da, der König. Was für Versammlungen der Bürger wird er besuchen? Was für Feste, von denen viele weinend nach Hause gehen werden, aber nicht wollen. Sie wollen noch bleiben und dabei sein. Dabei sein ist alles. Welches Übel fehlt jetzt noch? Mal überlegen. Vielleicht sagt er es uns ja. Also, jetzt will der die Zukunft auch noch mit schuldenfinanzierten Ausgaben sichern. Das hat schon bei den vielen Einfamilienhäusern nicht funktioniert. Aber vielleicht hält das Land sowas ja aus. Und dann sind wir alle finanziert und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Denn wir können alles mit unseren Schulden finanzieren. Eine grenzenlose Wohltat, wenn wir das Nachbargrundstück auch noch dazukaufen. Das sagt der dort und der da drüben auch. Viele sagen, dass der Reinkommen stagniert. Und die jetzt bald werden einbrechen gehen müssen. Und da kommt sogar eine Frau mit so Krallen daher. Nein, die Sphinx ist sie nicht. Obwohl man das annehmen könnte, weil sie singt. Die Hündin? Sie singt? Sie ist ausnahmsweise keine Seherin. Sie sieht nichts. Sie weiß nur. Sie weiß. Die Nichtverstehende. Keine Seherin ist sie. Sonst hätte sie den von sich selbst geblendeten König, der da herumtrorkelt, weil er den Spiegel nicht findet, nur dort sieht er sich nämlich. Auch blind kennt er sich im Spiegel aus, diese eingetopfte Narzisse. Und außer sich ist er... Nein, außer sich will er nicht sehen. Sie weiß. Sie, die überhaupt keine Seherin ist, weiß, wer bald auf dem Thron sitzen wird. Aber das wissen wir doch alle längst. Unsinn verzweifelt. Aus den Augen der Frau kommt Blut. Blut kommt aus ihr heraus. Es kommt heraus, wenn man einer Frau etwas anvertraut. Diese aber hat kein Vertrauen zu uns. Blut schießt aus ihr hervor. Wo auch immer. Ich vermute fast auch von unten, eben von überall. Und die behauptet, sie kann die Zukunft sehen. Das behauptet sie aber nur. Sie ist ebenfalls von unserer Schuld finanziert worden, wie das meiste her. Und mit unseren Schulden bezahlen wir auch den Rest. Es gibt aber keinen. Der König hat alles aufgebraucht. Jetzt braucht er uns. Von mir aus. Bitte, wozu wäre ein Seher? Will er eine Frau sein? Dann Seherin. Das war nun wirklich unnötig. Das sagen sogar unsere heimischen Seher. Wozu wäre ein Seher also gut? Wenn er nicht die Zukunft sehen, sondern nur übersehen. Ich meine, überblicken könnte, was derzeit hier los ist. Heil! Heil unserem Volk! Aufstehen und noch einmal lauter heul! Bitte verhöhnen Sie diesen blinden Mann nicht. Der kann nichts dafür. Lassen wir lieber diese Frau ran. Nein, nicht diese. Die bleibt lieber zu Hause. Viel schlechter kann sie es dort auch nicht treffen. Da lässt sie sich lieber einen neuen Körper und ein neues Gesicht machen. Und dann noch eins und noch eins. Wir schätzen die Frauen. Jetzt schätzen wir sie. Das war nicht immer so, als wir nur Models geschätzt haben. Dafür aber auch solche, die wir gar nicht kennengelernt haben. Die sogar besonders. Wir haben nur behauptet, sie zu kennen. Und mehr als zu kennen. Sie sagt nein. Aber nicht zum König. Macht ja nichts. Frauen für den König. Ja, die dort und die auch. In Wirklichkeit war es aber nur eine einzige. Was der König verschleiern will, anstatt dass er alle anderen Frauen verschleiert und sagt, die will er nicht. Die sind ja nicht zum Anschauen. Das steht auf dem Transparent dort. Ist also durchsichtig. Ja? Ach, was weiß ein Fremder? Was sieht ein Blinder? Was kann er anhaben, denen, die in Lichte wohnen? Bei Lichte besehen möchte ich sofort eine andere Wohnung. Wir sind in das Spiel hineingezogen worden und setzen uns jetzt als ein Paar viele Millionen. Nein, wir setzen die Millionen lieber. Da ist unsere Chance größer. Wir sind über keinen Konflikt erhaben. Wir machen den Konflikt. Und die Weisen, die jetzt auftreten werden, sind nicht blind. Sie sind nur blindwütig. Sie sind nicht weise. Sie sind wütend. Was ihnen das Gehirn vernebelt. Sie erkennen nicht mal mehr, in welcher Höhle ihr Lager ist und schlagen es auf, wo sie wollen. Sie sind immer und überall. Sie werden immer mehr. Immer neue kommen herbei. Man nennt die Blinden neuerdings Berater. Das ist nicht so diskriminierend. O allzeit höchst geehrte Männer des Landes, die Frauen und alles dazwischen sind selbstverständlich mitgemeint. Ich habe großen Respekt vor ihnen, vor allen, alle eingeschlossen. Ihr Männer, was werdet ihr an Taten hören, was sehen oder nicht sehen, welches Leid empfinden? Wenn wir dieses Haus danach wieder abwaschen wollen, müssen wir einen ganzen Fluss umleiten. Anders wird es nicht sauber werden. Was jedoch an all dem Leid am meisten schmerzt, wird sein, dass sie sich als selbst gewählt erweisen wird. So, sind wir jetzt alle geliefert? Nein, nur das Überlieferte ist geliefert worden, das eh schon jeder kennt. Die Höhle ist der kleine, der wir wohnen. Man sieht alles, sogar als Blinder. Als Sehender kann man es als Zeichen an der Wand sehen. Und diejenigen, die mit uns hausen, werden sofort gefragt, aus welchem Stall sie stammen. Sie sagen, sie stammen aus keinem Stall. Sie herrschen aber trotzdem wie ein König, bis sie wieder befreit werden. Dabei haben sie ihn gerade erst auserkoren. Egal. Das historisch Überlieferte ist inzwischen verkleidet worden als das, was war und gleichzeitig kommen wird. Gewählt ist gewählt. Und so maßt sich das Überkommene, das über uns gekommen ist, wie die Pest, die heilsam ist. Nein, heilbar. Warum ist es überhaupt gekommen? Wozu? Und so maßt sich das Überkommene an, über uns zu bestimmen. Um das Überlieferte, also das Ewige zu spielen, muss es ein anderes Kostüm anziehen, das etwas länger hält. Vielleicht sogar bis zur Himmelstür. Denn hier auf dem Land ewig sein kann es nie. Hier muss geerntet werden. Das schafft es nicht. Echt nicht? Eine Überlieferung kann nicht nachträglich geändert werden. Sonst wäre sie ein Orakel, von dem man weiß, dass es höchstens in der Hälfte der Fälle stimmt. Das Überkommene also maßt sich an, in seinem unschöpferischen Prunk dann doch nur in dieses Haus einzuziehen, das der Herrscher noch nicht einmal selbst gebaut hat. Wer will das schon hier einziehen? Doch die Leute bringen sich gegenseitig fast um dafür. Tja, ich sage halt unschöpferisch. Denn was uns überkommen ist, ist ja schon längst da. Es ist vielleicht erschöpft, aber geschöpft muss es nicht mehr werden. Es ist das Alte, das wir schon kennen und das jetzt wieder als neu begrüßt werden darf, weil es nötig ist, immer wieder einen neuen Menschen zu bekommen. Und wäre es in der eigenen Familie. So, das wird uns gesagt. Diesen Schimpf müssen wir auf uns nehmen, zu sein wie jeder. Der König hält es jedenfalls nicht aus, zu sein wie wir. Vor dem Neuen haben wir Angst. Das wird uns ja nie gehören. Jetzt gehört uns alles andere doch auch schon nicht mehr. Wie viele Leasingraten noch? Wie viele von uns dürfen als Arbeiters verbraucht werden, ohne Verbraucherschutz, den uns der König nicht gewährt? Wozu? Er braucht ja auch nichts. Wir warten immer noch drauf, was das Überkommene sich anmaßt. Nur das Haus vorhin, das ist uns zu wenig. Es muss einen höheren Grund dafür geben. Wir haben noch nicht gesagt, wozu und wie das alles überhaupt gekommen ist. Das müsste doch wenigstens jetzt kommen. Wir haben viel gesagt, aber das nicht, oder? Genau hier müsste es stehen. Von Ihnen müsste es lauthals benannt vom Podest hinuntergeschrien werden. Maßt es sich die Anmaßung an oder nicht? Oder was anderes, das uns plötzlich überkommt? Da kann ja jeder kommen. Die Raten schaffen wir nie. Die wachsen uns über den Kopf. Wir schaffen es ja nicht mal unseren Wünschen eine echte Chance zu geben. Denn Ihre einmalige Chance hatten Sie schon. Wir haben gewählt. Ich nicht, aber andere. An meiner Stelle. Doch dort, wo ich sie haben wollte, waren sie nicht. Sie waren an anderer Stelle und haben das Falsche gewählt. Und die Wünsche müssten dann ja auch mal bezahlt werden. Gut. Was das Überlieferte tut, wissen wir jetzt ungefähr. Wissen Sie es? Ich habe das geschrieben, aber wissen tue ich es auch nicht. Die Früchte des Globus, nein, der Globalisierung, sind endlich so unfair wie möglich verteilt. Die Unzufriedenen wachsen auf Bäumen und werden gepflückt und zu Saft verarbeitet. Das bringt mehr, als sie rot zu essen. Denn für Saft kann man auch die Fauligen und die Matschigen und die Gemeinen nehmen. Was das Überlieferte tut, wen interessiert's? Na, Sie wissen es nicht. Aber ich, ich glaube es zumindest. Ich kann es bloß nicht sagen. Also, was macht das Überkommene wirklich? Das würden wir gerne erfahren, wenigstens jetzt. Das sind Sie uns noch schuldig geblieben. Und wir haben Schulden nicht so gern. Die Banken mögen Sie eher schon. Da können Sie dann ordentlich was draufschlagen, womit dann wir geschlagen sein werden. Kommen Sie bitte dort rüber, dann kriegen Sie es. Kein Wunder, dass wir verlassen worden sind und nicht einmal mehr Wünsche haben und uns das Wort vor dem Mund abgeschnitten haben. Na, Autorin, dafür haben Sie aber viele Worte gemacht. Ich weiß schon lange nicht mehr, was ich da sage. Aber der König weiß es auch nicht. Er sagt es mit seiner gespaltenen Zunge. Man weiß nie, welche Hälfte was sagt. Seine Arbeiters müssen die elektrischen Leitungen mit bloßen Händen aus der Wand reißen. Das würde ich mich nicht trauen. Und Sie dürfen gar keine Atemschutzmasken tragen. Was brauchen die, ihren Atem zu schützen? Den brauchen sie für was anderes. Nicht ich habe sie gemacht, die Schulden. Ich habe sie von einem anderen, von mehreren anderen gebraucht, übernommen. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat und wer uns danach verlassen hat, damit wir ihn nicht finden. Das muss doch auch ein anderer gewesen sein. Auch wenn wir vor dem Rückwärtsgewandten nach vorn ausweichen, müssen wir ihm leider doch, und wer es nur für einen Augenblick, ins weiße Gesicht sehen. In andersfarbene Gesichter schauen wir absichtlich nicht. Einen Moment müssen wir sehen, gleichzeitig sehen, was war und was kommt, während wir ohne Übertreibung sagen können, das Überkommene, das Herabfallende, nein, das Herablassende. Diese Worte stimmen alle nicht, aber wir müssen sie nehmen, weil uns keine anderen einfallen. Das Herablassende und seine Freunde, die über uns gekommen sind, ja, jeder für sich. Wie ein Gewehr, das wir auf der Schulter tragen. Jederzeit tragen wir es. Jeder darf es tragen. Dafür setzen wir uns ein. Jederzeit kann es losgehen. Jeder darf es auf seinen Schultern tragen. Wie der Heilige das Jesuskind durch den Fluss? Ich weiß, Heilig wurde ja erst danach, weil sie beide nicht ersoffen sind. Warten wir also. Das Überkommene, da ist es ja schon wieder. Ohne, dass wir wissen, wozu es dienen soll. Aber dienen muss es. Herzlich willkommen, wir kennen Sie doch. Wir kennen sogar Ihre Freunde. Genau. Das tragen wir in den Ausguss. Nein, Austrag, nein, falsche Stelle. Der Unschöpferische. Ich sagte Unschöpferische. Nicht Unerschöpfliche. Prunk. Was ist mit dem? Die ganze Zeit reden Sie schon von ihm. Wissen Sie überhaupt, was ein Prunk ist? Nein? Ich weiß, was ein Punk ist. Immerhin. Jetzt machen Sie aber einen Prunk. Nein, Punkt. Also, ich weiß es nicht. Doch es ist einer Überlegung wert, wenn auch nicht meiner. Das hat sich ein anderer überlegt, der mir in dieser Hinsicht in jeder anderen aber auch weit überlegen ist. Macht ja nix. Also, das Überkommene maßt sich in seiner Besinnungslosigkeit des Berechnens, bei dem immer das Falsche herauskommt, weil es keinen Sinn hat, etwas im Zustand der Besinnungslosigkeit zu berechnen. Ich kann ja nicht einmal rechnen, wenn ich bei Verstand und nicht ohnmächtig bin. Ich schweife immer ab. Bitte um Entschuldigung ist mir jetzt schon zum zehnten Mal passiert. Mindestens. Herr Heidegger ist schuld. Einmal spreche ich ihn jetzt persönlich an, weil er mir schon oft gute Dienste geleistet hat, indem ich ihn missverstanden habe. Was ist Ihnen denn da eingefallen, was sonst wirklich keinem eingefallen wäre? Ich verstehe ja noch nicht einmal, was ich missverstehen könnte. Es ist also gezählt und gerechnet worden und herausgekommen ist das Einer. Der Einzige? Ja, der mit seinem Eigentum, mit seinen Eigenheiten, die er sich leisten kann. Bitte einigen Sie sich, wer das sein soll, denn da ist er schon. Da steht er schon vor der Tür. Applaus, Applaus. Nein, jetzt ist er drinnen. Dass der also die Freiheit gesucht, aber die falsche Tür aufgemacht hat und jetzt ganz bei Ihnen ist. Oder war das ein anderer? Ach so. Sie haben sich schon geeinigt auf den einen, um einmal über seine Ermächtigung zu sprechen? Bitte. Also, ich tue es ja nicht wieder. Dieses besinnungslose Berechnen des historisch Überlieferten. Das aber noch gar nicht überliefert wurde. Dazu ist es noch zu neu, das Überlieferte. Das noch gar nicht da ist. Aber bald. Nein, Entschuldigung. Ich vergesse es immer wieder. Da ist es ja. Der König. Es hat alles schon stattgefunden, ist aber noch nicht vorbei. Oder wird es erst stattfinden? Beziehungsweise findet es derzeit woanders statt? In einer anderen Dimension? Nein, 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 nein. In unserer. Ein seltenes Ereignis. Sodass man bereits sehen kann, was ist. Aber noch ist es nicht. Noch ist es nichts. Das lassen wir jetzt bei der Auszählung der Stimmen einmal gründlich auf uns einwirken. Haben die Slot-Machines gelogen? Mit denen kann man auch ganz schöne Verluste machen. Nebenbei bemerkt. Hat jemand anderer etwas eingeworfen oder etwas rausgenommen? Seien wir froh, dass eine Eingabe erfolgt ist. Ein Einwurf. Nicht zu verwechseln mit dem Einwand, den hier viele haben können. Der Wurf ist getan. Man sieht den Werfer nicht. Und da ist niemand, der diesen Wurf entgegengenommen hätte. Vielleicht hat er gedacht, es wäre nur ein Entwurf und hat ihn in den Papierkorb gehaut. Und egal. Er hätte immer mehr wollen. Doch es war schon genug. Was haben wir getan? Der Seher will Boten, die ihm berichten. Und dann wird er lügen. Er hätte alles selbst gesehen. Aber die Boten haben die falsche Vorlage und die falsche Vorgabe. Und sie sehen, dass wir den Falschen gewählt haben, können aber nichts tun. Sie sind dem Weisungsrat berichtspflichtig. Doch wem nicht zu raten, dem nicht zu helfen ist. Jetzt weiß niemand, was er machen soll. Also zuerst einmal muss er schriftlich bestätigen, dass man kein Computer sei? Nein, ist man nicht. Ein Bot böte ein anderes Bild. Dies hier zeigt zweifelsfrei einen Menschen, einen echten. Doch was seine Stimme betrifft, so sind Zweifel angebracht. Und auch dieses Bild ist aufschlussreich. Bloß hat keiner den Schlüssel dazu. Nicht zu korrekt sein, nicht schreien, nicht spucken, nicht transparente schwenken, nicht Scheiben einschlagen, nicht bei jeder Gelegenheit Halt schreien. Davon wird nichts angehalten werden, nicht von Menschen, die nicht einmal für Tiere bremsen würden. Nicht andere als dumm anklagen. Das geht für mich. Ich tue es ja die ganze Zeit. Nicht auf andere herabschauen, nicht sich erheben und wenn, dann den Sessel stehen lassen. Nicht selbstgerecht sein und nicht korrekt sein, aber auch nicht sein, was andere beleidigen oder kränken könnte. Als Enttäuschter nicht selbstenttäuschend sein, auch sonst niemanden täuschen. Der König sagt, was ist. Nur sie täuschen sich immer. Eher nicht. Am besten gar nicht sein. Was Herr Egger von seinen Heiden und seinen Äckern aus schon diesen Juden, die er nicht zum Schwiegersohn hätte haben wollen, empfohlen hat. Allerdings auch nur Deutschland betreffend. Ansonsten können die Juden ja doch recht praktisch sein. Entweder sein oder gar nicht sein. Wer weiß schon, was der Herrscher mit uns anstellen wird. Der stellt ja immer was an. Und er stellt auch Leute ein, die von ihrem mageren Lohn auch noch Gewerkschaftsbeiträge zahlen müssen, obwohl niemand sie vertritt. Überstunden werden nicht abgegolten. Das gilt auch für Sie. Was? Sie wissen es schon. Was wissen Sie? Das können Sie nicht sagen, doch Sie wissen es. Weil Sie mit jedem reden auch mit Leuten, die Sie in die Fresse hauen wollen. Sie wissen es schon. Da haben Sie Glück gehabt. Er selber sprach kein Wort und ging hinfort. Sie haben es vorausgesehen? Was hat er gesagt? Wie hat er drein geschobt? Hat er überhaupt gesprochen? Wie war sein Blick? Klar? Bei Sinnen? Seiner selbst bewusst. Tun wir ja nicht. Wir sehen nicht. Über andere hinweg. Die sind uns zu groß. Doch wir können das Ergebnis nicht glauben. Es muss gefälscht sein. Gut, man sieht, was ist. Aber was macht es? Was macht es jetzt? Bitte noch ein paar Nebensätze. Dann vergessen Sie vielleicht den Anfang. Den mit dem Verkommenen. Nein, dem Durchgekommenen. Einer kam durch. Nein, den mit dem Überkommenen, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, dann hat Heidegger Glück gehabt, als er ins schwarze Heft es schrieb. Viele schreiben vieles, aber man darf sie nicht verachten, nicht kritisieren, nicht Kredite fälligstellen. Alles, was nicht der Fall ist und wo nichts ist und nie was vorgefallen ist. Nicht andere nicht, niemals verachten. Auch sehr wichtig. Die Wahrheit nicht pachten, sie erst anschauen, ob es sich lohnt, sie zu kaufen. Schauen Sie, Sie brauchen sie vielleicht ein Leben lang. Da lohnt es sich doch, dass sie ihnen auch gehört. Und nicht nur das, was sie irgendwo gehört haben mögen, ohne es zu mögen. Wer sind Sie denn? Glauben Sie, nur Sie wohnen im Licht? Andere Leute haben auch einen Strom durch ihre Wohnung fließen. Tja, begeifeln wir nur, was so groß uns schuf. Und die anderen stets kleiner. Buh. Was? Dann buhen Sie halt. Das dicke Ende kommt auf jeden Fall zum Schluss. Wo es nicht hinpasst. So, daher nochmals von vorn. Das historisch Überlieferte. Moment, meine ich das jetzt im Ernst? Oder meine ich das überkommene Ernster? Also das, was auch immer. Ich glaube, es ist weder das Überkommene noch das Überlieferte. Denn sowas hat niemand jemals gesehen. Nein, das hat sich wohl verkleidet, weil wir es nicht erkennen unter dieser dottergelben Föhnfrisur. Eine feine Frisur ist das übrigens sehr zart, fast durchsichtig. Ein Gespenst. Nein, ein Gespenst. Unter dieser Frisur würden Sie niemand erkennen. Beziehungsweise nur einen einzigen. Nein, den schon gar nicht. Und der sind Sie nicht. Denn der will nicht so aussehen. Muss aber. Ja, den meine ich. Sie schauen ihn ja gar nicht richtig an, obwohl er immer ein und derselbe bleibt. Außer am Telefon. Da ist der ein oder mehrere andere. Er verstellt dann seine Stimme. Das ist bewiesen. Es gibt Zeugen. Er verstellt sich selbst, bis der Mann am anderen Ende ganz verstimmt ist. Dann wird das Gespräch beendet. Danke für dieses Gespräch. Das ist der Königsweg. Oder ist es ein Berechnen, das sich als historisch Überliefertes nicht verewigt, sondern bloß verkleidet hat? Egal. Wir erkennen es trotzdem, weil es ja alles dasselbe ist, wie es ist. Ob verkleidet oder im Original überliefert. Wir erkennen es in jeder Verkleidung, weil es das gute Alte ist. Wir wollen zwar immer was Neues, wissen aber, dass nur das Alte gut ist, weil es sich bewährt hat. Wir wollen den Wandel. Wir wollen im Wandel wandeln. Endlich was Neues. So geht das nicht weiter. Aber was wir in Wirklichkeit wollen, ist, dass das Alte Gute jetzt das Neue ist, damit wir es erkennen. Und das Alte ist immer gut. Oder immer noch gut. Wir verstehen, dass Sie es dem Neuen vorziehen. Wir sollten Sie dafür nicht kritisieren. Auch wenn damals Millionen daran krepiert sind und wieder andere Millionen im Casino des Königs gewonnen haben. Immer gut. Gut genug, um hervorgeholt zu werden und nachzuzählen, wer oder was fehlt oder dazugekommen ist, um zu diesem Neuen, das uns versprochen wurde, wieder zurückzukehren und es wieder groß zu machen. Größer, als es niemals gewesen ist. Heul! Was tun, damit das Überlieferte... Jetzt ist aber Schluss damit, gell? Weiß ich noch nicht. Was tun also, damit das Überlieferte als neu durchgehen kann? Es geht immer nur aufs Neue durch. Aber es wird nicht neu. Vorsicht, es haut ab. Dort verschwindet es in der Ferne. Wir können es nicht fassen, weil es uns wieder mal durchgegangen ist. Es ist nicht mit uns durchgegangen. Es ist nur so einfach durchgegangen, weil Sie, Sie Menge Sie, ihn brüllend, johlen, pfeifend Platz gemacht haben. Aber in die falsche Richtung. Heul! Dort rennt er garantiert nicht hin. Er will immer woanders hin und was anderes, damit es das Neue vorspiegeln kann, vortäuschen. Der König ist blind und dieser Spiegel ist auch blind. Man erfährt durch ihn nichts. Der Spiegel sagt nichts. Das, was war, können Sie alles weglassen. Es sagt uns nichts mehr. Das Wahre ist eh schon weg. Wohnen Sie im Lichte? Sind Sie im Bilde? Nicht mehr lange, das kann ich Ihnen flüstern. Die Berge heulen, die Buchten heulen hinter Ihnen drein, weil Ihnen das nicht eingefallen ist. Und mir dürfen Sie mein Wort auch nicht ins Gesicht werfen. Wo kommen wir denn da hin? Der Erwählte, den die Ermächtigung erwählt hat, der ist längst hinter Ihnen. Er ist nicht mehr ein Vorläufer. Er ist ein Hinterlauf. Nein, ein Hinterlader. Nein! Das nun ganz sicher nicht. Dafür haben wir Beweise. Zwei, drei Beweise mit Sicherheit. Sie durften sogar... Sie waren alle Frauen. Also weiblichen Geschlechts. Sie durften sogar gratis im Turm wohnen und ihr herrliches Haar herunterlassen. Bis der Prinz kam und abwinkte, als er den Rest auch noch gesehen hatte. Bloß weil Sie ihn nicht sehen, muss er nicht unbedingt weit vor Ihnen sein. Ja, vielleicht kommt er auch zu Ihnen. Warte nur ein Weilchen. Er kommt vielleicht. Zumindest wird er behaupten, dass er gekommen ist. Zumindest wird er behaupten, dass er gekommen ist, aber nicht bleiben wollte. Der und die Frauen... Da läuft eine heiße Sache. Doch derzeit will er nichts Festes. Und er bekommt es auch nicht. Wenn er sich entscheidet, wird er eine Frau sehr glücklich machen. Bitte, ich kann nichts dafür. So ist es überliefert. Aber bei der Bibel stimmt ja auch nicht alles, was man so liest. Er hat sich noch nicht entschieden. Bitte fühlen Sie sich nicht zutiefst betrogen. Sie sind es nicht. Und Sie auch nicht. Seien Sie nicht am Boden zerstört. Dort ist kein Platz mehr. Dort liegen seine anderen Opfer herum. Er kann aber genauso gut weit hinter Ihnen sein. Dann sitzt er Ihnen im Nacken. So oder so fühlt er halt gar so gern. So oder so hat er das alles erfunden. Um sich als Playboy aufzuspielen? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass er eine Affäre hat, wie er angibt. Angabe ist das halbe Leben. Den Rest des Preises muss man aber auch begleichen. Irgendwann mal führt der König nicht mehr, weil er schon alle angeführt hat. Aber keine einzige Frau außer seiner abgeschleppt. Er sagt, das Seil sei ihm gerissen. Sonst hätte er sie alle gekriegt. Es fehlen ihm nicht mehr viele. Jetzt hat er dafür, dass er führt, das ganze Land, das er anführen darf. Er ist auf niemanden mehr angewiesen. Er muss niemanden mehr was überweisen. Er kann seine Anweisungen erteilen. Und Sie? Brauchen Sie denn Führung? Ja, Sie brauchen sie. Das haben Sie gewählt. Und Sie haben einen Führer erhalten, der es kann. Die Frauen sind für ihn jetzt nur noch die zweitliebste Nebensache. Das Land wird ab sofort immer die Hauptsache sein. Es kommt zu seinen Besitztümern dazu. Heul! Habe ich jetzt dieses ernste Thema humorvoll behandelt? Keine Ahnung. Ich habe mich bemüht. Also, ich habe hier den 1. Satz. Nicht der Thermodynamik, welche ein geschlossenes System beinhaltet, in dem die Energie gleichbleibend ist. Zumindest so lange, bis man eine Energiebilanz gezogen und die Glühbirne entsorgt hat. Oder so ähnlich. Seine? Immer positiv. Die Bilanz immer positiv. Auch wenn er nichts hat. Er hat sowas an sich, als hätte er mehr, als er hat. Dynamisch. Wenn wir schon dabei sind. Doch wir sind nicht dabei. Wir sind zumindest mit unseren Gedanken woanders. Dynamisch ist bei mir leider gar nichts. Alles ist konstant energielos. Ich habe diesen 1. Satz frei erfunden, der nicht geschlossen werden kann. Niemand könnte ihn schließen. Denn Sie haben was anderes beschlossen als ich. Es geht nicht weiter. Der Satz geht einfach nicht weiter. So lang geht er jetzt schon. Doch weiter geht er nicht. Ich nehme meinen Treibstock. Was bewirke ich? Der Satz geht in eine ganz andere Richtung, wo er gemolken werden kann, bis die Energiepreise dauerhaft sinken, was nie passieren wird. Ich kann es nicht. Energie erzeugen sowieso nicht. Nein, ich kann nicht sagen, was ich sagen möchte. Sage aber, nein, nicht einmal, das sage ich selbst. Ein Naturgesetz behauptet es. Der Mensch wird, selbst wenn er von überall her blutet, von oben, von unten, aus der Mitte heraus, selbst wenn er eine Frau ist, selbst wenn er ein Gegner ist, Wo ist, von wem denn? Selbst wenn er er selbst ist. Keine Ahnung. Das ist jetzt ausgekämpft und entschieden. Der Mensch wird zu Dreck werden. Und es wird sich für ihn nicht einmal auszahlen, dass man eine Bombe in Marsch gesetzt hat. Er wird ja selbst nicht ausgezahlt. Die Bauunternehmer werden schon dafür sorgen. Die Vorwärtsstrebenden treten nach hinten aus. Die Zurückweichenden treten auch irgendwo aus, wo ein Pipifax, eine Pipibox steht. Erst neulich habe ich wieder so eine gesehen, vormals Dixie, mein Liebling. Das Einfache duldet nichts. Es duldet auch keine historische Verrechnung, weil ja alles einmalig ist. Das Einfache entsagt dem Umfänglichen. Es ist unerschöpflich, das Einfache. Und was verlangt es? Es verlangt das Schwerste. Das Zurückkehrenkönnen zum Selben. So treffen einander diejenigen, die nach vorne wollen, und die, die zurückdrängen. Sie treffen sich auf dem Schlachtfeld, wo ein wilder Hund steht und dauernd so hechelt. Sonst ist da nichts mehr. Es ist nichts mehr dazwischen. Und die Wahrheit verbirgt sich, ja. Das ist schön. Sie verbirgt sich denen, die sich selbst verbergen, wie ein Windstoß, der in einem abseitigen Talgrund des Schwarzwalds oder wo auch immer die Erde verweht. Ja, und dass die Menschen, die einander in der Mitte treffen und sich die Schädel einschlagen, einen Blick lang wenigstens ihre Zugehörigkeit erkennen und einen Augenblick lang, vielleicht einen anderen Augenblick, sich dann vielleicht an Gott erinnern, weil ihnen niemand anderer einfällt. Und dem erscheinen die Menschen ganz brauchbar. Ja, Kunststück. Er hat es ja auch gemacht. Er weiß nur noch nicht recht, wofür. Warum sage ich das jetzt? Aber ich sage es ja gar nicht. Oder zu oft. Stehntig. Sie rechnen und rechnen sich in die Besinnungslosigkeit hinein, diese Menschenentwürfe. Sogar in höchster Auflösung sind sie inzwischen überall erhältlich, werden aber natürlich immer verschwommener. Das ist der Nachteil der hohen Auflöslichkeit. Diejenigen, die schwimmen können, erhalten manchmal sogar ein Aufenthaltsrecht. Wenn auch nicht im Wasser, wo die Fische und die Toten sind. Gott hat sie sich anders vorgestellt, irgendwie konkreter. Aber bitte von mir aus, immerhin sind sie etwas dezimiert. Sie rechnen, die Verbleibenden nicht, aber die Hinterbliebenen rechnen sich irgendwas aus, weil sie das Berechnen nur in der Besinnungslosigkeit überhaupt können. Ich kann es so und so nicht. Ich kann es so und so nicht. Ich kann es so und so nicht, egal in welchem Zustand, weil mir das blöde Blut immer in die Augen rinnt, wenn ich was sehen möchte, das mir weit voraus ist. Von mir aus, da? Da ist das Besinnungslosberechnete also. Grüß Gott. Ziehen Sie sich bitte dieses Gewand an. Es ist das Gewand, mit dem Sie sich als historisch überliefertes ... Sagen wir jetzt mal was anderes. Sagen wir, was weiß ich, sagen wir Vererbtes, damit wir mal was anderes sagen. Das jenseits der Überlieferung geliefert wurde. Mit dem Sie sich also als etwas Vererbtes, das wir vorher noch nie gesehen haben, verkleiden können. Das Gewand mit dem Prunk. Ich meine nicht das prunkvolle Gewand, obwohl es das auch ist. Das mit dem unechten, weil unschöpferischen Prunk des Weltanschauers, des Weltenanschauers, der die Welt aber nicht sehen will. Sie ist ihm egal. Der die Welt danach einteilt, wo er bauen und wo er Golfplätze in den Boden rammen kann. Na ja, ich übertreibe mal wieder auf der einen Seite und übertreibe auf der anderen. Aber als König muss er sich halt die ganze Welt anschauen. Ist so. Wieso sehen Sie nicht, was dort gestanden ist, bevor Sie Ihren Turm dorthin geknallt haben? Er kann es nicht mehr sehen. Er befindet sich ja innerhalb des Turms. Also wirklich. Auf diesen Wolkenkratzer müssen Sie hinaufschauen. Zuerst rausgehen, dann hinaufschauen und dann sehen Sie es. Dann sehen Sie ihn ganz hoch droben. Das dicke Ende ist sehr hoch oben. Doch es wird auch zu uns Unterlingen kommen. Er wird auf uns herabkommen und uns zerschmettern. Er sieht es. Er sieht es nicht, weiß aber, dass es da ist, weil es ihm gehört. Wieso sieht nur er es? Weil er blind ist? Nein, das Sehen geht ja gar nicht, weil er drinnen ist. Und von dort sieht er die Spitze nicht und bildet sich ein, er selbst wäre die Spitze. Ja, er ist Spitze. Und dieses Überkommene. Ich kann mir selbst nicht glauben, dass ich jetzt immer noch damit komme. Es maßt sich selbst seine Überlegenheit an, die eine scheinbare ist. Hier verendet ein Satz, dessen Anfang schon öfter angefangen und manchmal sogar irgendwie beendet wurde. Er bleibt dann noch im Dunkel. Ich kann nicht glauben, dass er endlich verschieden ist. Er ist ganz verschieden von den anderen Sätzen. Niemand wollte ihn, weil er so lang gedauert hat. Die meisten von Ihnen haben schon ausgeschaltet. Und doch, ich bitte um Respekt für ihn. Er wollte erst nachdenken und dann was Ordentliches sagen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Stören Sie nicht die Totenruhe. Er wird nicht vollendet werden, der Satz. Ist doch nicht nötig. Der König ist oft pleite gegangen und ist es jetzt vielleicht wieder. Wen kümmert's? Ihn! Am allerwenigsten! Dafür kriegt er ein ganzes Land geschenkt. Und zwar ein großes. Also bitte nicht traurig sein. Das Sehen überlassen wir jetzt den Sehern. Jeder an seinem Platz! Marsch! Ich zum Beispiel. Aber ich kann nicht wählen. Ich darf nicht. Nicht überall, wo ich will. Und wenn, dann hätte ich nicht sie erwählt. Ich hätte nicht sie genommen. Ich hätte eher einen feuchten Schwamm genommen, mit dem ich die Welt gereinigt hätte. Meinen eigenen kleinen Horizont muss ich nicht abwischen. Da genügt ein Hauch. Ein letzter Hauch. Um ihn noch mehr zu trüben, was ich gar nicht vorhatte. Um sie zu wählen, hätte keiner eigens aufstehen müssen. Jeden anderen als sie hätte ich persönlich genommen. Bin aber sicher, dass sie das nicht persönlich nehmen. Aber sie? Niemals. Sind Sie mit dieser Frau ausgegangen? Äh, das lasse ich offen. Also bitte. Sie als Ihr eigener PR-Chef müssen das doch wissen. Wo waren Sie, als Sie ausgegangen sind und mit wem? Nicht einmal auf dem Totenbett auf ihrem oder seinem würde die Frau mit ihm ausgehen, sagt sie. Sie sagt nicht, der beste Sex, den ich je hatte. Doch Sie lassen in der Schwebe mit wem? In der Schwebe schwebt es und in der Frage steht es. Der Zweck ist, dass niemand ihm entreißen kann, was er weiß. Wir wissen es jetzt auch alle. Es ist jedoch nicht wahr. Lachen Sie nicht. Das wurde so gesagt. Es geht hier um einen Mann, der unehrliche Geschäfte macht. Was wiederum ich nicht gesagt haben will und doch gesagt habe. Und er auch nicht. Er sagt sowas nicht. Kommen Sie mir nicht mit einem Richter. Der ist schon da. Wir werden ihn nicht brauchen. Es geht um einen Mann, der seine Frau betrogen hat. Nicht diese, die aktuelle, sondern die erste. Dazwischen war noch eine. Das ist eine absolut überschaubare Zahl. Bis drei kann sogar ich zählen. Rechnen Sie sich aus, ob das nicht ein Preis für lebenslängliche, hervorragende Leistungen wert ist. Der König hat ihn an sich selbst vergeben. Die Frage ist, werden wir ihm vergeben können, wenn er uns in die Luft gesprengt hat. Und nur die Klimaanlagenfabrik bleibt da. Und genau so viele Leute, wie man für sie benötigt. Also, äh, nein. Ein paar weniger sind es schon. Dieses Buch, von dem Sie nur den Umschlag kennen, gelesen haben Sie es natürlich nicht. Das hätten Sie wohl geschlossen, bevor Sie noch die erste Seite herangenommen hätten. Sie haben gewusst, das wird nichts. Die gefällt Ihnen doch nicht. Das wäre bei der Prüfung herausgekommen. Bei nicht gefallen, Geld zurück. Man könnte ein Geschäft draus machen, dass Ihnen so viele nicht gefallen. Sie haben viele genommen, aber dieses Supermodel, dieses eine, ausgerechnet, das haben Sie ausgelassen. Sie lassen das aber offen. Sie lassen etwas durchblicken, obwohl es ohne dies offen ist. Sie haben ja die Auswahl unter den Schönsten, die Sie als Beilage nehmen können oder als Hauptspeise, je nachdem. Solche, die sich Mäntel nicht einmal anziehen müssen, sondern bloß über die Schulter schlingen. Die eine Schulter zeigen und dann die andere. Die allen anderen die kalte Schulter zeigen. Weil sie es können. Die sich fast nackt zeigen. Weil sie es sich leisten können. Die sich überall zeigen können, mitsamt ihren Beinen. Nur wenige gehören dazu. Zu diesen Beinen. An denen sie jeder erkennt. Also die mit diesen Beinen. Nur die eine, die gehört aber schon ihm. Ihm allein, die hat er ausgewählt. Sie wohnt im Turm und steht nicht im Sturm. So groß ist sie auch wieder nicht. Nicht einmal als Model. Kennen Sie sich noch aus? Es waren insgesamt doch nicht mehr als drei Stück Frau. Und dennoch machte solchen Wind um sie. Sie tauchen immer wieder schwankend auf. Sollen Sie ihn erwählen oder einen anderen? Da gibt es doch wirklich keine Wahl. Da sind Sie, die Frauen. Denn bedenkt ihres bitteren Lebens weiteren Gang. Ich sehe überall Blut. Überall, wo Menschen leben müssen, taucht auch das Blut auf. Es soll ihnen aber keinesfalls das grausame Band verderben, das diese beiden aneinander kettet. Wie sollen Kinder es aushalten? Wie sollen sie den Schaden solchen Schimpfs auf sich nehmen, der auf ihre Eltern fällt? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder. Es zählt nur die eine und ihr anderes. Also, ihr Mann, das ist was anderes. Und dann die zwei Söhne und dann der jüngste Sohn. Naja, das ist eine ganze Menge. Oedipus hat nicht so viele Personen zusammengebracht wie dieser König. Und auch der hat das nicht mit einem einzigen Schoß geschafft. Er hat dazu drei Schüsse gebraucht. Aber dann waren sie da, die Kinder, welche alle in seinem Betrieb mitarbeiten. Im Hotelbetrieb. Da müssen sie diesen bitteren Gang nicht antreten und können immer zu Hause schlafen. Und die Versammlungen der Bürger werden sie besuchen. Was das für schöne Feste sind. Und auch der Vater hat was Festes. Nicht nur einen festen Händedruck, der vollkommen gratis ist. Nimm mich, sagen die Frauen zu ihm. Nimm mich. Er hört alles. Ich höre nichts. Die sagt gar nichts und die dort drüben auch nicht. So viele Frauen. Und dann nur drei Stück von ihnen willens und brauchbar. Das ist mehr als nichts. Drei Stück. Wie muss der König ausgestattet sein, dass er so viel Wind darum macht? Und dann geht alles in die Hose. Das ist ja nur eine Talkshow. Woanders lebt der König nicht. Das ist weh mit Gott. Wir wissen, wo er lebt. Oben, im Penthouse. Man sieht ihn überall abgebildet. Man hört seine frohen Zusprüche. Dass ihm schon wieder was zugesprochen worden ist, das er nicht zu bezahlen braucht. Das machen schon wir hier. Alle Freunde vernehmt freudig Gott, damit es nicht zu einer Einvernahme kommt. Dieser und der andere, Gott welcher auch immer, lebt in einem Bild, das man herholen und wieder verschwinden lassen kann. Das wird am heiligen Körper des Königs vollzogen. Er wird geholt und wieder weggestellt. Und irgendwann, wenn sein Körper sehr oft in diesem Tabernakel aus leuchtendem Gold zur Schau gestellt worden ist, wird ihn niemand mehr sehen wollen, weil er einfach überall ist. Er ist je schon da. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gekannt. Ich kenne ihn auch nicht. Aber da ist er. Er hat seinen großen Auftritt, der sich von den kleinen Auftritten nicht unterscheidet. Die Menge seiner Anhänger ist unübersehbar. Sie müssen jedoch nicht persönlich anwesend sein. Doch keiner darf fehlen, wenn er in seinem Gerät erscheint. Denn dann müssen sie ihn sehen, ob sie wollen oder nicht. Die nicht da sind, kann man auch nicht sehen. Klar? Etwas anderes haben sie wohl nie gehört. Können sie nie gehört haben. Drei Frauen. Greif zu. Nimm mich. Er glaubt, das sagen sie zu ihm. Zumindest eine sagt aber was anderes. Stumm bleibt um mich herum die Welt, doch ich, ich schreie. Nicht einmal, wenn ich schreie, hört man mich. Denn die Ordnung der Engel scharrt sich um Gott, nicht um uns. Ich wurde nicht im Schatten eines plumpen Palastes geboren. Doch aus dem Land ließe jeder gern mich ziehen. Applaus, Applaus. Danke, Kermit. Immer dieses Theater. Dann nimm halt eine andere von mir aus, wenn sie dir besser gefällt. Aber die muss schon sein wie eine, die wie die andere ist. Nur, viele andere werden sie nicht finden. In dieser Preisklasse haben wir nicht mehr viele vorrätig. Doch sie wachsen nach, weil sie es wollen. Die Armen wollen keine Ruhe vor der Qual zu hungern. Und das Land? Das liebe Land? Wie hält es das alles überhaupt aus? Bebend vor Erregung kommt aus dem Vorgemach, wo es gewartet hat, das liebe Land. Einen Anblick kriegt es nicht, den hat es schon. Und es kriegt sich nicht mehr ein. Es wird erblickt. Und wollen wir wirklich vernehmen der ärmsten Leidensgesang, was sie alles verloren haben. Häuser, wenn auch kleine. Gesundheit, wenn auch keine sehr gute. Kinder, auch nicht sonderlich gut. Schule, wofür soll die denn gut sein? Leben, na ja, so eben. Bebend vor Erregung, ja fast schon Wut, kommt es daher, wieder mal zu spät. Nein, diesmal punktgenau. Die Wahlmänner zählen noch, wissen aber schon, was sie sagen werden, wenn sie einmal im Leben was zählen. Und na, sowas, jetzt kommt das Land daher, wo es zu spät ist. Es läuft zur ehelichen Kammer, das Land. Es ist eins von den Großen, wo bereits der neue König wartet. Der wird hoffentlich wissen, was er zu tun hat. Er hat es ja schon so oft getan. Mit beider Händespitzen raufte sich sein Haar, dass es nicht nötig hat, das Land, dass es nötig hat. Was jetzt? Der König hat ja kaum noch eins, das nennenswert wäre. Besser, wir benennen es gar nicht. Aber das, was noch da ist, kennt jeder. Von vielen Scherzen, die wie jedes Übel irgendwann vergangen sind. Ja, sie sind uns vergangen. Sein Name sei dennoch sehr oft genannt. Aufs Haar kommt es nicht an, sondern auf das, was drunter ist. So ähnlich wie mit dem islamischen Kopftuch und dem Verstand. Da kommt das Land jetzt in die Kammer zum König reingeschossen. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt wirklich schießt, obwohl es das könnte. Es schießt also rein zum König. Angemeldet hat es sich nicht. Es geht mit sich durch. Das Volk ist selbst der Türhüter. Und es lässt sich zu sich selbst herein zum König, der nicht der ist, den es erwartet hat, das Land. Und jetzt bejammert es das Bett, dieses Land, in das es sich legen soll. Das Bett ist gemacht. Es muss sich nur noch reinlegen. So, da ist es jetzt, das erwählte Land. Nein, umgekehrt. Das Land hat gewählt. Jetzt tut es ihm aber schon leid. Es tut ihm schon wieder leid. Falsch gewählt hat das Land den Falschen. Und schreiend stürzt der König hinein, um das alles richtig zu stellen und in Ordnung zu bringen. Er ist gewählt. Und trotzdem jubeln sie ihm zu. Sie können ohne dies nicht mehr tun, als sie schon getan haben. Sie haben ihn gewählt. Jubeln ihm aber dennoch zu. Er ist es doch eindeutig. Er ist es. Doch er ist es auch wieder nicht. Also sagt er auch nicht, was er gesagt hat. Er hat es zwar gesagt. Was führte den Mann bloß in diesen Wortschwall hinein? Er weiß es nicht, wer ihm die Zunge geführt hat. Ein anderes Ich war es. Ein Fluch soll es töten. Da bin ich jetzt überfragt, welches andere Ich aus seinem Mund gesprochen hat. Er kann es nicht ganz allein gewesen sein. Er hätte etwas ganz anderes gesagt. Mein Gott, er wird uns noch allesamt zum Opfer bringen. Jetzt hat er schon so viel getan. Das bringt er dann auch noch, der König. Es ist ein Spiel für ihn. Nicht so leicht, nicht so ernst. Es ist ein Spiel, dessen Regeln er selbst nicht versteht. Die braucht er nicht. Er hätte eher geschrien, als etwas gesagt. Es wäre, wie als Licht im Dunkeln stehen. Ähnlich wie meine Nachtkastellampe. So müssen Sie sich das vorstellen. Nein, müssen tun Sie gar nichts. Einen anderen Weg als hinein kennt er nicht. Hinter ihm viele, die ihm aufschreiben, was er sagen soll. Aber er kann es auch von sich aus sagen und besser, von mir aus. Nur ist es dann etwas anderes, als ihm dringend geraten wurde. Oft sind es recht gewalttätige Lösungen, die aber nicht einmal Schuhbänder lösen könnten. Der König stürzt also herein, als einer, der vorhin noch nicht da war. Das Bett war leer. Vielleicht war er bei einer anderen in einem anderen Land. Wer weiß. Er hat vielleicht noch ein weiteres Model gefunden, nachdem er die Frauen umformen möchte. Wenn auch nicht alle. Man braucht schließlich Vergleichsmöglichkeiten, um zu erkennen, dass die Frau des Königs unvergleichlich schön ist. Die anderen blöden Fotzen sollten sich aber trotzdem bemühen, und diesem Vorbild nacheifern, falls sie nicht etwa Model schon sind. Da hat man weniger Arbeit mit ihnen. Dann sind sie Form, reine Form, aber welche? Ein Inhalt ist schon auch da, doch den sieht man nicht. Klar, nein, nicht klar, getrübt, betrübt. Form und Inhalt nicht mehr vorhanden, mit zerstörerischer Gewalt gelangen wir zur Einmütigung. So oder gar nicht. Danke, nicht nötig, in mir ein übernatürliches, nein, ein unnatürliches Geschöpf zu sehen, vielleicht ein wieder natürliches, natürlich. Die Natur will es zwar, aber sonst will es niemand. Ein Geschöpf, das Frieden sät, um Gewalt zu ernten, nein, umgekehrt. Dieser Herr dort, was hat er mir zu sagen? Er spottet über mich, er spottet, ich würde mich wie eine furchterregende, aber geheimnisvolle Erretterin von wirklich allem aufführen und sollte außerdem überhaupt nicht aufgeführt werden. Der lacht mich aus, ja, der dort drüben, der kann kaum sprechen vor Lachen. Freut mich der Anlass gewesen zu sein. Und was sagt er? Irgendwas muss er sagen. Das wäre ja gelacht. Er sagt, ich pudle mich auf, als diese geheimnisvolle Retterin die Menschen krank macht, um sie anschließend zu heilen. Was ich aber verweigern würde. Die Menschen müssen außerdem nicht geheilt werden und wenn, dann nicht vor mir. Es ist doch eigentlich recht vernünftig, was der König sagt, oder? Jetzt, da Sie es nachsagen, leuchtet es mir ein. Sie, Autorin, wohin verrennen Sie sich schon wieder? Sie sind schon noch ein Mensch, oder? Sie sollten unsere Geduld nicht strapazieren. Wir haben Ihnen schon genügend Rabatt für Ihr Leben gegeben. Und es wird auch brav kürzer. Gut so. Es ist inzwischen entscheidend kürzer geworden. Das haben wir bewirkt. Das wurde Ihnen um den Preis Ihres Opfers gewährt. Sie dürfen sagen, welches Opfer Sie sein und welches Sie bringen wollen. Verwechseln Sie das bloß nicht. Natürlich wollen Sie ein unschuldiges Opfer sein, das einem Ungeheuer zum Fraß vorgeworfen wird oder so in der Art. Und das sage jetzt nicht ich. Ich schreibe es bloß. Ich meine, ich schreibe es mir zu, dass ich selbst der Rache der Menschen oder im Gegenteil meinem Verlangen nach Gerechtigkeit ausgeliefert bin. Also Gerechtigkeit ist mir schon sehr wichtig. Das wird hier vom Opfer, allerdings von jedem Opfer behauptet. Macht nichts. Als Opfer spiele ich mich sogar besonders gern auf. Unsere Zeit ist um. Ja, natürlich. Meine auch. Regen Sie sich nicht unnötig auf. Ich zähle nicht. Aber ich zähle mich da durchaus mit. Namen gibt's für alle Übel, die ich beschrieben habe. Fehlt eins? Ja, es fehlt und wird hier nachgeliefert und zwar in dieser Reihenfolge, die ich mir nicht ausgedacht habe. Leider nicht. Gestöhn und Wirrnis, Tod und Schmach. Es wird mir vielleicht noch mehr dazu einfallen. Dann werde ich keine Namen finden müssen für all die Übel, denn Namen haben sie schon. Keiner von ihnen wird fehlen. Er wird vielleicht mir fehlen, aber er wird nicht fehlen. Lange hatten wir Recht. Lange hatten wir das Recht, das Wort Furcht beiseite zu schieben. Jetzt ist es da und bleibt auch da. Es heftet sich an uns wie die Augen der Liebe an irgendwen, denn die Liebe ist noch weniger wählerisch als wir Schreiber, die stets ins Dunkel schauen, weil das für sie interessanter ist. Der Vermieter hat uns dafür den Schlüssel ausgehändigt, doch wir haben noch nichts gefunden. Man sieht nichts. Man kann alles erfinden, was reingehört. Gemeine Söhne bringen ihren Vater um. Warum tun sie das bloß? Es gibt keinen Grund, der aber ausführlich erklärt werden wird. Das Vaters Augen, der euch pflanzte. Und den wir pflanzten? Das versteht wieder mal niemand. Das Vaters Augen. Früher strahlend schauen so nach euch. Und das ist jetzt blöd. Ich will nicht sagen wegen monatlicher Schuld und Schulden. Es ist wirklich echt blöd, wenn einer nicht sehend, nicht fragend, nichts ahnend Kindern zum Vater wird. Und zwar genau dort, wo er selbst einst gesät wurde. Um die Schuld und die Schulden, die immer darauf folgen, zu vermeiden, darf man entweder keine Kinder zeugen, die dann zahlen müssen, dass wir ins Altersheim überhaupt hinein dürfen oder dafür sorgen, dass der Planet möglichst früh unter unendlichem Wachstum zusammenbricht und alle zahlen müssen. Das heißt, keiner dafür zahlen muss. Das ist immer dasselbe. Nicht nur der Vater die Alimente, welche die Zukunft der Kinder sichern sollen, also Hoffnung für sie schaffen. Versprechen für die Zukunft. Doch in Wahrheit ist der Zweck von Schulden ja der, dass jede Hoffnung auf Zukunft zerstört werden soll und dass Hoffnungen geraubt werden sollen. Und überhaupt, ist da Oedipus nicht ein schönes Sinnbild? Unschuldig Erzeuger von Versprechen, zwei Versprechen sogar, mit der eigenen Mutter gezeugt, damit es wenigstens in der Familie bleibt, welche stets davon profitiert. Ja, die Familie gewinnt immer, als sie zu mehreren sind. Und gleichzeitig die Hoffnung auf Zukunft zunichte machend. Ach was, der Eindruck trügt, dass etwas geändert werden kann. Es ist vorbei. Ich beschreibe jetzt vielleicht den König. Er soll ja unbeschreiblich reich sein, habe ich gehört. Wenigstens Geld wie Mieders und jede Menge Kronen. Korken hat er im Schachterl. Doch ich bin mir nicht sicher. Die Banken stöhnen entsetzlich, weil er sich auf sie draufgesetzt hat, anstatt ihnen etwas anzuvertrauen. Das ist ein Nehmer. Das ist ein Steher. Und jetzt steht er halt wirklich. Ähnlich. Er ist früh aufgestanden, denn Inzest... Nein, den kann ich ihm nicht vorwerfen. Den nicht. Nie würde er mit einer Frau Inzest begehen, die älter wäre als 35. Inzest fällt weg. Die Gegner innerhalb der Familie oder solche, die mit Bussen von außerhalb angereist sind. Denn in seine Familie kommen sie nicht hinein. Dort müssen alle schön sein. Oder sie fliegen raus. Alle kommen. Doch sie kommen nicht hinein. Und sie kommen nicht drauf. Auch ich nicht. Wirklich alle kommen herbei. Denn wenn ich dabei bin, sind es wirklich alle. Dann fehlt mir keiner mehr. Diese Gegner also schlagen alle nach dem König. Sie zerren an seinen Golfhosen, an seinen goldenen Zahnputzböchern, an seinen goldenen Klopapierhaltern. Es wird nach ihm geschlagen, weil man so gern nach seiner Art geschlagen sein möchte. Einer wie er ist immer noch größer, wenn er geschlagen wird. Größer als wir, die wir gehegt werden, wenn auch nur von uns selbst und unseresgleichen. Ja, besser als König geschlagen werden, denn als 15-jähriges Mädchen von Gleichgesinnten. Welcher alle mit Telefon reich ausgestattet sind. Die heute einmal filmen dürfen. Von Gleichaltrigen, die nur schlagen, damit sie selbst nicht geschlagen werden und älter werden dürfen. Fazit. Ich würde es vorziehen, Sie würden geschlagen und nicht ich. Nein, das Video können Sie jetzt nicht mehr anklicken. Das wollen Sie gar nicht. Das brauchen Sie auch nicht. Was jeder hat, wollen Sie gar nicht. Nachdem Millionen es bereits im Netzwerk gesehen und als ihren kostbaren Schatz aufbewahrt haben, den Sie wieder und immer wieder aufs Neue abspielen, als eine Erinnerung an nichts, an etwas, das nicht Ihnen widerfahren ist, also nicht wahr. So ist es doch. Der König schlägt nur zurück. Er wehrt sich, was er darf, was jeder darf. Auch ein Minderjähriger, auch ein Minderer, sogar ein Kind. Inzest. Inzest fällt also weg. Aber Gewalt, äußerste Gewalt, geht immer. Und dazu die Zerstörung des Unterschieds. Ich meine jetzt nicht, wie dieser Denker, dessen Denken ich gerade vor mir habe, aber nie hinter mir, da ich ihn nicht verstehe. Ich meine jetzt nicht die Zerstörung des größten Unterschieds innerhalb der Familie, welcher alle Amerikaner sind oder welches Volk halt das Sagen hat. Im Moment habe ich es, bin aber kein Volk. Die Zerstörung des Hauptunterschieds in der Familie, um die geht es, nicht nur mir. Die Zerstörung des Unterschieds zur Mutter nämlich. Aber all das meine ich auch wieder nicht. Das ist mir zu extrem. Zu viele Tote und ein einziges Individuum, das Ihnen gegenübersteht. Einer, ein König. Indem durch Mord und Inzest alles gelöscht wurde. Jedes Bedürfnis nach Mutter und Kinder einfach gelöscht. Das liebe Augenlicht auch einfach so gelöscht. Naja, so einfach war es auch wieder nicht. Ungefähr so, wie durch diesen berühmten, berührenden Kreuzestod auch irgendwas gelöscht wurde. Mir fällt jetzt nicht ein, was, irgendwas wird's wohl gewesen sein. Warum tut sich jemand sonst sowas an? Also bitte, Einer allein kann das alles nicht tragen. Sünden, Familie, kennen wir beides. Muss man nicht selber machen. Hängt schon an der Wand. Steht schon in diesem Buch. Dass der König weder vor noch nach seiner Blindheit gelesen hat und lesen würde? Nein, Nein, in einem anderen, das er aber auch nicht kennt. Also durch diese Verbrechen, furchtbare Verbrechen, überhöht ein einziges Individuum sich selbst. Es verewigt sich. Es wird verewigt. Es verdichtet sich. Es wird verdichtet. Leider nicht von mir. Ich sage lieber nicht, was ich meine. Das Blut muss sich erst noch besser vermischen, damit die Arbeiterklasse verschwindet und in jedem von uns wieder aufgeht. Als Saat oder Sonne. Wie gewünscht. Sie ist da. Aber man soll sie nicht sehen. Vielleicht besser als Saat? Aus der kann noch was werden? Die Sonne bleibt immer gleich. Also in dieser Entfernung. Das Blut vermischt sich also. Die neue Küchenmaschine ist noch nicht mal abbezahlt, mit der es verquirlt wird, damit die Mutter wieder alles auf Anfang mit der Arbeiterklasse schwanger wird und sie als etwas anderes gebärt. Nachdem sie sich jahrelang abgerackert hat, darauf wartet sie schon so lang, dass sie endlich eine Ruhe hat, weil sie gebären muss. Tausende Wiedergeburten lang wartet sie, dass sie was anderes wird. Einmal nicht Mutter, einmal ein Stück Revolution bitte. Aber die Mutter hat schon wieder eine Fehlgeburt und nichts als einen Journalisten geboren, der nicht weiß, was er sagen soll. Ich weiß es ja auch nicht. Fragen Sie mich nicht. Ich schätze, im Moment sieht es eher nach dem Gegenteil von Arbeiterklasse aus, obwohl sie doch so brauchbar war für den König, damit er überhaupt König werden konnte. Aber das könnte sich ändern. Und wir selbst verschwinden dann in der Arbeiterklasse oder in dem, was darunter ist. Dabei sind die doch schon der Bodensatz. Darunter ist nur, na, eben der Boden. Und das sind schon die meisten, darunter sie selbst auch. Ihre Verwandten ziehen umher, dass man sie nicht zu Hause antreffen und anpumpen kann, anschnorren, dass man sie nicht pflanzen kann, dass man es ihnen zurückzahlt. Wie Oedipus sich selbst. Von mir aus. Aber mit der Arbeit werden wir mehr Arbeit haben als mit dem Schreiben. Und die Alten, wie ich, werden sich nicht beteiligen können, denn sie sind an die letzte Station ihres Lebens gelangt, wie der König noch nicht. Außerdem ist es bei einem König egal. Der König ist allgemein anerkannt. Nur nicht von allen. Der Vatermord hat ja schon die größte Erfüllung gebracht. Ich habe meinen absolviert, als ich noch jung war. Hat Spaß gemacht. Was sollte ich jetzt noch verlieren können? Mein Handy? Das wäre mir Wurst. Ich habe eins. Ich nütze keins. Ich nütze der Arbeiterklasse. Das sehe aber nur ich so. Und deshalb hat sie jetzt wieder nicht gewonnen. Sie hat mich nicht als ihre Mutter erkannt. Gefickt ist sie trotzdem. Sie hat unter uns gewohnt. Und sie hat nicht gewonnen. Ob zwar sie sich das eingebildet hat. Die Mehrheit hat gewonnen. Aber was? Glauben sie, dass ein Gott direkt an dieser Sache beteiligt ist? Oder sind es die Schreiber, die das herbeigeschrieben haben, indem sie es verworfen und immer wieder neu angefangen haben, damit es nicht fertig wird? Alles nur nicht arbeiten. Ja, das ist meine ehrliche Meinung. Na, das wird was werden. Sie flehen nicht mehr die Arbeiters, die immer zur Zeugung ansetzen, um etwas zu schaffen. Doch es ist ihre eigene Zeugung. Und jetzt sind sie halt da. Noch dazu so viele. Was soll man machen? Viel zu viele wurden gezeugt. Und was unternehmen wir jetzt mit ihnen? Beziehungsweise, was unternimmt der Unternehmer, der Klimageräte unternimmt mit ihnen? Nicht jeder kann etwas entwickeln, das der Menschheit nützt. Wir brauchen keine Pest, die das an den Tag bringt. Sie wäre aber nicht schlecht. Man könnte die Schulden dann gleichmäßig auf die Toten verteilen. Wir brauchen Klimaanlagen. Allerdings wäre die Pest heilbar. Die Klimageräte sind einfach nur da und blasen uns eins. Das nenne ich Fortschritt. Andere nennen es auch so. Das ist tödlich für einen schriftlichen Erfinder wie mich. Er muss immer wieder noch einmal von vorne anfangen. Folgendes aber weiß er sich. Einer muss herrschen. Und das sind jetzt nicht wir. Wir sind nicht einer. Wir sind nicht einmal einig. Alles falsch. Wir sind nicht König. Wir sind höchstens Bereichsleiter. Doch reich sind wir nicht. Wir sind es jetzt. Wir sind Könige in unserem Haus, das wir aber bald an die Bank verlieren werden. Wir sind diejenigen, die flehen und vielleicht, hoffentlich unversehrt, das Land müssen verlassen. Wir hoffen, wir kennen einen anderen, sei es in einem fremden Land, der uns aufnehmen wird, denn hier können wir nicht bleiben. Hier kriegen wir kein Haus mehr und keinen Fuß auf den Boden. Mit Ihnen jedenfalls. Wen meine ich da? Egal. Mit Ihnen können wir hier nicht bleiben. Wo Sie sind, König, können wir nicht sein. Wir haben keinen Platz neben Ihnen. Sie haben eine Option, falls Sie nicht einen Besitztitel auf diesem Platz und diesen dort haben, wo man Golf spielen kann oder dieses Casino, wo man auch spielen kann. Auch als Ihre lieben Arbeit, das können wir und hier nicht bleiben. Sie haben Ihre eigenen. Gott erbarme sich Ihrer. Kein Problem für ihn. Gott sagt, Sie müssen nur Ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie sowas ausschaut. Tragen tue ich es dann schon. Wir sind eh woanders, wo man nicht die Wahl hat. Wir sind doch von jeher überall zu Hause gewesen. Wir sagen, nirgends. Sie aber, Herr König, Sie sind hier zu Hause und haben hier Ihre Kartenhäuser. Sie sind verankert in den Bankerten, hervorgegangen aus Inzucht. Denn mit Fremden geben wir uns nicht ab. Es sei denn, wir wollen König werden. Nein, verankert sind wir in den Banken. Es ist übrigens nicht wahr, dass die Bank immer gewinnt. Ihre schon, aber da mussten Sie sich erst erkundigen, Herr König, weil Sie das Spiel, das Ihnen gehört, nicht verstehen. Sie verstehen Ihre Einsätze und unseren Einsatz nicht, denn wir setzen sowieso immer falsch ein. Treffen wird Sie hier nichts Unliebsames, denn wir werden ja fort sein. Bisher waren wir mehr als da. Jetzt sind wir nur mehr weg. Hey! Sie haben wohl einen Komplex, was diesen Mann betrifft. Jeden Mann betrifft. Legen Sie ihn ab. Legen Sie ab. Ihr Komplex muss fallen, denn die Zeit der Auflösung ist gekommen. Ihren Komplex sollten Sie schleunigst auflösen. Sonst werden Sie unglücklich, so unheilschwanger, wie Sie immer sind. Sie sind keine Retterin. Sie sind keine, die spricht. Sondern eine, die schreibt. Das ist stiller. Das macht weniger Lärm. Es sei Ihnen gegönnt. Es gibt keine Menschen, wirklich keine, die zuhören. Die hören jemand anderem zu. Sie und Ihresgleichen sind nicht mehr wichtig. Warten können Sie trotzdem, bis Sie schwarz werden. Doch es wird nichts passieren. Folgen müssen Sie der Schwester, die Sie führen wird, wie einen blinden König. Nicht. Folgen müssen Sie ihr, wenn auch ungern. Sie können reden, so viel Sie wollen. Die Zeit der Auflösung wird ein Ende mit Ihnen machen. Der Komplex muss jetzt weg. Höchste Zeit. Woher haben Sie den, dass der sich so hartnäckig hält, besser als Ihre Marmeladen? Beißen Sie nicht in die Abrissbirne. Das hätte keinen Sinn. Der ganze Komplex. Der riesige Komplex aus Beton muss weg. In einem einzigen, leisen Ruck. Er war nicht mehr sehr verankert. Er muss fallen, wie die Milchzähne ausfallen, wenn die Definitiven nachrücken. Jetzt sind Sie da. Sie sind da. Die Zähne sträuben sich noch, aber sie müssen raus. Alles muss raus, was an uns stört. Die Zähne hätten uns eigentlich nicht so gestört, außer sie tun weh. Uns stört es nicht. Was stört uns nicht? Also ich meine, nichts stört uns. Aber es hat so viele Menschen gestört. Nein, nicht gestört. Sie haben uns ja nicht wahrgenommen, doch sie wollten was anderes. Sie wussten nicht, was sie hatten. Sie wussten nur, sie wollen was anderes. So, jetzt etwas aus meinem Erfahrungsschatz, welcher irgendwann in einen Erfahrungssatz münden sollte, der mir derzeit noch nicht einfällt. Es würde mir schon gefallen, in diesen Schatz hineinzugreifen. Es sind ja nur Schulden. Es sind die Schulden des Schuldigseins, das nie aufhört, wie die Schulden nicht aufhören. Es ist längst gesagt, und über mich spreche ich inzwischen auch viel zu oft, ich weiß. Aber ich kenne ja keinen anderen. Sonst würde ich den nehmen. Wissen Sie, was ich jetzt erstrebe? Meine Schulden an Papi zurückzahlen zu können. Doch es sind so viele, und Papi war nur einer. Aber in diesem Fall ist es wahr. Keine Ahnung, was das ist, das mit den Schulden. Das ist das Einzige, was immer bleibt. Es ist echt. Die Schuld ist auch echt. Ich habe es selbst erlebt, weil ich es selbst herbeigeführt habe. Das kleine Mädchen, das sich für die bevorzugte Geliebte des Vaters halten wollte, musste einmal eine harte Züchtigung durch den Vater erleben. Eine nicht mal harte Züchtigung. Es hat der heißen Tee über das Nachttischchen geschüttet, das kostbarer war als es. Es ist das Mädchen auch kostbarer als der Vater. Sonst hätte er ihr nicht zuschlagen müssen. Nicht war sie König, der sie jetzt den Zuschlag bekommen haben? Ja, und so sieht sich das Mädchen aus allen Himmeln gestürzt. Danach hat es sich jahrzehntelang wichtig gemacht, damit es lieb gehabt wird, hat aber stets nur das Gegenteil erreicht. Es hat sich aufgeplustert. Und jetzt? Jetzt hat es nichts mehr. Und nichts mehr zu sagen, wo doch das Sagen das Einzige war, das von ihm blieb oder bleiben sollte. Das hätte es sich gewünscht, das Kind. Ich meine, ohne etwas zu sagen, hätte es mich gar nicht gegeben. Und jetzt werde ich weggeworfen, auch von mir selbst abgeschrieben, sonst immer von anderen abgeschrieben, jetzt von mir selbst. Eine unsagbare Kränkung. Aber was soll ich machen? Jetzt hör aber auf. Da rufst du nach einem, der schon lange tot ist. Aber wenn der wirklich käme, würdest du dich schön bedanken. Die Prinzessin wird also weggeworfen. Die Erbse wird aus dem Bett geschüttelt. Es war ja nur eine. Ich verschwinde gleich mit dir. Moment noch. Bitte warten. Das Nieversagen wurde mir in die Hand gegeben. Und jetzt, und jetzt, und jetzt sind sie es, der nicht versagt hat. Obwohl das natürlich für mich vorgesehen war. Und jetzt sie. Sie haben schließlich gewonnen. Sie sind meine ultimative Kränkung, Herr König. Ja, Frau Königin, sie auch. Sie zählen aber nicht. Sie zählen bis drei, und dann ist es aus. Dann gehen sie aus. Um noch ein paar Nummern zu schieben. Nein, das tun sie eh nicht. Sie beide räumen mit Leuten, die mir ähnlich sind. Das genügt schon. Mit denen räumen sie jetzt auf. Obwohl die für sie gar nicht existieren. Sie wissen, die mögen sie nicht. Als Götter zeigt ihr es mir, der Tobenden. Was anderes kann ich nicht als schreien und auf den Tisch hauen. Die Männer haben es mir gezeigt, wie man das macht. Ich konnte es nicht gut nachmachen. Ich habe mich bemüht, aber ich konnte es ihnen nicht gleich tun. Sie haben mir geraten, mich aufzuhängen. Umschlungen von geflochtener Schnur. Aber das habe ich nicht gemacht, obwohl ich öfter dazu angeregt wurde. Die standen herum, die Männer. Die Männer des Königs. Jeder selbst ein kleiner König. Sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Aber ohne dessen Schuld. Des Königs Schuld war das nicht. Diese Schuld hätte sie niedergedrückt. Und sie wollen ja aufrecht mit einem Glas und aufrichtig vor ihrem Display stehen bleiben. Also sitzen, nicht wahr? Vor dem Schirm, der sie nicht belügt. Außer es stehen Zahlen drauf, oder? Die standen also nah dabei, aber gezeigt haben die mir nichts. Immer nur das Ausbleiben der erhofften Befriedigung, die ich mir sogar im Alter vielleicht noch verschaffen könnte. Oder wenn nicht, dann die Befriedigung, dass ich auch im Alter noch etwas sagen könnte, als blinde Seherin, als Behinderte mit einem Stock, den sie auf Menschen niedersausen lässt. Das ist ja ihre Lieblingsbeschäftigung. Menschen beschimpfen, anklagen, beschuldigen, blöd nachahmen. Die Spastis. Wer soll das denn sonst machen? Etwa der König? Aber sicher nicht. Egal. Jetzt ist es wirklich egal. Dieses Wort verwende ich so oft, dass es einfach wahr werden musste. Ich bin und es ist egal. Das Ausbleiben der Befriedigung. Der Erhofften. Oh je, das wird Folgen haben. Wenn auch nicht hier. Das hier ist keine Serie, bei der der Empfang abbricht. Jeder kann sich Befriedigung erhoffen, der nur zur Frühstücksflockenpackung greift. Das Versagen, das dann einsetzt, weil nichts drin ist, ist sehr unangenehm. Kein Versager hat es sich so vorgestellt. Es ist nicht angenehm, weil der Körper einfach nicht mehr mag und weil Worte sowieso überflüssig sind, da doch ein anderer viel mehr flüssig ist. Das Meer ist ein Dreck gegen ihn. Zumindest behauptet er das. Und was der König sagt, das gilt. Bitte, was die Deutschen sagen, das gilt auch. Außer es handelt sich um die Deutsche Bank. Die Vorgesetzte der Deutschen, welche immer Vorsätze haben zu sparen. Aber dann geht es sich nicht aus. Sie besitzen einfach zu viel dafür. Es würde sich auch nicht lohnen. Diese Bank lügt. Genau so. Ja, im wahrsten Sinn. Seine des Königs Rede ist wiederum flüssig. Wie vieles, das im Kühlschrank gestanden und jetzt verschwunden ist. Und er selbst, der König, ist natürlich auch immer flüssig. Jederzeit flüssig. Ja, seine Schulden auch. Die verflüssigen sich. Stündlich. Es wird ihm vergeben werden, wie Kredite an ihn vergeben wurden. Karina, gib Auskunft darüber. Oder gar Unterkunft. So, jetzt hat der König seine Frau gesehen, welche sich aufgehängt hat. Um Gottes Willen, doch nicht jetzt. Besser später. Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Zeilen ist es her und es ist nur gesagt und aufgesagt. Es könnten auch Seiten sein, mehrere Seiten. Es steht ja bei mir auf jeder Seite dasselbe. Und es ist dennoch nicht wahr. Also? Das Ausbleiben der erhofften Befriedigung, dass mir, dass uns Dichtern und Sagern noch wer zuhört, das wundert mich jetzt schon. Eigentlich wurde es uns fix versprochen. Es sind aber wieder nur wenige an den Lautsprechern übrig geblieben, um schadenfroh zuzuhören, wie diese Befriedigung schon wieder ausbleibt. Die bricht immer wieder ab, wie mein WLAN, wenn ich mit dem Tablet Radio hören möchte, obwohl die Arbeiters in Korea so hart und so billig dafür gearbeitet haben, es herzustellen. Jedoch nicht wissen, was sie da überhaupt erzeugt haben. Sie verstehen ihr eigenes Produkt nicht mehr. Macht nichts. Das geht mir auch oft so. Und es gibt ja auch immer weniger Arbeiters, die zählen gar nicht. Das Produkt wird sich bald selbst herstellen. Und dann wird es unser Gott sein, welcher ebenfalls durch sich und aus sich heraus entstanden ist. Ein Selbstläufer. Äh, ich meine ein Selbstschöpfer. Und wenn sie was zählen, die Arbeiters, dann immer das Falsche. Sie sollten mal schauen, wie es zugeht, dass etwas nicht zugeht. Und etwas anderes dafür nicht auf. Pusch. Manchmal geht es sogar in Flammen auf, wie die Arbeiters in ihrer Arbeit aufgehen. Das Gerät wird in sehr kleinen Schritten von mehreren hergestellt. Keiner überblickt das Ganze. Aber das hat schon Marx nicht überblickt. Oder nur mit Mühe. Und nein, weil sie schon fragen. Befriedigung bekommt man nicht, wenn man was tut. Sie befriedigt nur, wenn man sie bekommt, ohne was zu tun. Wissen das die Arbeitslosen's überhaupt? Dieses Ausbleiben der täglichen Befriedigung, die letztlich immer zu Unfrieden führt, tut mir leid. Aber sie wird furchtbare Folgen haben. Wenn auch nur für uns. Das Versagen der Versager, das jetzt immer öfter eintreten wird, es wurde auch längst erwartet. Denn jetzt haben wir nichts mehr zu sagen. Schon lange nicht mehr. Und das sind wir nicht gewohnt. Ihr Menschengeschlechter, ach, ihr müsst euch etwas stärker einmischen in das Geschehen. Es genügt nicht, wenn sich nur das Geschlecht einmischt. Das bewirkt nichts. Euer Leben ist auch nicht nichts. Oder doch? Was sagt der König? Er sagt, es ist jeder etwas wert. Der König muss nur noch nachdenken, wie viel und wo und für wen. Sagen Sie das nicht. Sie alle sagen Sie jetzt nichts. Es kann gegen Sie verwendet werden. Nein, es ist schon was. Es ist schon etwas. Ja, das finden wir auch. Ihr findet im Dunkel doch nicht einmal eure Füße. Außer wenn sie im Bett Socken tragen. Dann ist etwas Fremdheit dabei, die euch stören könnte. Och, da sind wir traurig. Zählen wir wirklich nichts. Gar nichts. Stören wir euch denn wirklich so? Das haben wir nicht gewusst. Oje, was müssen wir hören? Uns Armen zerreißt das Herz. Das sieche Land. Ja, das auch. Es zerreißt wie ein Vorhang vor einem Tempel. Und was hier beginnt, was hier anhebt, ist kein Kartenhaus aus Karten, auf denen keine Gesichter drauf sind. Es ist schon das neue Leid, welches zum Alten kommt. Es wurde nicht erwartet, ist aber trotzdem gekommen, das Leid, dieses grausame Band. Oh, bitte, muss das denn sein? Ja, es muss sein. Geht zurück in euer Land oder bleibt besser gleich weg. Baut die Mauer. Du kriegst keine Kohle mehr. Nimm dein Kopftuch ab, sofort, sonst reiß ich es dir runter. Dann haut mich dein Bruder in die Fresse, weil er mein Bruder nicht sein wollte. Komm dieser Aufforderung nach oder entferne dich. Deine Eltern werden nun abtransportiert und abgeschoben oder gar nicht reingelassen und an einem Flughafen festgeklebt werden. Wir schnappen euch euer Essen weg, weil ihr uns unseres so lang weggeschnappt habt. Wir rempeln euch absichtlich an. Das geschieht jetzt immer öfter. Die Stiege fliegt. Nein, da fliegt jemand über eine Stiege. Au, das muss doch wehtun. Wer hat denn das wieder gemacht? Der muss jetzt verdammt nochmal weg von hier und zurück in sein eigenes Land. Immerhin hat er eins. Europas Feinstes. So fein wie Tante Finis Markenmehl. Da hat er noch Glück gehabt. Sonst noch was? Sonst nichts, denn mehr fällt mir nicht ein. Wir haben nichts zu sagen, weil uns keiner mehr zuhört. Und das ist auch besser so. Wir haben nichts mehr zu sagen, weil nur wir, nur wir einander noch zuhören. Im Buch der Gesichter, im Bilderbuch. Nein, gesprochen wird dort nicht und geschrieben hoffentlich auch nicht viel. Mehr können wir nicht lesen. Wir haben eh Schwierigkeiten damit. Nicht so viel dort schreiben, sonst wäre mein eigenes hervorstechendes, aber niemals treffendes Schreiben ja überflüssig. Dabei bemühe ich mich doch so. Ja, in diesem Buch, da sind wir alle drin, alle außer mir. Denn mein Gesicht habe ich schon lang verloren, die anderen haben aber erst recht verloren. Je mehr Gesichter sie gewonnen haben, desto weniger ist ihr eigenes Gesicht wert, das ihre wenn man es nur kurz anschaut. Es verschwindet unter zahllosen anderen, wenn auch nicht jeder von denen sie lieb hat. Die lügen alle. Die haben sie bloß lieb, damit auch sie sie lieb haben. Sonst nicht. Freuen sie sich. Die anderen haben schließlich auch verloren. Sie sind alle in ihr Gesichtsloch eingelegt worden, bis es voll war und unter süß-saurer Marinade gestöhnt hat. Man weiß nie, ob man gelobt wird, hofft es aber. Alle fühlen sich als Sieger, weil sie es so weit geschafft haben. Zumindest fühlen sie sich als Sieger, weil sie wenigstens irgendwo stehen und wäre es nur als Foto im Buch der Eingeweide Beschauer. Ja, das wäre schön. Aber man kann nun mal in die Menschen nicht hineinschauen, so gern man es täte. rüllen, wie sie wollen. Da können sie den Strick lösen. Ja, den um den Hals des Volkes. Da steckt noch was. In der Frau steckt was. Ist das eine Nadel? Wieso eine Nadel? Das ist doch äußerst unwahrscheinlich, dass jemand eine Nadel im Kleid stecken hat. Außer eine Brosche hängt dran. Womöglich eine, die von der Tochter eigenhändig entworfen wurde. sowas Kostbares. Aber ich wollte doch noch berichten, wie ich vom Vater geschlagen worden bin. Bitte, ich habe ihn zwar auch geschlagen, aber davon reden wir nicht. Andere wurden ja auch geschlagen. Noch viel schlimmer, aber für mich zählt nur, was mir passiert ist. Und weil alle so denken, sehen Sie, weil alle so denken, haben Sie jetzt den König, den sie verdienen. Der schlägt sie jeden Tag. Und Sie genießen es, weil Sie es verdient haben. Sie haben Unterhaltung verdient, wenn Sie schon nicht mehr für Ihren Unterhalt sorgen können. Sie können sich nur noch sorgen. Tennis oder Golf, ganz egal. Der schlägt sie. Seine Marke ist heißer denn je. Er baut Türme. Einen hat er schon. Weitere sollen folgen. Er singt keine Sprüche, er macht es einfach. Er schlägt sie, wie ich geschlagen worden bin, die auch einst eine Königin war. Na, sagen wir Prinzessin in Erwartung eines Lebens, welches dann nicht kam. Was sagt der Mann? Sonst sagt ja keiner was. Nur der Mann spricht. Er ist am Wort. Er ist das Wort. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Der Erste und das Letzte. Das hab ich jetzt umgedreht. Zuerst kommt für mich persönlich aber immer der Anfang. Da kann man noch Hoffnung haben als Sprüche-Sängerin. Na, das hättest du wohl gern. Als Sprüche-Klopferin schon eher. Trotzdem muss irgendwas dran sein an ihm. Fragen wir ihn halt, was er meint. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen wie seine Werke sein werden. Und den Arbeiters geben wir sogar besonders gern. denn sie standen als Erste treu an unserer Seite, kamen dann aber immer als Letzte. Jetzt werden sie die Ersten sein. Ich weiß aber noch nicht, was wir ihnen geben werden, denn wir haben nichts für sie übrig, wenn wir erst die höchsten Ehren empfangen haben und über den Staat gebieten werden. Und zwar weil uns nichts übrig bleiben wird. Sie glauben ja nur, dass sie übel leiden. Sie wissen ja gar nicht, was leiden heißt. Sie wissen nicht, was das ist, dass ihre Wangen hinunter rinnt. Unser Haus können sie nicht betreten. Das ist ausgebucht. Bücher müssen wir dafür nicht lesen. wer mich liebt, der folge mir nach. Oder nicht. Ganz wie er will. Es gibt dafür keine Belohnung, aber auch keinen Tadel. Das Wirtschaftsprogramm wird jetzt eingelesen. Der Rechner versteht es nicht. Er kann es nicht ausrechnen. Ich verteile nur. ich gebe nicht. Neu daran ist vielleicht selig sind, die meine Gebote erhalten, auf das sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt und ihre Häuser bauen in der Stadt. Jedenfalls diejenigen, die ich noch nicht gebaut habe. Und das sind nicht mehr viele. Sowieso haben wir Halt, bis die Schlange uns in die Ferse beißt. Ich glaube, seine Frau, das Königs Frau, hat sich klüger angestellt. Sie ist in der Schlange daher auch schneller vorgerückt, schneller als wir, die kleinen Geliebten, die stehen geblieben sind, die sich nicht weiter entwickelt haben. Ich sollte jedoch nicht immer für alle Frauen sprechen und schon gar nicht in Bezug auf Papa. Das gehört sich nicht. Seine Frau aber, die ist was anderes. Die ist was anderes als ich. Ja, sowieso. Sie ist wirklich schön. Dafür hat sie viel Geld ausgegeben, was sie so schön ist. Sie hat alle überholt. Sie hat sich dafür selbst öfter überholen, General überholen lassen. Und jetzt? Und jetzt? Sie hat kein Alter. Ich leider schon. Ich bin alt. ich komme nicht mehr in Frage. Ich kenne auch die Antwort nicht, weil ich ja auch die Frage nicht gehört habe. Ja, zu Blindheit kommt im Alter noch Schwerhörigkeit dazu. Aber aus allen anderen Gründen auch, wo keiner mehr wohnen wollte, selbst wenn man sie ihm gratis zur Verfügung stellte. Und jetzt? Jetzt aufhören zu bauen? Jetzt, da ich so viele habe, auf die ich bauen kann? Niemals! Er selbst! Über wen spreche ich da? Wenn ich sie meine, sollte ich sie sagen, aber das ist sinnlos, sie würden mir nie zuhören und die anderen machen es ihnen jetzt nach. Überall! Wir haben ausgeredet! Wir sind mit Reden noch nicht fertig, doch man hat uns das Wort im Mund abgeschnitten. Zuerst wurde es herumgedreht, ob man noch etwas davon schlucken kann, und dann einfach abgeschnitten. Wir sind verstummt! Je mehr wir reden, desto stummer sind wir. Wir finden keine Gegenliebe, kein Gegenüber, keinen Gegner, nichts mehr! Wir haben die Lektüre für die nächsten Wochen bereits bestimmt. Es ist Ihr wunderbares Wirtschaftsprogramm, das Sie aber nicht brauchen. Wir nehmen es, danke vielmals, bekommen es aber nicht. Das einzig Gute ist, dass wir jetzt darüber nachdenken werden, was passiert ist. Der Gedanke wird die Tat hinter sich herzerren, und dann wird er die Tat treffen, die keinen Gedanken mehr braucht. Haben wir Armen jetzt etwas Ruhe nach der Qual, damit wir das alles nachlesen und dann wieder die Führung übernehmen können? Nein, nichts da. Und wenn, dann nicht bei uns. keine Ruhe. Jetzt von der eigenen Niederlage bloß nicht dumm sich machen lassen, sich nicht verleiten lassen, Tabubrüche mit Lust zu beantworten. Nein, die Tabubrüche werden mit Lust begangen. Wir allerdings, wir haben keine Lust darauf. Wie weit und wohin auf Erden gelangt man auf diesem Weg. Das Navi hat vorhin was Falsches gesagt, deshalb fragen wir ja. Sie da, kommen Sie her, kommen Sie her und verbergen Sie sich nicht. Da ist eine Furche, säen Sie sich hinein, nur zu, Sie sind ja König, weil viele sind wie Sie und in der Warteschlange hängen wie an einem Strick. Nein, nicht an diesem. Da sind schon die Königin. Auch Sie könnten König werden wollen. Schauen Sie. Wie Sie dann Ihre Frau loswerden können, erfahren Sie hier. Die Gerechtigkeit, dass es keiner werden kann, verhindert das. Viele sind schuldig. Noch mehr sind uns was schuldig. Vergeb uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. kommt nicht in Frage. Fleischschulden sind etwas ganz anderes und nicht jeder will sich was rausschneiden lassen. Außer es muss sein und der Arzt steht mit seiner Axt bereit. Sagten sie Fleischschuld, das Recht des Partners vom anderen Sex zu verlangen und zwar beidseitig. Das hat man damals sogar der Frau zugestanden. Jeder konnte vom anderen und dann umgekehrt Sex verlangen. Das nannte man seine Schulden begleichen. Das heißt, seine Pflicht erfüllen, mahnt die Deutsche Bank. Die Treueste der Treuen. Die Einzige, die noch gefickt wird. Die Einzige, die immer noch auf Begleichung wartet und daher selber fickt, was sie vorfindet. Immer jemand anderen. Viele andere. Damit der Einzelne es nicht so schnell merkt. Beim König traut sie sich das nicht. Es würde ihr auch nichts nützen. Die Einzige, die noch was verburgt hat, wenn auch einem König und die dem Kreditsystem noch vertraut. Diese Kredite bluten aus vielen Wunden, die irgendwann versiegt sein werden. Das Blut wird gestillt werden. Die Menschen werden auch still geworden sein. So viele Wunden. Sehen Sie, dass es so wie jede Frau Löcher hat, aus denen es sich auch gut bluten lässt. Ja, da unterscheidet sie sich leider nicht in diesem Punkt. Blut, außerdem mit dem Blut unterscheidet sie sich nicht von mir. In allen anderen Punkten schon. Löcher? Ich frage mich, wie die da reinkommen, die Löcher? Welche Waffe hat sie ihnen geschossen? Welche Waffe? Welche? Die einen ergriffen, die anderen aber nicht. Ach, ich sehe schon, die Löcher, nicht alle, aber viele, kommen von dieser Kompassnadel da. Das ist ein völlig neuer Ansatz, geht danach aber in die falsche Richtung. Nicht, was sie glauben, also nicht diese Nadel. Die Löcher kommen von dieser relativ kleinen Anstecknadel. Das Ansteckende daran sieht man gar nicht. Und weil sie fragen, der König kommt jetzt nicht. Er kommt morgen wieder. Jetzt aber nicht. Jetzt hat er was anderes vor. Er spricht im Fernsehen. Wie kann er dann hier sein? Er nimmt diese Nadel aus seiner Frau heraus. Wieso? Wenn er doch im Fernsehen ist. Ach so, es ist eine Aufzeichnung. Er nimmt die Nadel aus dem Kleid seiner Frau, denn der Armreif seiner Tochter ist als Waffe nicht für nichts. Der König holt aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass er das macht. Aber das haben wir schon oft von ihm gedacht. Und er stößt sie sich nicht in die eigenen Augen. Der ist ja nicht irre, dass er so was macht. Also was macht er mit der blöden Nadel? Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe gerade, dass er das doch macht, was er vorhatte. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte geglaubt, er will seine Neubauten noch länger sehen und betrachten. Nein, meint er, herrschen, das sollen andere tun, bauen, das sollen wieder andere tun. Sie werden es nicht wieder tun. Und er ruft auch nicht etwa, dass nie mehr wieder sollen sie, also die Augen, sehen das Übel, dass ich litt. Noch das, das er tat. Die Deutsche Bank beginnt an dieser Stelle immer bitterlich zu weinen, denn sie hört nur dieses nie mehr, sonst hört sie nichts vom König, dessen Augen weit offen stehen, als könnte er mit ihnen was sehen, das sonst keiner sieht. Aber das will er mit der Nadel ja gerade verhindern. Ganz blöd ist er schließlich nicht, oder? Wenn man sich die eigenen Augen ausstechen will, damit man die Nadel nicht kommen sieht. Wenn man andere ausstechen will, sollte man das auch machen, dann sieht man nicht, wie klein die sind, es lohnt sich gar nicht. Was wollte ich sagen? Also was er nicht mag, der König, das sind Verhinderer. Er mag Ermöglicher, er, dessen Augen nur noch das Dunkel schauen werden, dass er selbst ist. Er ruft Unsagbares, weil er es eben nicht sagen kann, deshalb muss er es rufen. Will er aus diesem Land sich selbst verstoßen? Im Gegenteil, er will seinen Augen endlich das Dunkel bringen und sich überhaupt nur noch im Dunkel aufhalten, dass er ersehnt. Dann hat er endlich seine Ruhe. Okay, ohne Augen darf er hier bleiben. Aber das darf er sowieso. Und wenn er geht, soll er seine blinden Augen mitnehmen, seine Bauten bleiben da. Die sind immobil. Die sind unverrückbar. Die kann man nur in die Luft sprengen, wenn man sie nicht mehr haben will. Nein, der König geht eh nicht weg. Bitte, sagt er. Äh, bitte noch mehr Dunkel für mich. Und dann werde ich allein, ich ganz allein ans Licht treten. Und man wird nur mehr mich sehen. Denn alle anderen werde ich abgehängt haben. Ohne ihren Ballast werde ich schneller hervortreten können. Hervorschnellen wie ein Fisch in den Schwarm unendlich vieler Mücken. Ihm ist jetzt klar, dass er das gar nicht hätte anschauen, dass er gar nicht hätte erstreben dürfen, was er geschaut und erstrebt hat. die verstreben fallen. Er singt sein Elend. Wie blöd, dass er gewonnen hat. Er wollte, er hätte nicht. Was könnte er jetzt alles anstellen, was er aber trotzdem anstellen wird? Und derart vom Übel singen stößt er? Ich sage Ihnen das, weil Sie vorhin gefragt haben. Er stößt die Nadel oft. Nicht einmal nur. Aber einmal hätte schon gereicht. die Nadel, den Schmuck seiner Frau, nicht wahr? der mit dieser Nadel befestigt wird. Er selbst hat ihn ihr geschenkt, den Schmuck. Die Tochter hat ihn entworfen? Nein, die Tochter hat ihn nicht entworfen, diesen nicht. Also die Nadel dran stößt er in die Augen sich. Die Blutenden, die Höhlen netzen auch die Wangen senden nicht nur Tropfen rinnenden Blut, nein, in einem hin verströmt schwarzig, blutrünstiger Hagelguss. Ich wollte, ich hätte das schreiben können, doch kein Gott kann mir dabei helfen, dass ich es so gut oder wenigstens halb so gut kann. Der jagt mich höchstens durch die Himmelsflüchte, nein, Himmelsflüche, bis ich einmal die Nerven verlieren und mir einen anderen Gott suchen werde. Hilf Gott. Der Untertitel 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 Am Königsweg von Elfriede Jelinek Teil 3 Also, der König hat sich jetzt, da er zu Atem gekommen ist, nach langem Kampf, bei dem er die goldene Flur gegessen, wo er mit seinen Untergöttern gesessen hat, einmal vor Augen geführt. Er hat sich also vor Augen geführt, wie viel er jetzt arbeiten wird müssen, wie viel mehr als bisher. Er trinkt aus seinem goldenen Becher, er sitzt auf seinem goldenen Stühlchen, er spiegelt sich in seinen goldenen Säulen, er spült seine Zahnimplantate in seinem goldenen Zahnputzbecher. Nein, die nicht. Was ihm bevorsteht, ist entsetzlich. Man wird ihm Nektar einschenken, doch der wird ihm nicht schmecken. Man wird ihm reinen Wein einschenken, doch der wird ihm auch nicht schmecken. Nicht so wie die gute Liebfrauenmilch oder was weiß ich. Er wird aufregende wie aufrechte Worte finden müssen, die er davor unter den Teppich gekehrt hat. Jetzt wird man sie wieder hervorholen. Oh Gott, das alles ist grauenhaft. Was hinter ihm liegt, das nicht, das war schon eher sagenhaft, so mit Göttern, wie es in den Sagen halt so geht. Und in die Welt der Sagen und Märchen wird der König auch eingehen. Nichts stimmt, doch alles ist wahr. Kaufen Sie jetzt, später gibt es sie vielleicht nicht mehr. Und wenn Sie es nicht sein wollen, was auch immer, so kaufen Sie sich wenigstens eine Wohnung in diesem Turme. Auch das werden Sie nicht können. Wir kriegen das Wahre, ich meine die Wahre, so wahr mir Gott helfe, auch nicht mehr herein. Und ich kriege mich auch nicht mehr ein vor Zorn, den ich leider nicht singen kann, nur Nerven sägen. Und Jammer kann ich auch nicht erregen. Ich kann nichts und niemanden erregen. Das ist die traurige Wahrheit, die uns in gewisser Weise alle betrifft. Was wir sagen, ist wie nicht gesagt. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir anfangen? Und dann werden wir wieder wünschen, wir hätten nie angefangen. Wir hätten es früher und anders und anderen sagen sollen, als noch Zeit dafür war. Der König. Der König überblickt das alles und kontaktiert die Chinesen und dann die anderen Chinesen, die auf dem festen Land. Er will mit ihnen etwas zu tun haben, das wieder den anderen Chinesen nicht gefällt. Das fängt ja gut an und dabei hat es noch gar nicht angefangen. Er erfreut sich, weil er sein neues Volk nicht sieht. Er ist fern jedes Anschauens des Volks. Er sieht nur das Volk, welches ihm zujubelt. So viel wie das Volk sein könnte, ist es gar nicht. Oh je. Das ist, zumindest von oben gesehen, doch eine ganze Menge, deren Anschauungen er prägen will, aber eigentlich nicht will. Auch das wäre Arbeit. Das macht er alles. Das macht er nicht. Das hat er nie gemacht. Wie denn? Wieso denn? Warum hätte er das tun sollen? Die sind doch eh alle schon geprägt. Und dann hat er sich die Augen total. Ja, beide. Mehr hat er ja nicht. Sonst hätte er die auch noch genommen. Also, die Augen hat er sich ausgestochen. Klar? Ihm hat so vieles in die Augen gestochen, dass er nichts mehr sieht. Da kann er auch auf die Augen ganz verzüchten. Er hat alle anderen ausgestochen. Was bleibt ihm noch? Alle anderen stehen ihm jetzt zur Verfügung. Aber er will sie nicht. Er hat ja nicht gedacht, dass er sie einmal brauchen würde. Also hat er sie weggeschmissen. Ah, bevor er sie wollen konnte. Na, 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 na. Jetzt könnte er sie brauchen. All die alten Sünder von seiner Art, die ihm entscheidend geholfen haben. Darunter sind welche, die mit vielen Worten reden, aber nicht sagen können. Denn irgendwer hat ihre Zungen gespalten, wer auch immer. Er hätte sich lieber an die Augen halten sollen. Die braucht man nicht, um reden zu halten. Hier stehen sie alle, die Bauten, die Brände und Wasser scheuen. Beides geht an die Substanz. Das will der Herrscher nicht. und er will auch nicht angesprochen werden. Er hält selbst eine Ansprache. Er sagt, was er zuvor von einem Gott erfahren hat. Er sagt nur, was er weiß. Ich zähle jetzt die hoheitblickenden Heere. Nein, nicht die Heere. Heere, meine ich, die zähle ich jetzt eigens nicht auf. Es bleibt dem König, der alles hat, dem aber nichts gehört, wenn es ans Steuern, an die Steuererklärung geht. Es bleibt ihm noch, nein, nicht den Schädel zu rasieren, nicht sich einen Bart wachsen zu lassen, nein, es bleibt ihm auch nicht, irgendwelche Völker zu versöhnen, die einander noch nie leiden konnten. Was sollte denn er dagegen tun können? Gegen die Chinesen hätte er eh nichts tun können. Also tut er was für sie. Es bleibt ihm eben nur, immer wieder muss zu seinem Entschluss Erstehen, sich die Augen auszustechen, damit er von sich selbst nicht mehr dermaßen geblendet werden kann, dass er sonst nicht mehr sieht, was er zwar selbst gar nicht sehen, jedoch dem Volk verordnen will, nämlich Messigung. Er will ein Vorbild sein. Aber nur, wenn das keine Arbeit macht. Das Volk soll ihm sowas Grausames bitte nie nachmachen. Wer soll denn noch Arbeiter sein? Eine Sorte Mensch, an deren Seite wir unverrückbar stehen. Der König allerdings nicht. Obwohl er sie allseits geehrte Männer seines Landes nennt. Da stehen wir also. Bis wir eine andere Sorte probieren wollen. Er soll die ganze Arbeit machen, wenn keiner mehr was sieht und auch der Arbeiter nichts von seinen eigenen Werken sieht und hat. Er hat nichts davon. Er soll da was machen. USA, 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 USA. Der König zeigt dem Volk, was es sehen soll, nämlich ihn und sonst niemanden. Ich sage absichtlich nicht nichts. Er selbst braucht sich ja nicht zu sehen. Er ist, er weiß, er weiß, wer er ist und neben ihm ist keiner. Und er wird sich immer an sich erinnern, wenn er sich nicht mehr sieht. Jetzt werden erst mal die Feste gefeiert, wie die Festungen fallen. Die Bastionen, also die Frauen fallen als erste, die liegen ja schon wie bequem. Ihre Löcher sind bereits vorgebohrt. Sie müssen nur noch vertieft werden. Für sie wie für ihn ist das praktisch. Wie er ist auch keiner. Was sollte er also noch sehen wollen? Es wird auch kein Mangel mehr in der Menge herrschen. Nie mehr. Es werden immer viele Menschen da sein, die sich versammeln wollen. Das können wir garantieren. Also kein Mangel? Es wird überhaupt niemand mehr herrschen außer einem, dem gesündesten von allen. Ja, zu Recht herrschen tut jetzt er, der König. Besser er tut es als ein anderer. Die Frau soll nicht herrschen, dafür ist sie nicht gemacht. Bei der Frau trifft es niemals ein einzelnes Haupt, außer es ist ein Model für andere, das man abfüllen und ausgießen kann. Es trifft alle Häupter, denn die Frau ist der Mangel, an dem alle leiden. Es werden nun die vollständigen verständigen Männer aufgezählt, die unter Waffen ferner liefen. Es stimmt, die beklagen sich alle nicht mehr, die schlagen jetzt zu, das sehe ich an mir. Ich stehe zwischen den Heeren, ja, genau dazwischen, eine blöde Stelle, zwischen den Zäunen und den bis an die Zähne bewaffneten Völkern, und was mache ich jetzt mit ihnen, wenn die sich in meine Richtung in Bewegung setzen, und zwar alle selber bewegt sein? Was mache ich mit den rossebezähmenden Trojanern, welche sich fröhlich in den Rechnern tummeln und Unfug machen? Was mache ich mit den hell umschienten Griechen, die ohne unsere Schienen nicht einmal stehen könnten und die selber nur Schulden machen können, sonst können sie ja nichts. Oh, was mache ich mit dieser Frau, die gegen mich aussagt, die etwas behauptet, was nicht stimmen kann. Da stimmt ja noch eher, was Hera oder Pallas Athene oder wie sie alle heißen, die Weiber. Da stimmt ja eher, was die dem Herr erzählen, damit es sich vom Gegner in die Fresse hauen lässt, anstatt nett mit ihm zu plaudern. Allerdings stimmt auch nicht, was ich über sie sage. Man kann sie auch in die Mangel nehmen, falls gewünscht, von der Heißmangel gewünscht, falls hier heiß gewünscht wird. Ja, die Weiber, die Weiber, die Weiber, wie soll ich sagen, sie kann auch kalt gewünscht werden, kalt gestellt die Frau, eine von ihnen, ich sage nicht welche. Sie ist der Wunsch, den Einmal eine echte Frau zu sein, nicht eine, die zur Königin gewählt werden will, sondern eine echte, die sowas nie wollen würde. Sie hat genug mit sich und den Kindern. Da hakt es leider, ich habe keine. Sie hat genug mit sich selbst zu tun, wie der König ja auch, sonst endet ihr Glück oder das, was sie für Glück gehalten hat. Jetzt weiß die Frau, dass ihr Glück von Ehedem zwar Glück war, doch jetzt nur noch Gestöhn und Wirrnis, Tod und Schmach. Aber so weit wollen wir nicht gehen, so weit wollen wir es nicht treiben. Wozu die Mühe? Sie ist ja immer ganz in der Nähe, die Frau. Die Göttin, also faktisch jede Frau. Drehen sie sich nicht um, nicht für unseren Dank, hat die Verworfene. Nein, nicht verwerfen, speichern. Hat die Erwählte das getan? Eine wird sich schon erwählen lassen. Und die entfernt sich dann garantiert nie weit vom Betrachter. Vom Schöpfer Betrachter, der durch den Sucher schaut und Schärfe zieht. Immer ist sie da und bringt das Kind in die Schule. Das ist das Unpraktische an dieser Erfindung. Man kann etwas entweder behalten oder wegwerfen. Ich meine verwerfen. Einen Namen gibt es für all die Übel. Doch was der Herrscher über die Frauen gesagt hat, das lassen wir unter den Tisch fallen. Das können sie nachher wegsaugen, wenn sie vor mir knien. Das lassen wir einfach fallen, wie ein Wort. das beachten wir nicht. Anderes ist wichtiger, das genannt wird und genannt wurde. Ich kann hier nicht alles aufzählen, was nicht zählt. Da bin ich in 50 Jahren nicht fertig. Und so lange habe ich keines Falls mehr. Keiner fehlt. Der Name der Frau fehlt jetzt aber doch. Mir fehlt er nicht. doch er fehlt. Denn sie ist nichts geworden. Und ich habe es auch nicht hingekriegt, dass sie was wird. Wie und als was soll die hier auftreten? Ich würde vorschlagen, als Großmutter und Hundebesitzerin reden wir nicht drüber. Sie ist verschwunden und sie könnte auch nie dargestellt werden. Sie ist einmalig. Der Arzt hat den Abguss weggeworfen. welcher die Form bewahren sollte, aber zerflossen ist. Oh, Vorrührung. Die Frau ist jetzt so allein. Vielleicht war es auch das falsche Material. Jedenfalls für diese Aufgabe und musste aufgegeben werden. Wer weiß, wer? Der König? Auch er bringt sowas nicht mehr zusammen. Er bringt die beiden Schnitte nicht zu einem ordentlichen Körper zusammen. Da sind zwei Hälften. Ich rede jetzt nicht von der schwarzen Dahlie. Jeder könnte solche Teile richtig anordnen, der schon mal eine Frau gesehen hat. Einer gehört oben hin, der andere unten. Genützt hat es ihr nicht, heiß zu sein, denn sie war ja gar nicht heiß. Das hatte sie nicht nötig. Sie war kalt. Hätte sie aber kalt sein sollen, wäre sie zufällig gewiss ganz heiß gewesen. Sie sollte immer sein, wie gewünscht. Meint der König, der das nicht sieht, aber trotzdem gut findet. Er findet viele gut, doch er findet nur wenige, die mit ihm gehen. Die Frau können wir vergessen. Ach, der König kennt sie auch nicht mehr. Wir müssen sie vergessen. Den König wieder mögen wirklich nur seine Verwandten. Die anderen verachten ihn, wählen ihn aber und die ihn wählen verachten ihn. Nein, das ist alles nicht wahr. Alles, was die Frau betrifft, stimmt so nicht. Diese Frau kann jederzeit ausgetauscht werden. Na, die nächsten vier Jahre nicht. Ich persönlich glaube, dass vier Jahre nicht vier Jahre lang dauern werden. Und das Alter wird überhaupt einen Strich durch die Menschen machen. Wer soll nach ihnen die Herden zusammen halten? Das können sie sich nicht vorstellen, die Herrscher. Es hat nicht einmal Platsch gemacht. Das macht das Wasser ja auch nicht immer. Dazwischen muss es sich wieder erholen und seine Oberfläche durch noch mehr Oberflächlichkeit glätten. Platsch! Da war sie fort. Die ganze Oberfläche weg, die teuren Schnitte, welche die Augen nach oben zerren, die Tünche, die das überdecken soll, die Spritzen, die das in diesem Zustand erhalten sollen. Was geschieht ihr da? Ich rede jetzt von der anderen, der richtigen Frau, die nichts will außer den König. Der eine will dies, der andere das. Dieser will alles. Er nimmt auch den Mangel in Kauf, wenn es der richtige ist. Der Mangel an Einfällen, was mein Problem ist, nicht ihres. Sie können ja den Text jederzeit verlassen. Ich kann das nicht. Und normalerweise fällt man dann, wenn einem nichts Besseres einfällt, in ein anderes Land ein. Aber das fällt dem König auch wieder nicht ein. Na, hoffentlich. Ihm fallen nur andere neue Häuser ein, in denen und mit denen man die Leute abzocken kann. Nicht Wasser, das sowieso schon da ist. Was kann man machen? Dem Felsen entspringen und an einem gewählten Ort die Erwählten empfangen, bevor die asozialen Medien, die nicht sagen, sondern nur wen oder was sie nicht wollen. Ein Wind davon bekommen? Wie wär's damit? Mal was anderes. Da ist aber keiner. Dann blase ich in dieses Röhrchen. Ein Wind ist das immer noch nicht. Was soll man da machen? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Niemand. Von diesen Leuten niemand. Die haben alle schon. Am Haupt ragen empor die Hörner. Warum eigentlich? Vorsicht, die Bullen kommen gleich vom Bullenmarkt zurück. Menschenheere, die auf dem Schaum ihrer eigenen Wut oben schwimmen, weil der Bär los ist, versuchen sie zu reizen, dass sie doch noch gewinnen, die Bullen. Sie stochern und treten nach ihnen. Volle Deckung. In Rudeln wie Rinderherden anstürmen auf ihn die Männer, die endlich auch was werden wollen. Nach ihren Gewalttaten sind sie unbemerkt entschwunden. Jetzt sind sie wieder da. Immerhin sind sie dazwischen in der Welt herum gekommen. Man hat nach ihren Händen gegriffen. sie wurden angefläht nach etwas mehr Lohn oder etwas mehr Tod, je nachdem, was gerade da ist. Doch sie hatten nichts zu verteilen. Geschickt wurden sie aufs Feld. Andere haben sie geschickt aufs Feld, aufs Weideland des Todes fies. Von Orten kommen sie, von vielen Orten, die sie selbst besucht haben. Von Orten, von denen möglichst die Stadt nicht mehr ansichtig sein sollte, Was? Das soll eine Stadt sein? Also das können wir jetzt aber nicht glauben. Menschen sterben nicht gern am Verkehr. Sie sterben lieber im Krieg. Lassen wir sie nur gehen, denn das ist die größte Gunst, die wir haben. Sagen die Herren mit den Sternen. Nicht am Himmel die Sterne, sondern auf den Schultern. Schicken wir sie weg oder lassen wir sie hier. Was? Die Sterne? Nein, die doch nicht. Oder machen wir schnell eine Imbisskette auf. Oder machen wir sie wieder zu. Oder essen wir sie auf. Hier, bitte, ein Teller. Oh, der schöne Schmuck, die schönen Kleider, Schuhe, Armreifen, die ganze Kollektion verschwunden. Einfach weg. so unfair behandelt. Diese Kette gibt es in dieser Kette gar nicht mehr. Bitte kaufen sie sie bitte dort, wo es alles gibt. Kaufen sie sich äther? Nein, kaufen sie im äther. So ein guter Mensch, die Tochter, so schlimm, so unfair behandelt. Bitte jetzt erst Recht kaufen. So schrecklich, so unfair behandelt. Alles unfair. Bitte jetzt woanders kaufen. Fair sein und woanders kaufen, aber dasselbe. Woanders kaufen, unbedingt kaufen. Aber fair muss es nicht sein. Diese Männer waren also im Ausland, wie wir. Wie ich nicht. Das Militär ist ja immer im Ausland. Hier gibt's wenig zu tun. Hier lernen die Männer ins Ausland zu gehen und sich dort zu benehmen. Das Ausland, wo ich nicht oft war. Die Männer kennen es. Es war ihre Aufgabe, düsteres, schauderhaftes zu tun und danach kundzutun. Sie kennen die Fremde. Die mächtigsten der Bürger dort krochen vor ihnen im Sand herum und dann zu Kreuze. War das des Eifers überhaupt wert? War es das wert, später regieren und reagieren zu können? Die Männer, schwer getroffen, aber nicht tot, halten sich derzeit im Augenblick verlangt. Sie tun, was gewünscht wird. Sie kennen die Befehlskette und warten, bis sie dran sind, den Frieden zu bringen. Frieden, schreien sie. Wir sind ja nicht Tauben. Wir sind Falken. Ich meine, schreien sie nicht so. Wir sind ja nicht taub. Ja, diese Bürgerkette kennen sie auch. Die haben eine. Sie bilden eine. Die Bürger bilden jetzt eine Kette für den Frieden. Macht ja nichts. Das haben wir früher auch getan. Und was hat es gebracht? Nichts. An ihren Sternen werden wir sie erkennen, Herr General. Wer drei oder vier Sterne auf der Schulter hat, gibt mehr Befehle, als er erhält. Klar. Haben Sie eine Ahnung, was es heißt, so weit zu kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nirgends. Ich ziehe ruhig meines Weges. Ich bin unterwegs, bin gar kein General. Komm nicht nach draußen, wie schon öfter zugegeben und beglaubigt. Doch im Zorn schlage ich jeden, der mich verdrängen will. Und da schlägt er doch glatt zurück. Das soll er mit gleichem bösen. Schon wankt er und stürzt. Den habe ich erwischt, als ich die Tür öffnete, ohne zu schauen. Dazu brauche ich keinen General. Der Mann der Mitte stürzt aus unserer Mitte jetzt herab. Und egal wohin der fällt, ich erschlag sie alle. Erwischen muss ich sie allerdings vorher noch. Wir werden keine Generäle brauchen. Die sind jetzt da. Da kann man nichts machen. Aber mein Haus aufnehmen sie. Das werde ich nicht. Bürger werden keine Häuser mehr aufbauen. Sie werden auf die Generäle bauen, die nicht angesprochen werden wollen, jedenfalls nicht von irgendwelchen Bürgern, die sie nicht kennen. Generäle sind wichtig. Sie töten doch, sie schänden nicht der toten Betten. So, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt rennen alle. Nein, die Generäle natürlich nicht. Die haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie niemals davon rennen werden. So wie der König leider für hunderte von Millionen persönlich haftet. Die Generäle haften nie persönlich. Das ist überhaupt ein schönes Leben, wenn man nicht haftet und nicht verhaftet werden kann, finden sie nicht. Wenn man als Flüchtling nie die Seinen wiedersehen darf, nie das Vaterland betreten, das die Generäle ruinierten, nur noch Ruinen dort, da wollen wir doch lieber woanders hinfahren, nicht wahr? Und nichts, nichts, nichts würde was helfen. Auch nicht würde uns helfen, den zu töten, der uns erzeugt und aufgezogen hat, falls der noch greifbar ist. Die Generäle würden ihn schon kriegen. Nein, würden sie nicht, sie würden alles, immer alles, auch das, was sie nicht kriegen, kaputt machen. Und das wollten wir doch selber übernehmen. Jetzt aber nicht. Morgen vielleicht wieder. Jetzt nicht. Sie wissen, wie es ist, wenn etwas zerbricht, egal was. Und sie machen das jetzt nicht mehr, die Generäle. Sie lassen es machen. Sie kennen sich aus, egal wo, überall. Sie haben für jeden das rechte Wort und die rechte Tat. Sie waren stets woanders von uns aus gesehen. Wir wissen warum. Sie waren immer dort, wo was los war. Und was nicht los war, haben sie gelöst. Sie haben sogar Mauern aufgelöst. Sie haben die Lösung gehabt und dann haben sie gewusst wie es geht. Lieber lebendig gehen sie von den sterblichen weg als selbst zu sterben. Und zwar rechtzeitig bitte. Bevor ein Unheil über sie kommt, das sie selbst gebracht haben, jetzt aber nicht mehr mit nach Hause nehmen wollen. Sie wollen den Krieg nicht zu Hause haben. Befehlskette dort. Befehlskette hier. Wo wir aber keine Befehle annehmen, nur geben. Wir haben alles, wir geben nichts. Außer Befehlen. Und dort? Was ist dort, wo wir die Befehle geben? Dort wächst jetzt kein Gras mehr. Es ist schon auch wichtig, nicht als schlichter Wanderer, der ein wenig grün sehen möchte, einfach herumzuziehen. Man muss als General herumziehen. Jeder König braucht einen oder mehrere davon, am besten mehrere. Sagen sie dem König, wenn er einmal zuhört, wir ziehen nicht, wir rennen, sage sie zum König. Wir sind weltläufig. Wo wir auftauchen, läuft die Welt vor uns davon. Es nützt ihr nichts. Die Herden rasen ja auch dahin, wohin sie wollen, hier hin und dorthin und jetzt gibt es endlich Männer, die ihnen sagen, wo es lang geht. Sie riechen das Schlacht schon, die nicht schlachten. Die sollen ihre Tiere selber schlachten, wenn sie Blut sehen wollen? Von mir aus ist mir auch recht. Die Männer mit den Sternen sind jetzt friedlich. Dafür wurden sie ja geholt, um friedlich zu sein. Was sie hätten überall sein können, doch früher war dieses Verhalten nicht gewünscht. Überhaupt ist Verhalten nicht gut. Das ist gegen ihre Natur, aber auch nicht mehr als ihre Natur, die gegen sich selbst ist. Zuerst etwas in den Sand schreiben, es dann wieder auslöschen. Das Auslöschen macht weniger Arbeit. Sogar ich bin friedlich. Das ist keine Kunst. Da brauche ich die Männer nicht. Diese Männer an der Spitze, neuerdings an der Spitze, jawohl, gestern noch woanders, aber auch an der Spitze. Der Tod hat sie vorsichtig gemacht. Sie bringen den Tod jetzt aber nicht. Sie haben ihn einst gebracht und jetzt ist ihre Streubüchse leer. Das ist ein Fortschritt für die Männer des Nichts. Sie haben es gebracht. Sie geben uns jetzt nichts mehr. Warum auch? Es ist ja schon da. Sie haben das Nichts gebracht. Jetzt nehmen sie es wieder zurück. Das kostet eine Kleinigkeit, aber bitte, es ist für einen guten Zweck. Alles kostet was. Sie haben also das Nichts gesehen, die Männer, und ganz klar, es ist niemandem mehr zumutbar. Das war einmal. Nichts wie rein. Köpfler ins Nichts. Das ist so anziehend, auch für uns. Moment, nein, das gilt ab sofort nicht mehr. Alles auf Anfang, der keiner ist. Nie wieder nichts. Wir kennen es, wir wollen es nicht mehr. Wir haben uns überschuldet, jetzt halten wir still. Bitte, Sie scheinen sich ja auszukennen. Sie sind uns nun mal untergeschoben worden, jetzt spuren sie vor. Eine Spur brauchen wir. Mehr als tausend Anwälte haben uns keine gezeigt. Jetzt sollen das die Generäle tun? Sie zeigen uns, wie es nicht geht, nachdem sie immer gezeigt haben, wie es auch nicht geht, aber anders nicht? Nie wieder? Sie sind fünf im Ganzen. Nein, vier. Der Fünfte besitzt eine ganze Kette aus Fleisch, will aber auch nicht bezahlen. Keiner will Gang. Von dort spucken sie runter auf uns, vom Rang spucken sie runter. In grauenhaften Fluch sind sie verstrickt. Der wird jetzt aufgetrennt. Der Fluch. Da sind wir alle verstrickt in ein Schicksal und wissen es nicht. Nur wenn wir ganz fest dahin ziehen, merken wir, dass einer an uns dran hängt. Einer oder mehrere. Ich meine, Sie wissen nicht, in welches Schicksal ziehen. Womöglich ein Fremdes wie früher? Nein, hoffentlich nicht. Wir haben mit unserem eigenen genug zu tun. Mich schreckt die Ahnung, dass die Seher sehend werden. Und was sehen sie? Das, was sie nie wieder sehen wollten, was sie aber ohnehin nicht sehen, den ewigen Frieden, den müssen sie uns noch klarer zeigen. Was sollen wir ihnen dafür zeigen? Was wollen sie? den Frieden gemacht von Generälen? Keine Sorge, das machen die schon selbst. Wenn sie Krieg machen können, warum nicht auch Frieden? Ist einfacher, kostet nicht so viel, klar. Da kommen die vier Männer. Ein Herold auch dabei, der auf die Tube drückt. Nein, der die Tasten hat, twittert weiter und ab die Post. den Frieden können nur Generäle veranlassen, die wissen, wie oder was Krieg ist. Ich weiß es nicht. Und mit Ahnungen bin ich nie weit gelangt. Das ist was für Frauen. Achso, ich bin eine. Da kann man auch nichts machen. Wenigstens wird uns nicht mehr einfallen, in fremde Länder einzufallen. Das ist gut. Stimme dafür. Finde meine Stimme aber nicht. Ich gebe wir nicht mehr. Die fremden Länder, auf die es ankommt, die kennen wir schon. Wir kennen sie alle. Fremd sind die nicht mehr, in die wir früher eingezogen sind. Wir übergeben alles besenrein. Generelle denken nach und dann machen sie etwas. Oder sie machen es halt nicht. Oder sie machen es wieder rückgängig. Bitte können Sie uns sagen, wie ich an die Spitze dieser Befehlskette komme. Ich möchte gern einmal sehen, wie es dort ist. Dort soll neuerdings ein neuer sitzen. Sein Name ist bereits veröffentlicht und gesegnet und abgesegnet. Weh uns. Seine Taten werden schon sehr durchsichtig, aber nicht seine Absichten. Die sieht man nicht. Da ist vielleicht gar nichts und die Schulden reißen Löcher auf, die auch wieder gestopft werden müssen. Das muss sein. Falls auch nur ein einziger Gläubiger Zwang beantragt, Zwangsvollstreckung, müssen wir halt jene Generäle holen, die wir woanders nicht mehr benötigen. Jedenfalls nicht für die eigene Not. Womöglich ziehen andere dann nach. Ach, der Umzugswagen steht hier noch herum. Nehmen Sie doch den. Dem Deal muss die Kommission ihren Segen geben. Ich weiß welche, sag's aber nicht und bitte um eine Pause. Eigentlich ist es keine Frage. Wird aber so behandelt. Das Wort Sieg wurde schon oft in den Mund genommen. Nur war es nie einer. Es ist vollbracht. Wo bitte geht's ins rechtliche Chaos? Nur keine Sorge, jeder Weg führt dorthin. Wählen Sie ruhig einen aus. Den Anwalt bezahlen müssen Sie trotzdem. Vertrauen Sie dem König, der den Anwälten schon länger vertraut. Er hat sie alle genau überprüft. Forschen Sie in der Geschichte nach und finden Sie einen, dem Sie mehr vertrauen könnten. Wir werden keinen finden. So, da brennt die Festplatte durch. Doch keine Sorge, Irgendwas wird der König auch zu Ihnen hinunterschmeißen. Es ist ja so viel, was er nicht hat. Und noch mehr hat er schon auf diverse Tonnen verteilt. Seine Sorgen kann er jetzt auch gleich entsorgen. Er ist jetzt König. Man hätte aber nicht gedacht, dass er ausgerechnet das werden will, wo er den vorigen König vorher immer so geschmäht hat. Quack, 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 doch keinen darf man glücklich nennen, ehe er an sein Ziel gelangt ist und das muss gar nicht das Ende des Lebens sein. Nicht unbedingt, sagen die Generäle, welche gleich tot vom Sessel fallen werden, so alt sind sie. Das Ende kann auch ganz wo anders sein und bis dahin kann der König noch sehr viel Leid ertragen, dass er zum Großhandelspreis an seine Kunden weitergibt. Der König ergreift unsere Hand, eine ergreifende Geste, wirklich. Antibiotika sollten es sein. Oh, ihr teuren Brüder, warum meldet ihr euch nicht freiwillig? Ich weiß jetzt auch nicht, wozu und wofür. Aber wer sich meldet, der wird nicht genommen, weil er schon im Vorhinein diesem nicht passt und jenem nicht, weil er der Tochter nicht passt, weil er dem Schwiegersohn nicht passt, der noch sehr wichtig werden wird. Wir warten gerade fieberhaft darauf. Ja, er sagt viel Wahres, der Wahrsager. Nur stimmen tut es nicht. Hat er jetzt wenigstens Ruhe nach der Qual? Nein, keine Ruhe. Er hat einfach keine Ruhe. und daher kann er sie auch nicht geben. Er schreit, man soll die Regel öffnen und allen im Land kundtun, dass er mehrfache Lügner und Mörder und Ehebrecher, allerdings nicht Einbrecher und nicht Ausbeuter ist. Das ganz besonders nicht. Das wird vom anderen König erledigt. Wird erledigt. Na schön, ruft er halt Verruchtes und Unsagbares, als wollte er sich selbst aus dem Land verstoßen, indem er nun mal König geworden ist. Das will er aber gar nicht. Wollte er nie. Er will ein neues Hotel bauen. Doch wenn er nicht König ist, kriegt er das Kapital dafür nicht und kriegt den Belag für dieses Hotel auch nicht und dann wenn das alles nicht hinhaut muss er stattdessen diese blöde Mauer bauen wie er es versprochen hat. Da hilft ihm kein Herrgott das muss er der ärmste da der sein eigenes Haus verflucht und zwar durch eigenen Fluch den er wahrmachen muss so blind wie ab jetzt ist das hat er wieder nötig gehabt jeder wollte er hätte ihn nie gekannt andere wieder wollten sie hätten ihn immer schon gekannt dafür ist es zu spät den haben wir gebraucht wie ein Loch im Kopf oder wie die zwei Löcher die vor Augen waren oder wie die Löcher der Frau die einen mit ihrem Blut fortschwemmen können falls man unbedacht die Türe öffnet die Fälle schwimmen fort die Frau hat nichts davon die lässt einen nur ran aber niemals wieder fort außer wenn es sich lohnt so sind die wir haben es ausprobiert also nicht persönlich nicht dass er Rechenschaft ablegen müsste darüber unser König bitte legen sie ab da sieht er das Fleisch da ist es es wurde abgelegt nein abgelegen eher abgehangen würde ich sagen und dann war das Fleisch da heute dieses morgen das andere das schon gut gekühlt bereit liegt weil er es diesmal lieber kühl möchte die Frau soll ihn nicht beachten er beachtet schon sie die Augen hat er dort nicht hineingelegt in den Kühlschrank die braucht er nicht mehr wozu also kalt machen es geht auch ohne bei ihm geht alles und ganz besonders ohne er möchte eher König sein als königliches tun der Mann hat das nicht nötig er muss gar nichts tun er überspringt das tun er will nur sein er will nur ganz gemütlich in sich sein und jetzt empfängt er ohne furcht ja wen wen empfängt er wen er will klar erst mal einen Anwärter später seine Wärter alle die seines Geistes sind doch Geist ist das nicht der ist auf Tauchstation die bald überflutet und aufgegeben sein wird der König wird es befehlen und er taucht wieder auf also der Geist nicht der König der ist meist weg je nachdem wo der Golfplatz gerade ist Jeden 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 den den er will empfängt er solange es ihm gefällt dann wird er weggeschickt den dort empfängt er nicht keine Chance der dort der geschickte geht gleich mit uns mit als unser Gesandter bitte um Entschuldung der Witz hat wirklich einen Bart aber wenn so viele entschuldet werden ohne dass man ihnen was gibt warum nicht ich wenn er es rechtzeitig kapiert wie man die Leute los wird so dass sie weinend nach Hause gehen dann wird er ihnen gern den Weg zeigen Millionen anderen zeigt er ihn ja auch König ist er durch ein raffiniertes Ausschluss verfahren es gibt jetzt niemanden mehr außer ihm er ist der Weg er ist zur Wegkreuzung geworden wer ihm folgen mag der folge ihm nach von mir aus da ist sie die nächtliche saat die er sich endlich einmal bei helligkeit anschauen möchte da ist sie jetzt zutage gebracht die bringen alle nichts weiter die saat bringt sich selbst hervor doch diese wird nicht mehr aufgehen ein haufen saat was die wohl einbringen wird ich meine wer die wohl einbringen wird nein wem die wohl was einbringen wird ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt sie anzuklagen König dann sagen sie es bitte oder wollen sie ein andermal angeklagt werden keine sorge das macht eh keiner vielleicht warte ich noch ein wenig da es alle tun die einen anklagen na wenn es viele sind hat er erst recht keine Angst der König wo die anderen nur immer klagen möchte ich mich doch vorteilhaft abheben obwohl ich ja auch immer klage oder geklagt werde eine rotte junge weißer Männer sagt dass sie gerade davon redet wovon ich verstehe nicht egal jetzt redet sie sowieso zuerst sie melden sich immer als erste hör zu sagen sie die nie zuhören würden gerade davon von dem alle sprechen sprechen sie extra nicht denn sie meinen das sei der wert des eigensinns der von der vernunft sich lossagt und wenn der eigensinn einmal spricht dann nur über das eigene finden sie das nicht eigenartig heidegger findet das nicht nein gar nicht die denken wohl nicht klar doch die denken klar man hört ihnen zu sie haben unsere ungeteilte aufmerksamkeit der junge weiße mann hat die Szene betreten und er lehrt nicht wie die dichter das neid er braucht auch keinen seher der es ihm ausmalt obwohl er selbst kaum was sieht er hat doch diese spitze kaputze auf dem haupt er macht eine prophezeiung nein so kann man das nicht sagen da müsste er sicher was ausdenken der junge mann er sagt was alle sagen ohne zu denken er sagt es werden noch viel mehr Menschen durch Gewalttaten einfach verschwinden was was dazu tun kann wird er tun die seher sollen den mund halten und so lange üben gehen bis sie was anderes sehen der weiße man antwortet aber er hat die frage nicht verstanden er will keine sprachregelung mehr er macht jetzt die regeln die eben keine Regelungen sind vielleicht sogar Gesetz er ist die vergessene Arbeiter klasse er sieht dass die Eliten auch nicht weiter wissen das ist seine Stunde jetzt wird er das land beherrschen und den stimmlosen ein stimmlos verkaufen jedem sein eigenes los nein er wird die abgehängten finden und sie wieder anhängen an die Masse und er wird der Masse wieder eine Stimme geben leider nur eine eine einzige Stimme für die abgehängten Massen der Tennisball kommt jetzt runter die Massen jubeln sie werden angekuppelt und gezogen jetzt zieht mit ihnen die neue Zeit und doch sind sie nur Anhänger nein Anhängsel sie werden als Anhänger in die Front der verlassenen Häuser krachen doch die werden ohne dies abgerissen die Banken haben anderes mit ihnen vor das sie aber nicht sagen sonst will womöglich noch jemand sein Haus zurück wenn man die abgehängten schon abhängt dann muss man ihnen eine Stimme geben so die Stimme haben sie hier bitte ein halbes Kilo Stimme ist es so recht so ist es recht sie sprechen mit einer Stimme zählen wir diese eine Stimme nochmal aus nein die zähle ich ihnen aus darauf kommt es mir nicht an es ist ein Stück Stimme und aus und mehr wird es auch nicht jeder hat nur eine gekriegt sie sprechen wie aus einem mund nehmen sie die gewalt und schieben sie sie sich in den arsch nein sie sagen es lustiger das kann ich aber jetzt nicht das kann nur der 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 gewalt ausübt der steht da drüber was sollen wir mit der gewalt also anfangen erst mal mit ihr anfangen dann sehen wir weiter also ein vorschlag zur güte wir nehmen die gewalt und stoßen fremde schmählich in die fremde wäre das nicht was es muss so heißen wir stoßen diejenigen die jetzt fremde für uns sind es aber nicht immer waren zumindest haben sie sich das eingebildet in die fremde zurück wohin sie jetzt und für immer gehören mit immer meine ich eine zeit die nach meinem tod noch anhalten wird an die sich nach meinem tod noch so viele anklammern werden weil sie ihnen gehört sie wurde ihnen versprochen und sie haben sie sich auch genommen dieses für immer wird für mich leider nur noch kurz wehren und die Währung wird nicht mehr Geld sein sondern was anderes stock und hut stehen ihm gut ja hass und wut auch ich beschuldige sie der alleinigen urheberschaft an dieser krise und ich fürchte sie werden auch an der zerstörung der kulturellen ordnung teilnehmen oh sie haben sich schon dafür angemeldet wie ich sehe der kurs beginnt gleich ihr kurs beginnt gleich wohin wird er führen in diese löcher von denen tisch 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 haut viele ist das ist das auch noch das Wort das ich an mich gerissen habe oder ist es ein fremder mantel unter dem man mich leider trotzdem erkennen würde nein es ist es schon persönlich es ist das liebe sorgsam gepflegte Wort an dem ich mit der Wort Pfeile die ich mir aus meiner Nagelfeile gebastelt habe herumarbeitete herumalberte bis es jetzt keiner mehr wollte wir haben ausgewortet wir werden keine Antwort bekommen wir die sind wie ich alle her hören wir haben ausgesprochen wir waren eine zeitlang ausgesprochen begehrt wir haben sogar die meinung angeführt bis sie sich verirrt hatte aber jetzt sind wir es nicht mehr wir sind nicht mehr wir sie vielleicht schon ich nicht mehr jetzt muss das begehren umgeleitet werden auf solche die wirklich echt begehrenswert sind die unsagbar begehrt werden wie diese Frau hier mehr braucht sie nicht die gehört werden mehr brauchen wir nicht sagen müssen wir nichts mehr wir haben auch keine Worte dafür und nicht einmal das dafür kennen wir und man kennt uns nicht mehr die Worte sind aufgebraucht und jetzt herrschen die aufgebrachten die übrig übrig geblieben waren und und als einzige übrig sind oh pein die müssen wir uns jetzt wahrscheinlich jeden tag anhören und sie werden immer lauter werden weil sie nicht kriegen was wir ihnen versprochen haben seit so vielen jahren bringen sie sich auf gegen uns die enttäuschten und jetzt hat es endlich was gebracht eine ernüchterung weil sie alle getäuscht worden sind sie können froh sein sie können zum spotten kommen und dem elend wieder weg gehen ihnen bringt nicht mal der weihnachtsmann was und das traum män lein schließt selbst gequälte augen besser gleich blind sein weil man sich den eigenen augen geschüttet hat so soll das etwa action sein nein das kann nicht sein. Es soll aber schon was passieren, egal was, egal wie. Und so wird, wie bei mir üblich, wieder nur geredet. Ein Kinderchor tritt auf. Großes Gescharre und Geflüstere. Singt, o kleine Götterspeisen. Wackelt nicht so. Singt lieber. Sagt mir, was ihr wollt. Singt es, o Nervensegen, damit ich euch nicht flüstern höre. Was doch recht irritierend, wenn man musikalisch ist. Habt ihr das gesellschaftliche Klima vergiftet? Nein, habt ihr nicht. Das sehe ich euch an. Seid ihr junge Wählerinnen und Wähler? Noch nicht, aber bald. Was? Also doch. Ich hab's doch gewusst. Ihr singt. Das war eine wichtige Botschaft. Sehr wichtig. Vor allem für die verarmten Innenstädte. Alle. Bürgermeister, Polizei, Radiosender, Hähnchenbräter, Gesichtsbücher, die den Ton angeben, ihr Echo hallt durch die Straßen. Alle scheitern daran, dort für Ordnung zu sorgen. Hoffentlich wird unser König das hinkriegen. Ja, das hoffen wir schon sehr. Er muss die Menschen in den Prozess mit einschließen. und gegen die übrigen muss er selbst Prozesse führen. Millionen Menschen haben gewählt und hätten das gar nicht gedurft. Eine wichtige, aber schwere Aufgabe. Keine Ahnung welche. Singen wir. O Dunkelheit, du mein Gewöhn, uns entsetzlich, unsagbar drängend. Da gehen wir doch lieber hinein, damit wir keinen Stich von den Stacheln kriegen der Bienen und Wespen. Damit wir uns an kein Leid erinnern müssen. Wenn die einmal groß sind. Der König muss die Wählerschaft wieder zusammenführen. Große Aufgabe, große Aufgabe und wichtige Botschaft auch dies. Er kann diese vereinende Kraft sein. Das glauben wir fest. Klar, dass es da Proteste gibt, aber wir Kinder? Wir Kinder! Jubiläer! Ausschreitungen auch! Teste und Ausschreitungen! Aber der König wird das Land einigen. Wenn sie das Ergebnis nicht akzeptieren, dann... Na, was dann? Deswegen habe ich ja unseren König gewählt. Ich hasse die Korrektheit. Die Korrektheit hassen wir alle wirklich am meisten und wir sind die meisten. Wir singen, wir singen. Natürlich kann es auch sein, dass der König scheitert. Wir haben nie gedacht, dass er der Retter der Welt ist. Wenn er Fehler macht, werden wir ihn dafür kritisieren. Jubiläer! Zwitscher! Wir kritisieren ihn ja jetzt schon. Glauben Sie etwa, das trauen wir uns nicht? Fieber trügt! Der König hat zum Beispiel Pläne? Er hat diese Pläne und dann jene. Immer ein Plan nach dem anderen. Das war zum König ein weiterer Kommentar. Der war erbärmlich. Die Frauenvorwürfe waren erbärmlich. Aber was glauben Sie, wie oft in unseren kurzen Leben wir sowas schon gehört haben? Ständig! Jeder sagt, was er sagt. Jeder belästigt den, den er immer schon belästigt hat. Jeder belästigt jeden, außer er kennt ihn. Und sogar dann. Wir vertrauen ihm aber! Und auch seine Tochter ist eine starke Befürworterin. Sie hat sogar ein eigenes, persönliches Fürwort dafür. Und das heißt, ich bin dafür. Ja! Sie hat den König verteidigt. Deshalb kann es nicht wahr sein. Nein, sie hätte ihn verteidigt, hätte sie geglaubt, dass das wahr wäre. Also das Falsche, das er gesagt hat, wahr wäre. Und deswegen glaube ich ihr. Jodi, 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 jodi. Wenn er das tut, wenn er etwas tut, das er nicht versprochen hat, werden wir protestieren. Das ist so großartig, an der Demokratie. Irgendwo müssen wir die noch haben. Such, such, such. Das ist ja so großartig. Zwitscher, 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 türiri. Das ist so großartig, dass jeder protestieren kann, der will. Keine fiesen Sachen, sonst kritisieren wir. Krechts, krechts. Wir sind alle von einem Stamm und wir schütteln uns, aber wir werfen nichts ab. Wir haben nichts übrig. Wir haben für die Nörgler nichts übrig. Twittity, tweet, twittity, tweet. Und noch ein Tweet, und noch ein Tweet, und noch einer, und noch ein Bild dazu, und dort das andere Bild. Das könnte ich hier noch oft wiederholen. Ich bin ja total begeistert, dass der jetzt unser König ist. Das ist so toll. In der Wahlnacht war ich so aufgeregt. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Tiri, Tiri, Lars. So aufgeregt. Wir sind bis zur offiziellen Verkündigung der Ankunft des Herrn wach geblieben. Wir hirten alle. Tralala. Wir hirten nicht des Seins, nicht der Schweine, wir hirten im Allgemeinen. Jetzt muss er es politisch nur noch umsetzen. Jetzt darf er nichts umsetzen, das gruppengefährdet, sonst wird er aus dem Amt entfernt. Wir haben die Möglichkeit. Alle vier Jahre die Möglichkeit. Es ist ein Wahnsinn. Zwitscher, Zwitscher, Zwatscher. Oder so ähnlich. Die Möglichkeit ist das Großartige an unserem System. Die andere, die mögen wir nicht. Die mögen wir nicht. Nur die Möglichkeit mögen wir. Drei verpasste Anrufe und 15 Nachrichten auf dem Handy und alle sagen dasselbe, dass sie so begeistert und glücklich sind. Sie sagen, dass unser Land jetzt besser wird. Besser wird. Besser wird. Hoffentlich können wir alle zusammenarbeiten und dieses Land wieder zu dem machen, was es mal war, als wir es noch nicht kannten. Jubelfrei. Er hat nicht gut über die Frauen gesprochen. Empörung, Kommentare, Gefällt, 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 Gefällt. Gefällt, Gefällt nicht. Empörung, Snapchat, Gefällt, 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 Gefällt nicht. Gefällt, Gefällt nicht. Empörung, Kommentare. Emper parameter. Ins Dunkel schauen wir, wie er, der keine Augen mehr hat. Er singt, wir singen. Der König singt, wir singen. Mit ihm im Chor. Wir singen, während er uns? Nein, sich. Er ist ja so großartig. Nicht uns sticht er. Wir würden vielleicht gar nicht bluten. Sich selbst sticht er. Das Blut rinnt ihm aus den Höhlen heraus, aus denen seine Augen krochen. Ja, aus den Frauen rinnt es irgendwie auch, aber jetzt erst mal aus ihm. Dort wird es eher gebraucht. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Er entzühnt uns. In einem hin verströmt schwarz der blutrünstige Hagelguss sich. Er verströmt sich. Er kommt aus seinen blutenden Augen, die wenigstens einmal uns sehen durften. Dann wollten sie nicht mehr. Dann wollten sie uns nicht mehr sehen. Wir gehen jetzt alle singend ab. Und wenn von neuem Mut unsere Herzen erfüllt sind, können wir ja wieder auftreten. Ab mit dem Chor. Bevor es zu spät ist und mir noch etwas einfällt. Nur weil sie fragen. Ich muss jetzt jede Frage nehmen, die ich kriegen kann. Denn bald wird gar keiner mehr fragen. Nützen wir die Zeit, bevor sie uns abnützt. Oder ausnützt. Dass ich keinen Schwanz habe, ist mir schon lange aufgefallen. In einem Alter, das genau dafür vorgesehen war. Und jetzt kriege ich auch keinen mehr. Immer noch besser, als keinen mehr hochzukriegen. Dabei bin ich nicht einmal ein gottähnliches Wesen. Nein. Gottähnlich ganz bestimmt nicht. Ich habe Fotos gesehen, ich habe Bilder gesehen, ich habe andere Bilder gesehen. Ich habe seine neuesten Fotos gesehen, auf denen er wieder ganz anders aussieht. Ich bin zwar aus dem gleichen Sprung gekommen, nein, nicht aus dem gleichen, aber einem ähnlichen Sprung wie diese Frau, die nicht spricht, aber dennoch da ist, weil sie den Absprung nicht verpasst, nie verpasst. Ich habe nur einen Sprung in der Schüssel. Mehr Hausrat und Tat habe ich nicht und bin ich nicht und tue ich nicht. Entschuldigung, hier sehe ich noch zwei tiefe und zwei flache Teller, ähnlich meiner Dichtung, und dort einen mittleren und dort einen weiteren kleineren Topf. Das reicht für mich als nur eine Person. Ich muss essen mit dem, was ich bin, irgendwie großmäulig, finden Sie nicht? Ich spreche noch, aber ich gehe schon. Ich gehe auf die 80 zu. Ich gehe gleich hinaus, dort ist die Tür. Danke, ich sehe Sie schon, keine Gefahr, dass ich dagegen renne. Beraten Sie mich nicht mehr, es nützt nichts. Ich weiß ja nicht, mit was für Augen ich der einst meinen armen Vater anschauen soll. Komme ich zur Totenwelt. Hoffentlich komme ich nicht dorthin, nie. Aber wenn, dann möchte ich mit dem Vater nicht einmal begraben sein. Weil auch die Mutter dort liegt. Mit der? Nie. Jetzt, da es zu spät ist, könnte ich ihr in die Augen sehen. Doch ich sehe ihre Augen gar nicht. Die sind weg. Das alles nur für meine Augen. Nur für meine Augen angerichtet. Die ganzen Verbrechen angerichtet für mich allein. Zu viel der Irre. Nein, für meine Augen nimmermehr. Augenblick noch. Der Verlust ist inzwischen für mich vorstellbar geworden. Jeder Verlust. Ich habe ja schon fast alles verloren. Und die Drohung, mich zu entfernen. Mich von der Bühne zu entfernen. Mich aus dem Leben zu entfernen. Bitte eins nicht mit dem anderen verwechseln. Die Drohung steht im Raum, während andere immer mehr entfesselt werden. Sie haben ja gesiegt. Das muss gefeiert werden. Aus diesem Raum werde ich entfernt werden. Denn wer nicht entfesselt sein kann, wird entfernt. Seien Sie mit uns entfesselt. Sie wollen doch nicht wirklich verschwinden, oder? Nachträglich kommt mir mein Verlust, der ja schon längst, wahrscheinlich schon immer besteht, recht zum Bewusstsein. Ich habe mich verloren. Schon längst. Es hat mich aber niemand gesucht. Wer hätte das sein sollen? Keiner. Wie gern würde ich mich von diesem Vater lieben lassen. Das würde die Mutter überflüssig machen. Aber die ist sowieso genauso entfernt worden wie der Vater. Schon lang. Was gilt für solche wie mich, die immer eine genitale Abfuhr erleiden für ihre Genialität, die sie aber gar nicht haben? Und für wen wäre sie dann bestimmt? Für niemand Bestimmten. Mein Männlichkeitskomplex öffnet mir viele Türen. Diese aber nicht. Welches Wunsch deswegen flehe ich sie hier so an? Warum mache ich das eigentlich? Von mir ist doch gar nicht die Rede. Na schön, aber irgendwann muss von mir die Rede sein. Da es kein anderer tut, muss es halt meine eigene Rede sein. Alle reden vom neuen König. Wer redet von mir? Ich. Und nur ich. Werft schnell mich aus dem Land. Dahin, wo ich von keinem Menschen angesprochen werden kann. Blöd ist nur, dass dann auch ich keinen Menschen mehr werde ansprechen können. Oh, jemand muss inzwischen zugesperrt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ich weiß auch nicht, was ich mir nicht erklären kann. Verlangen Sie für mich Flucht aus diesem Land? In dieses Land? Da so viele flüchten müssen, ist dieser Weg für mich nicht vorgesehen. Ich bilde mir ein, allein zu gehen. Wieso sind dann so viele Menschen hier? Aber ausgerechnet hier, wo ich bin, was haben Sie mir zu sagen? Worin soll ich mich fügen Ihnen? Sollte ich einst etwa so ein Organ besessen haben, wie Sie? Ein Organ, das fleißig arbeitet, wie wir nicht. Besser ist es, zu erkunden, wo in der Not wir stehen. Wo wir in der Not drei moderne Stahlwerke hinbauen können, damit moderner Strom erzeugt werden kann. Oder muss der Strom erzeugt werden, damit es Stahlwerke geben kann? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, Job, Job, bestellt eure Gräber. Wer noch keine bestellt hat, der sollte das jetzt tun. Der sollte eine Anzahlung leisten. Wie dieser König, der aber das Bestellte nie abholen wird. Ja, wir nehmen auch Sammelbestellungen entgegen. Für die Zeit, wenn wieder mal ein Krieg kommt. Mit Pakistan wird es, glaube ich, keinen geben. Zu dumm? Dann verfällt doch die Anzahlung. Das ist mir egal. Hauptsache, ich brauche den Rest nicht mehr zu zahlen. Das sollen andere für ihn tun. Stahl und Eisen bricht, aber unser Versprechen nicht. Wir kriegen keine Fabriken? Keine Stahlkochereien? Keine Kohlekruen? Also die nun wirklich nicht. Die bringen doch Leute um. Bei uns gibt's sowas nicht. Der König ist kein lebender Bewohner dieser Stadt. Was braucht der? Ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk ist er selbst. Na dann, unser Schicksal gehe dahin, wohin es geht. Von mir aus soll es gehen. Ich habe eh keins. Jedenfalls keins, das noch gehen könnte. Danke, es geht mir den Umständen entsprechend gut. Könnte aber besser sein. Ich könnte ein Mann sein. Bin es aber nicht. USA! 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 Also, machen wir's kurz. Nein, kurz ganz sicher nicht. Danken müssen Sie mir nicht, dass Sie so viel kriegen. Es ist ohne dies Blödsinn. Ich akzeptiere die Tatsache hiermit. Moment. Der Notar kommt gleich. Dass ich kein Mann bin. Dass ich speziell dieser Mann schon gar nicht bin. Kein König. Und auch sonst nicht viel. Ich erkläre eidesstattlich, dass, mein Bester, ich zu klein bin. Was? Verrecken soll ich? Werde ich endlich stille sein? Ja. Bald. Ein Mann wäre ich schon gern. Wie jede Frau, außer der, die es eben nicht sein möchte. Es kann auch ein ganz einfacher Mann sein. Hoffentlich ist er in Jung und in Weiß überhaupt noch erhältlich. Die sind jetzt so gefragt. Die anderen Farben nimmt keiner. Das sind Ladenhüter. Und für was anderes taugen Sie auch nicht. Antworten werden nicht gegeben. Und nicht entgegengenommen. Nein, in Wahrheit antworten nur Sie, wenn auch nicht die Wahrheit. Man hört nur Sie antworten. Was die anderen sagen, das hört man nicht. Naja. Ihnen ist das egal. Aber mir nicht. Für Sie existiere ich als Frau genauso wenig, wie ich als Mann existieren würde. Ich finde mich also damit ab, dass ich keiner bin. Was bleibt mir übrig? Wo ist mein Platz, dem ich zugeteilt bin? Der Platz wäre da. Nur die Menge teilt sich nicht vor mir. Sogar das Meer täte es. Diese schreiende Menge aber nicht. Ich bin verloren. Und ich finde nie etwas. Jedenfalls nicht, wenn ich es brauche. Im Moment nicht mal einen coolen Schreiber, den ich gut brauchen könnte. Und nicht, um mir die Augen auszustechen. Auf so eine Idee kann nur ein Mann kommen. Hey, Alte. Sieh her jetzt und sage mir, was ich dich frage. Was? Sklavin willst du gewesen sein? Ausgerechnet du, so wie du ausschaust. Und sieh dort. Und sieh dort. Was haben Sie hier zu suchen? Eine Stelle? Hier ist keine. Vielleicht weiter unten. Was wollen Sie? Verrichtend welche Arbeit? Wem waren Sie zugeteilt? Füllen Sie bitte diesen Fragebogen vollständig aus. Dann kommen wir zum psychologischen Teil. Ja, Sie haben recht. Der Knabe? Nein. Der König. Es ist der König selbst. Und der fürchtet sich vor gar nichts. Wo? Wo sehen Sie ihn? Bei uns ist er nicht. Der fürchtet sich vor der Vollziehung. Da müssen Sie sich irren. Er ist bloß mit der Vollziehung im Verzug. Und was sticht er mit sich? Er ist ja ein Trumpfass. Was sticht er mit sich? Nicht die Augen, nein. Er schneidet sich auch nichts ab. Denn das ist ja schon abgeschnitten worden. Erinnern Sie sich denn nicht? Oh, also wenn ich mich erinnern könnte, hätte man mir ja nichts abzuschneiden brauchen. USA, USA, USA. Es kommt mir irgendwie vor, als hätten die alle an meinem Lebensfaden geübt. Ich weiß, dass ich das nicht sagen sollte. Reines Selbstmitleid, besonders eklig. Jetzt sollte ich schon gar nichts sagen, auch wenn ich es in der Vergangenheit oft, sicher zu oft gesagt habe. Jetzt, da wir wieder einen König haben, sollte ich endlich Ruhe geben. Es ist nicht zu ändern. Aber für mich ist das eine allgemeine Frage. Wie sage ich es? Nur darum geht's mir. Der König weiß es schon. Er wurde als erstes informiert und sagt auch als erster, was er zu sagen hat. Das sagen jetzt alle. Er wurde zum Vater, wo er selbst gesät hat. Nein, nicht hat, gesät wurde. Diese Leute, die den König gesät, nein, geerntet, nein, gewählt haben, werden bald etwas über den Opferkult erfahren, wenn auch nicht von mir. So wie Abraham die Lektion über seinen Sohn lernen musste. Was sagte Gott ihm? Was hatte er ihm zu sagen? Wir kehren beide vom Berge zurück. Also hätte Gott es nie von Abraham verlangt, dass er seinen lieben Sohn opfert? Und genauso, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert, genauso wurden diese Fabriken, diese Hochöfen oder wie man Stahl derzeit erzeugt und vor allem wo. Diese Fabriken also sind alle verlegt worden, bevor sie noch geschlachtet und ausgebeindelt werden mussten. Also hier werden sie keine mehr finden. Suchen sie woanders, am besten gleich auf einem anderen Kontinent, mit viel Wasser dazwischen. Der Sohn wäre niemals geopfert worden, Gott weiß das. Aber wissen es auch sie? Und die Fabriken auch nicht. Und zwar, weil sie vom König plus der Arbeit, die in ihnen geleistet werden sollte, versprochen, aber nicht gehalten werden werden. Diese Leute sind, ihre eigenen Leben unter den Arm geklemmt, zum König gekommen, um zu flehen. Bitte Fleiß und Industrie, bitte neue Kocher und Löcher tief in die Erd. Und die wurden ihnen versprochen, so wie Jehova dem Abraham die Opferung seines Sohnes nicht direkt versprochen, aber von ihm verlangt hat. Abraham nahm also das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaak. Das Holz? Auf den Sohn? Damit er besser brennt. Klar. Wie Feuer unterm Hintern. Nein, unter dem Hochofen, den es nicht mehr gibt. Und brennt dann in Indien oder China. Das ist zu weit weg. Er, Abraham, aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und es gingen die beiden miteinander durch diese verrottete Stadt, die wieder neu werden soll. Vom Rost befreit. Ein Opfer wird wahrscheinlich zu wenig sein, um das zu erreichen, aber besser als nix. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Aber das genügt nicht. Es genügt nicht, dass der Sohn da ist. Ein tüchtiger Arbeiter, der nie gezählt hat. Wer hat schon gezählt? Er nicht. Also nein, auch er hat nicht gezählt. Nicht nur der Vater, der wie jeder Vater das Schlachten gelernt hat. Er kann es gut brauchen. Es gibt doch immer wieder Kriege. Hier bin ich. Bitte sehr, bitte gern. Und der Sohn, der nirgends ein Stahlwerk sieht und Stahl auch keinen, der sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Eisen zum Verkochen und wo das Produkt, das wir erzeugen sollen? Soll ich etwa selbst das Produkt sein? Ich bin schließlich bereits hergestellt worden. Man hat mich hier hergestellt, aber da waren wir uns doch einig. Zerstört soll ich nicht werden. Im Gegenteil, ich soll hier arbeiten. Ich habe meinen Einberufungsbefehl zur Arbeit endlich erhalten. Eine Ewigkeit musste ich darauf warten. Abraham antwortete, was soll er schon sagen? Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, einen Schlaf. Nein, ein Schaf zum Brandopfer. Hier, bitte sehr. Hier ist das Schaf ja schon. Wie angenehm. Es wurde bereits bereitgestellt. Es muss nur noch geschoren werden. Dann können wir es in Ruhe töten. Und es gingen beide miteinander, Vater und Sohn, welcher das Schaf darstellen darf bei dieser Laientheatervorstellung, die ich mir hier mache. Das muss Abraham dann aber doch nicht tun. So weit würde er nicht gehen. Für Zigaretten muss niemand mehr so weit gehen. Für Arbeit schon noch. Niemand muss was tun. Niemand darf was tun. Es gibt nichts zu tun. Es gibt keine Arbeit. Es gibt nichts zu arbeiten. Wie? Jetzt noch nicht, aber bald? Das scheitere auch. Es gibt keinen Ort dafür. Der Ort wurde zwar bestellt, doch er wurde nicht zugestellt. Er liegt beim Nachbarn, den keiner kennt. Er wäre gut bei uns angekommen. Aber er kommt nicht. Dieses Versprechen muss leider zurückgenommen werden. Abraham darf seinen Sohn wieder mitnehmen, der überhaupt nicht kapiert, wovon die Rede ist und was über ihn beschlossen und dann wieder zurückgenommen wurde. So wie dieses Versprechen, dass die Menschen endlich arbeiten dürfen, auch leider vom Vater, vom König, vom Ehemann zurückgenommen werden muss. Tut uns leid. Die Arbeit der Menschen ist für den König nur ein Trinkgeld. Er schmeißt sie zudem noch dazu, was er zahlen muss. Das heißt, was seine Banken für ihn zahlen müssen. Er schmeißt die Menschen, die doch so für ihn geworben haben, als Spielgeld auf den Tisch. Sie aber. Was weiß ich. Sie aber, König Oedibus. Von dem werden wir noch hören. Sie aber haben über ihn schon mehr gehört, als wir hören wollten, fürchte ich Sie, König. Jetzt frage ich Sie, weil wir schon dabei sind, wieso ist Ihr Über-Ich so groß geworden? Wann ist das passiert? Lange Zeit ist uns das gar nicht aufgefallen, aber jetzt ist es nicht mehr zu übersehen. Achso. Das ist es gar nicht. Das sind Sie selbst. Sie kommen immer selbst. Sie lassen sich gar nicht vertreten. Die Drohung, nämlich Sie, setze ich jetzt ein. Das tun Leute wie ich. Sie setze ich als Pfand ein. Sie sind unsere Drohung. Und Sie haben sich selbst wahrgemacht. Ich nehme Sie wahr, aber Sie sind ja wirklich wahr. Aus eigener Verantwortung haben Sie sich entlassen, haben Ihre Fesseln abgestreift, die Ihnen nie angelegt wurden, und sich wieder eingestellt. Sie sind jetzt eingestellt. Auch Tochter, Sohn, Schwiegersohn, alle werden von Ihnen und bei Ihnen eingestellt. Wobei ich sagen würde, nein, nicht ich sage das, dass Vater und Sohn eine Brüderlichkeit ergeben, die, wie jede Brüderlichkeit, nur Ärger und Konflikte bringen wird. Von wem geht die Gewalt zuerst aus? Was? Vom König? Weil er gar keinen Bruder hat? Brüderlichkeit. Gestrichen und nicht nur die Rolle, die jemand übernehmen könnte. Eingestellt? Nicht bei mir. Ich habe keinen Platz. Ich wüsste nichts, mit diesen Leuten anzufangen. Sie haben sich bei sich selber untergestellt. Nein, das ist keine Unterstellung. Das ist wahr. Das haben Sie wahrgemacht. Ich beschäftige mich manuell mit mir, weiß aber nicht, wo meine Hände hin sollen. Ich spreche. Also beschäftige ich auch Worte, denen ich kein Gehalt zahle. Die kriegen eh Mindestsicherung, ohne dass sie eine Sicherheit haben, wie es weitergeht, welches das nächste Wort ist, das einen Sinn ergeben soll. Sie haben ja alle keinen Sinn. Sie sind überflüssig. Meine, unsere Worte sind überflüssig. Die anderen Worte sprechen jetzt. Sie sagen was ganz anderes. Sie haben sich durch Ihre Wahrnehmung geschärft wie Messer, auch wenn Sie gar nichts wahrnehmen können, weil wir es Ihnen nicht erklären. Sie sind jetzt durch nichts mehr zu verdrängen, nicht einmal durch die Verdrängung selbst. Sie müssen auch nichts verdrängen. Ihr Ich muss sich nicht von sich abwenden. Es genießt den Anblick, obwohl es sich schon lange kennt. Da wird nichts verdrängt. Nur wir. Wir sind verdrängt worden. Jetzt sprechen Sie. Jetzt sprechen Sie als alle anderen, die bis jetzt zwar auch gesprochen haben, aber man hat es immerhin verstehen können. Das Einfache ist einfach. Das ist zum Beispiel ein einfacher Satz, den sogar ich verstehe. Daher habe ich ihn bedenkenlos losgeschickt. Das Einfache hat jetzt also die Übermacht. Das hat jetzt die Macht, jeden zu zerstören, der nicht sie ist. So, der Seher geht jetzt einmal voraus. Der spurt vor. Ist das etwas Schnee, wo er da geht? Jedenfalls etwas, das verschwinden wird. Und wenn Sie bündige Beweise für das Gesagte haben wollen, dann üben Sie halt die Kunst des Sehertums, bis Sie es wissen. Durch Ihren Sohn sollen Sie einmal sterben? Und so geschah es auch? Wieso dreht Gott den Abraham hier um und macht ihn zum Opfer anstatt Isaaks? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht sehen es die Blinden sehr. Sie sehen zwei verschiedene Dinge. Es handelt sich allerdings auch um zwei Seher. Beide blind. Alle blind. Alle von uns blind. Ich bin's nicht. Ich bin's und ich bin's nicht. Ich muss mich von meiner hoffnungsvollen Neigung zu sprechen und gehört zu werden abwenden. Ich muss mich von dieser Neigung, die längst hoffnungslos geworden ist, abkehren. Mit dieser kleinen Bürste hier. Jawohl. Wer sind wir schon? Wer sind wir denn, dass wir sprechen? Das ist vorbei. Wir gehen ein an unserem eigenen Misserfolg und jetzt werden wir verachtet. Für das, wofür wir neulich erst gelobt wurden, fast unsterblich geworden sind. Ja, die Denker auch. Aber auch die Dichter. Die Dichter, schon auch wichtig. Und das sagt eine, die bald sterben wird. Die sich keine Illusionen mehr machen kann. Kein Wort von ihr wird überleben. Es lebt ja schon jetzt keins mehr. Hauen wir ruhig drauf. Dort zuckt noch eins. 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 Hauen wir ruhig drauf. Hauen wir ruhig drauf. Doch, dort zuckt noch eins. Hauen wir ruhig drauf. Doch. Es ist ohnehin schon ruhig. Jetzt, da Sie da sind und das Wort führen, das Wort an der Hand führen, weil es immer ausbrechen will, will es weg von mir. Von ihr? Von dieser Frau? Wisst ihr, was sie erstrebt? Nein, wir wissen es leider auch nicht. Sag es! Lasst mich einfach aus dem Land gehen und aus. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich fehle, denn ihr fehlt mir ja auch nicht. Wäre schön, wenn mich einer führen würde, aber ich führe eben dieses blöde Wort und habe nur noch eine Hand frei, die keiner nehmen will. Ich führe mein Wort davon. Das kommt davon. Ich führe es weiter, ja, das auch, aber ich führe es fort, ich führe es aus. Keine Sorge, ich fahre nicht fort. Ich fahre mit meinem Wort nicht fort. Mit dem würde ich nicht mal einen Urlaub verbringen wollen, in dem man prinzipiell keine Sorgen hat. Nein, jetzt fahren wir nicht. So geht es da hin. Bald bin ich weg. Der König ist ja da. Den habt ihr, klar. Über den könnt ihr euch aufregen oder freuen. Ist ja egal. Hauptsache, er ist da. Vielleicht geht er ja sogar noch vor mir. Nein, das wird er nicht tun. Ja, sie meine ich. Fürchte aber, dass ich selbst damit gemeint bin. Sie haben keine Angst, Herr König, vor nichts und niemandem. Sie nehmen das Wort bei der Hand und führen es. Sie führen es fort. Sie führen das Wort aus wie einen Hund, der dauernd so an ihnen zerrt. Der will weg. Das Wort will auch weg. Alles will weg. Es weiß noch nicht, wohin, aber es will auf alle Fälle weg von ihnen, obwohl sie alle vier Fälle beherrschen. Es sind doch vier, oder? Mir genügt schon ein Fall und der wird dann mein Fall sein. Wer sagt mir das? Was sagt mir das? Dass ich ich bin? Das weiß ich doch. Dass ich sterben werde? Weiß ich doch auch. Keinen darf man glücklich preisen, ehe er denn an des Lebens Ziel gelangt ist und kein Leid erduldet hat. Oje, da wartet noch einiges auf mich. Ich bin am Wort, aber das Wort wohnt woanders. Es sagt, es wohnt bei Gott. Das können wir nicht überprüfen. Weil alle privaten Mails gelöscht wurden. Auch solche, die gar nicht privat waren. Wir haben also jetzt nichts mehr zu sagen. Das ist unsere Strafe und ihre Freude. Da sind sie aber froh, was? Unsere Epoche endet jetzt. Der Kugelschreiber ist schon lang verendet. Ihre beginnt. Wir haben die Menschen als unser Eigentum betrachtet, das uns zuhören musste. Jetzt schmerzvolle Enttäuschung. Keiner hat zugehört. Die ganze lange Zeit. Keiner. So, und jetzt habe ich auch noch die Fernsehnachrichten versäumt. Daher kann ich Ihnen leider nicht sagen, was Sie zu tun haben, weil ich es selbst nicht weiß, obwohl ich es immer schon vorher gewusst habe. Und das blöde Wort zerrt auch schon wieder, dass es mir den Arm aus der Kugel reißt. Es hat dort drüben beim Spielplatz ein anderes gefunden, mit dem es sich unterhalten möchte. Ich bin ja für Unterhaltung leider ziemlich ungeeignet. Ich muss mich selbst von kleinen silbernen Scheiben unterhalten lassen. So, und warum unterhalten Sie da nicht uns, fragen Sie? Würde ich gern, aber das müssen andere tun. Ich muss meine Verantwortung tragen. Ein beliebter Scherz fauler Leute. Die Verantwortung, auf die endlich die Antwort folgen muss. Ich weiß sie nicht. Aber man hat sie mir schon mehrmals gegeben. Heuchler ist die Antwort. Dort auf dem Transparent, mir zugedacht. Dort steht es laut und deutlich und dort drüben auch. Ich gebe es ja zu. Es ist überhaupt nichts wahr. Alles nicht wahr, nicht wahr? Ist das Leid den Menschen etwa schon zu groß geworden? Nein, keine Sorge. Sie werden noch hineinwachsen. Der König ist für den Niedergang der Stadt schuldig. Allein, weil er gekommen und jetzt da ist. Weil er ist, der er ist. Er hat die ungeheuerliche Übertretung begangen, dass er sich von uns zum König wählen ließ. Jetzt ist er halt verantwortlich. Er ist überreich an Schuld. Er hat so reichlich Schuld, dass keiner mehr übrig ist. Jetzt würden wir ein schönes Wunder brauchen und dürfen vielleicht selbst unser blaues Wunder erleben. Es findet immer jetzt statt. Alles verstummt. Das Wort ist außer Sichtweite und riecht einem anderen am Arsch. Dann geht es halbwegs unbeeindruckt dort vorbei. Es würde das andere Wort jetzt immer und überall wiedererkennen. Aber was soll das bringen? Wäre doch nett, wenn sich zwei Worte, die sich gut verstehen, einmal wiederbegegneten. Das ist vielleicht schon öfter passiert, nur ich habe es nicht bemerkt. Keine Stimme regt sich mehr mit Widerspruch. Es ist entschieden. Ich klage an. Ich zähle meine gesammelten Anklagen, die vom Opfertisch, auf den ich mich gelegt habe, herabfallen, ist eine ganze Menge. Aber Gott will am allerwenigsten mich. Einen Knaben will er schon eher, obwohl er kein Fußballtrainer, kein Erzieher und kein Priester oder Bischof ist. Da steht er drüber. Ich meine, da steht er im Rang höher. Aber mich will Gott gewiss nicht, obwohl ich ihn einst so verehrt habe. Mich will keiner, so wie ich jetzt ausschaue. Das Alter ist ein Massaker. Ich sagte es schon öfter, als es mir gut getan hat. Vielleicht hätte es mich sonst übersehen. Eins, das auch an mir angerichtet wurde. Hier, in dieser Spalte, in diesem Wort, das ich nicht kenne, weil es anonym ist, können Sie es nachlesen. Aber Sie haben es eh schon gewusst. Genauso, wie es hier geschrieben steht. Ich zähle meine Anklagen. Selbst wenn ich sie Ihnen zukommen lasse, kommen immer wieder welche als unzustellbar zu mir zurück. Annahme verweigert. Das Opfer hat nicht stattgefunden. Es wurde nicht angenommen. Das Opfer hat die Krise. Die Krise will das Opfer. Nein, sie will lieber ein anderes Opfer. Nein, das dort auch nicht. Doch da kommen schon Millionen leckere Opfer hereinspaziert. Messer und Gabel im Rücken platziert. Wie soll man sich da entscheiden? Schauen alle gut aus. Wir suchen bereits nach den Soßenrezepten. Kommen die alle, kommt ihr Opfer alle denn, damit die Einheit dieser schwer verletzten Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann? Chaos, Entsetzen, kein roter Faden mehr zu finden, nicht einmal einer, mit dem man die Packung aufreißen kann, das muss aber nicht sein, es wird Ihnen nicht schmecken, was drin ist. Der eine Opfer dies, der andere das, der dritte sich selbst, der vierte wird von seinem Vater hingeschleppt zum Opfer, aber nicht einmal das wird dann genommen. Es warten hinter der Sperre schon tausende weitere Opfer. Vielleicht ist unter denen ja ein Besseres. Sollen wir dem König Opfer bringen, weil Gott sie nicht haben will? Überall das gleiche Streben, das gleiche Sterben, der gleiche Hass, den gleichen Zwang, die gleiche Illusion, dass es in diesem Land, das sich prinzipiell einig ist, wenn auch nur mit sich selbst, dass es in diesem Land eine Einheit geben könnte. Schwer seufzend hebt das Land die Hand, es meldet sich freiwillig. Das Zeichen könnte aber auch was ganz anderes bedeuten. Andere sollen folgen, andere sollen ihm folgen. Es schüttelt mich. Es schüttelt das Opfer, weil es so viel Blut verliert. Das fließt schwarz dahin aus der Wunde am Schenkel. Wunden anstelle der Augen. Wo auch immer. Was sagen die Nachrichten? Die Nächsten schaue ich mir garantiert an. Sie werden die Neuesten sein. Die Alten, die ich versäumte, schauen sicher alt aus dagegen. Und verfallen vor meinen Augen. Sie sagen, aller Groll, aller Hass, alles, was sich eigentlich schön auf Sie alle verteilen sollte, damit jeder was davon hat? All das richtet sich, sagt dieser Mann hier, den ich Ihnen leider nicht persönlich herbeischaffen kann, damit er es Ihnen selber sagt. All diese negativen Gefühle richten sich auf ein einziges Individuum, auf den König, der jeder sein könnte, aber nicht ist. Das haben Sie noch nicht gewusst, was? Der König ist er. Der König ist nun mal er. Und jetzt müsste er eigentlich der sein, in den alles mündet. Die Hoffnungen als erstes. Die werden schon bald abgehakt sein. Aber die Hassgefühle, der Groll, wie wär's mit denen? Richten Sie sich auf ihn, auf den König, auf den Einzigen, auf das versöhnende Opfer. Passen Sie gut auf das Wort versöhnend auf. Es ist zwar nicht jenes, das sich vorhin von mir losgerissen hat, denn mit Versöhnung hatte ich nie was am Hut. Es ist ein ganz neues Wort, das zu mir gekommen ist, weil mein altes Wort es mit mir nicht mehr aushalten kann. Bitte komm zu mir zurück, liebes Wort. Oder muss ich erst einen Engel rufen? Da ist er ja schon. Ich musste nicht mal rufen. Er war die ganze Zeit da. Da ruft der Engel des Herrn vom Himmel irgendwen an, verflucht seinen Provider, weil der dort keinen Mast oder womit er uns halt versorgen möchte, hingestellt und da hingestellt hat sein lassen, in erster Linie mit einem Billigtarif, damit auch wir mit jedem reden und keinem mehr zuhören können. Nein, es würde sich auch nicht lohnen, denn wer wollte schon mit Gott sprechen? Die Strecke ist viel zu weit. Der Tarif greift jetzt nach uns. Wir sind jedoch schon viel weiter. Der Engel hat die Nummer gewählt, damit das Wort sich verbreiten kann. Er schaut auf das Display, ob er auch die richtige Nummer gewählt hat, weil keiner abhebt. Also bitte, wie lange will der noch warten, bis er eine Verbindung kriegt? Es will sich hier wohl breit machen, denn höher kommt es nicht hinauf, das Wort, das bei Gott ist. Nein, eben nicht. Das Wort hat eine Panne. Es kommt nirgendwo hin. Es bleibt und es ist auch wieder weg. Keine Ahnung. Skypen geht in diesem Fall nicht. Was sollte man da auch sehen? Da ist ja nichts, nur Ödnis. Keine Fabriken, keine Bergwerke, überhaupt keine Werke. Irgendwer hat gesprochen. Wir haben es nicht gehört, aber einer muss es gesagt haben. Weg mit ihm. Weg mit dem Wort, mit jedem Wort. Wir wählen lieber ein anderes Wort, damit wir auch das verlieren. Wir haben alles verloren. Jetzt gehen uns auch noch die Worte aus und dorthin, wo noch etwas Platz für Unterhaltung ist. Bitte, nehmen Sie schon mal auf dem Opferstein Platz. Machen Sie sich's bequem. Ich hole nur das Messer. Abraham, Abraham. Und der antwortet, wie bereits gesagt, nicht von mir, deswegen stimmt es auch. Hier bin ich. Moment, ich kann nicht genau sehen, wer das überhaupt ist. Er scheint aber da zu sein. Mein Wort ist verrückt geworden. Wahrscheinlich, weil es glaubte, mich verloren zu haben. Aber ich verliere keine Worte und das Wort, es spricht. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Bitte, seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Bitte, seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Bitte, seien Sie mir nicht böse und hören Sie lieber nicht auf mich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.